KREALITIKUM Kapitel 1 FEHU Die Ordnung der Dinge Kurz vor Ende meiner Dienstzeit schickte mich das Landesamt für Denkmalpflege in den kleinen Vorort Pillingsen der Stadt Iserlohn. Man hatte mir einen Fall zugeteilt, der auf den ersten Blick eher unbedeutend schien. Ich erwartete keine großen Komplikationen, allenfalls mit den Bauherren, die jedes Mal über Verzögerungen in ihrem Zeitplan verärgert sind, wenn ich oder meine Kollegen die Baustellen inspizieren. In diesem Fall handelte es sich um ein abgesacktes Straßenfundament, welches den Zugang zu einer bisher nicht kartografierten Tropfsteinhöhle freigelegt hatte. Die Straße war Teil eines umfangreichen Siedlungsprojektes und sollte das Bauland erschließen. Der Druck durch die involvierten Unternehmen war enorm. Meine Aufgabe bestand darin, die Höhle zu besichtigen und die kulturelle Relevanz festzustellen, was über den weiteren Verlauf der Bauarbeiten entscheiden würde. Meine größte Herausforderung schien aus der Besichtigung der Höhle selbst zu bestehen, denn man hatte mir im Vorfeld mitgeteilt, dass eine Kletterausrüstung benötigt würde. Als Hobbykletterer war dies kein großes Problem für mich. Ich verfügte sogar über eine private Ausrüstung, bestehend aus dem Klettergeschirr, Seilen, Haken, Helm, Handschuhen und Schuhen, die ich gerne mitbrachte. Solche Überschneidungen zwischen Hobby und Freizeit kamen zwar eher selten vor, Aber wenn, dann dankte ich mir im Stillen, einen Beruf gewählt zu haben, der so viel Abwechslung mit sich brachte. Normalerweise wäre ein Spezialist für Hohlräume in diesem Fall betraut worden, doch der fachkundige Kollege war kurzfristig mit Grippe ausgefallen. Vor Ort herrschte eine gedrückte Stimmung, als ich unter den Augen der herumlungernden Arbeiter aus dem Auto stieg. Es dauerte eine Weile, bis ich mich bei ihnen durchgefragt hatte und den Baustellenleiter fand. Er telefonierte etwas abseits, lief zwischen den schweren Maschinen auf und ab und wirkte sehr frustriert. Als er mich bemerkte, beendete er abrupt sein Gespräch. »Sie sind der Kerl vom Denkmalamt, richtig?« begrüßte er mich schroff. »Thomas Brinkmüller, richtig«, stellte ich mich vor. »Einer Klassen«, brummte der Baustellenleiter und reichte mir die Hand. »Ich hoffe, die Sache geht schnell über die Bühne. Meine Vorgesetzten würden gerne wissen, wie lang die Inspektion dauern wird. Wenn es nach denen ginge, dann sollten wir das Loch so schnell wie möglich mit Beton ausgießen. Der Zeitplan. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Druck wir von oben bekommen.« Ich lächelte pflichtschuldig. »Wenn ich mir einen ersten Eindruck von der Höhle verschafft habe, kann ich Ihnen mehr dazu sagen.« »Klar«, kommentierte Klassen, in einem Tonfall, der verriet, dass er nicht mit einer konkreten Antwort gerechnet hatte. Wortlos führte er mich zum Absperrzaun, der das abgesagte Areal sicherte. Die charakteristische weiße Plane mit dem Logo der Baufirma schützte das Innere zusätzlich vor neugierigen Blicken. Die mürrischen Arbeiter verfolgten das Geschehen aus der Entfernung. Jemand sagte gedämpft etwas, und es wurde gelacht. Klassen seufzte unbewusst. Der Zaun war nicht abgeschlossen, sondern überlappte sich an einer Stelle, sodass man wie durch einen kleinen Gang in das Innere treten konnte, von außen aber nicht zu sehen war, was sich im Innern befand. Für einen kurzen Augenblick war ich beeindruckt. Eine Doline, ein eingestürzter Hohlraum, hatte sich gebildet, der die Straße der Länge nach teilte. Solche geologischen Phänomene hatte ich bereits gesehen, aber in diesem Fall hätte es nicht passieren dürfen. Entweder hatte jemand bei der Planung des Straßenverlaufs gepennt und die Route über ungeeigneten Boden geführt, oder man hatte bei der Prüfung des Bodens schlampig gearbeitet, sodass der Hohlraum im Untergrund unbemerkt geblieben war. Auf der linken Seite, noch im Bereich der Vegetation, hatte sich ein kleiner ovaler Kessel von etwa 6 Metern Durchmesser gebildet, der in einen breiter werdenden Riss mündete. An seiner breitesten Stelle erreichte er vielleicht 15 Meter, verjüngte sich nach rechts und verästelte sich schließlich ausgehend von zwei Hauptadern. Etwa auf Höhe der ersten Verzweigung gähnte der Eingang zur Höhle. Er war beinahe kreisrund und schwarz wie die Pupille eines Auges. »Ich wünsche Ihnen viel Spaß da unten«, kommentierte Klaassen den Anblick des finsteren Schlunds und zeigte auf eine Leiter. »Wir haben Ihnen einen Zugang zur Höhle ermöglicht, aber seien Sie bitte vorsichtig. Das Letzte, was ich jetzt noch brauchen kann, ist ein Unfall.« Ich nickte und schenkte ihm ein aufmunterndes Lächeln, das mit einem resignierten Kopfschütteln quittiert wurde. Im selben Moment klingelte sein Telefon. Er grunzte frustriert und wandte sich ab, um den Anruf entgegenzunehmen. Nun war ich an der Reihe. Zuerst schritt ich die Doline ab, um mir einen Überblick zu verschaffen. Soweit ich es bestimmen konnte, bestanden die Wände aus dem charakteristischen Sedimentgestein mit kleinen Muschelfossilien, wie man es in dieser Gegend häufiger finden konnte. Meine geologischen Kenntnisse hielten sich zwar in Grenzen, aber ich hatte mich natürlich grob informiert. Mein Fachgebiet waren nicht registrierte Friedhöfe und alle Arten von Knochenfunden. Diese Prüfung hatte ich erhalten, weil ich klettern konnte. Ich begutachtete nur den Eingangsbereich der Höhle, entschied, dass ich ohne meine Ausrüstung hier tatsächlich nicht weiterkam und beeilte mich, die Ausrüstung aus dem Wagen zu holen. Die Arbeiter grinsten hämlich, als ich das Seil schulterte. 50 Meter Länge, die zu einem dicken Ring aufgeschlossen waren, nahmen viel Raum ein. Der Zugang zur Höhle war so niedrig, dass ich auf Knien hineinkrabbeln musste. Ein mannshoher Felsen war aus der Wand gebrochen und umgestürzt, was den Zugang zur Höhle geöffnet hatte. Unwillkürlich fühlte ich mich an das Maul eines Ungeheuers erinnert, über dessen riesige Zunge ich rutschte. Die Decke war an dieser Stelle sehr niedrig, wich aber nach etwa zwei Metern bereits in die Höhe. Dahinter verlor sich alles in Dunkelheit. Ein Klick und die Lampe auf dem Helm erweiterte meine Sicht. Der Felsen, auf dem ich hockte, endete nach schätzungsweise vier Metern. Ich rutschte bis zur Kante, konnte mich endlich wieder vorsichtig aufrichten und sah mich um. Zu meinen Füßen erstreckten sich unzählige Sinterbecken, stufenartig übereinandergelegt, vielleicht drei Meter in der Länge und nur wenige Zentimeter tief, obwohl der Abstand zwischen den Sinterbecken deutlich mehr betrug. Die hellen Calcid-Kristalle glitzerten im Schein meiner Lampe und erweckten den Eindruck, eine beleuchtete Treppe vor mir zu haben. Unterstützt wurde der Effekt durch das umliegende Gestein, das einen steilen Hang bildete, den man unmöglich ohne Hilfsmittel erklettern konnte. Die Höhle erreichte eine Höhe von vielleicht sechs Metern, passte sich jedoch dem Verlauf des Hanges an, sodass man keinen Platz nach oben gewann, wenn man den Hang nach unten kletterte. Rechts von mir hingen eine Reihe kurzer, dicker Stalactiten von der Decke. Über mir war der Felsen bedeckt mit filigranen Röhrensintern, die nach links immer kleiner wurden. Neben einem haarfeinen Riss im Gestein hatte sich ein kurzer Vorhang gebildet, der knapp über dem dritten Sinterbecken entsprang und nach links driftete, bis die Decke in die Wand überging. An dieser Stelle wuchs ein dicker Stalagmit aus dem Boden. Irgendetwas störte mich am Anblick der vielen Tropfsteine, bis mir aufging, dass ich das charakteristische Geräusch von tropfendem Wasser vermisste. Mir war so bekannt, dass Tropfsteinhüllen je nach Witterungsbedingungen mehr oder weniger Wasser führten, doch hier waren selbst die Sinterbecken ausgetrocknet. Auch schienen Luftfeuchtigkeit und Temperatur nicht mit den üblichen Bedingungen in Tropfsteinhöhlen übereinzustimmen. Es war viel zu warm. Ich nahm mir vor, bei meinem nächsten Besuch entsprechende Messgeräte mitzubringen, um den Verdacht zu überprüfen, und wandte mich der schwierigen Aufgabe zu, einen Abstieg zu finden. Der Schuttübersäte Boden im Einsturzbereich beinhaltete einige größere Brocken nahe der Wand, sodass ich den Stalagmiten erreichen könnte, wenn ich vorsichtig war. Danach könnte ich den Tropfstein als Sicherungsunterstützung zum Abseilen nutzen. Ich schlug einen ersten Sicherungshaken in die Wand. Das Geräusch echohte scharf misstönend in der Höhle. Kurz hielt ich inne, denn ich hätte in dem überdimensionalen Schacht nicht mit so viel Echo gerechnet. Der Nachhall verstummte jedoch so schnell, wie man es erwarten würde, und ich arbeitete mich langsam vor. Der Abstieg gestaltete sich überraschend leicht. An der steilen Neigung zu Beginn machte der Hang einen leichten Knick und fiel danach sanfter ab. Leider vollzog die Decke diesen Knick nicht mit, sodass sie sich langsam wieder näherte. Ich setzte in regelmäßigen Abständen Sicherungshaken in den Felsen und sah mich immer wieder um. Eine Zeit lang begleitete mich die Treppe aus Sinterbecken, bis sie plötzlich und ohne ersichtlichen Grund verschwand. Ein Rätsel, das ein Geologe lösen würde. Das letzte Stück des Hangs gestaltete sich etwas schwieriger, weil die Neigung wieder steiler wurde. Doch schließlich gelangte ich ans Ende des Schachtes. Ein enger Spalt im Boden führte noch tiefer ins Erdreich, aber er war zu schmal, als dass ich hindurchgepasst hätte, und ich wollte auch kein unnötiges Risiko eingehen. Da ich den Schacht auf der linken Seite heruntergeklettert war, wollte ich noch die andere Seite erkunden, bevor ich meinen Rückweg antrat. Der Boden schien in diese Richtung immer ebener zu werden, während der Hang zu einer senkrechten Wand wuchs. Hier sammelten sich kleine Geröllbrocken und Schutt auf dem Boden, teilweise versintert und mit dem Untergrund verschmolzen. Etwa auf der Mitte des Schachtes trat die Wand des Hanges vor, sodass der Weg sich in eine enge Schlucht verwandelte. Ich musste mich seitlich durch den Spalt schieben. Die Helmlampe riss den Weg vor mir aus der Finsternis, und ich wollte schon fast unverrichteter Dinge umkehren, als der Felsen zurückwich und den Blick auf einen kreisrunden Platz freigab. Was ich erblickte, entlockte mir einen erschrockenen Schrei, der gebrochen von den Höhlenwänden zurückgeworfen wurde. Kapitel 2 Dagas Erkenntnisse im Zwielicht Ein Moment lang musste ich mich sammeln, bevor ich in der Lage war, mich aus dem schmalen Spalt herauszuquetschen und den runden Platz zu betreten. Was meine Lampe beleuchtete, konnte ich kaum glauben. Ich dachte an eine Fälschung, an einen Scherz oder etwas Ähnliches. Links von mir waren die Sinterbecken wieder aufgetaucht, die wie eine echte Treppe über eine sanftere Neigung des Hangs bis zum Boden der runden Ebene führten. Aber das hatte mich nicht so aus der Fassung gebracht. Genau gegenüber der Treppe strebten zwei identisch anmutende Säulen in die Höhe. Das waren jedoch keine Tropfsteine, wie ich zuerst instinktiv vermutet hatte, weil sie hell im Schein meiner Helmlampe reflektierten. Gänsehaut jagte mir über den Rücken. Andächtig trat ich näher. Die Säulen konnten keinesfalls natürlichen Ursprungs sein. Sie waren eindeutig bearbeitet worden. Ein einfaches Spiralmuster drehte sich in fingerbreiten Windungen um die Säulen, die sich nach oben hin verjüngten und in einer Art Speerspitze endeten. Der Schutt unter meinen Schuhen knirschte, als ich noch näher trat. Dadurch wurde der freie Raum zwischen den Säulen sichtbar und mir entfuhr ein ungläubiger Ausruf. Ein niedriger Gang gähnte im Felsen, flankiert von den Säulen. Die Konturen waren so gleichmäßig und symmetrisch, dass auch hier kein Zweifel an einer Bearbeitung bestehen konnte. Finsternis quoll aus der Öffnung, sodass ich nicht erkennen konnte, was sich im Innern befand, doch als ich den Strahl meiner Helmlampe genau auf den Durchlass richtete, glitt der Lichtkegel über glatt geschliffenen Felsen voller Handabdrücke. Mein Herz beschleunigte vor Aufregung. Was für ein Pfund! Mir stockte regelrecht der Atem, als ich mich den Felszeichnungen näherte und die Lampe immer mehr Abdrücke aus der Dunkelheit riss. Abdrücke von Händen, die namenlose Vorfahren auf dem nackten Stein hinterlassen hatten. Ich hatte nie davon gehört, dass Steinzeitmenschen Säulen bearbeitet oder Fels aus dem Stein gehauen hätten. Konnte das wirklich echt sein? Mein Herz raste inzwischen. Kalter Schweiß brach mir am ganzen Körper aus. Bei einem flüchtigen Blick zurück wirkten die Sinterbecken noch deutlicher, wie zufällig auf einer ehemals aus dem Stein gehauenen Treppe gewachsen. Diese Theorie würden die Experten klären müssen. Ich bemerkte, dass ich vor lauter Staunen und Zweifel zwischen den Säulen stehen geblieben war und in die Dunkelheit des Ganges leuchtete. Das Licht der Taschenlampe verlor sich nach wenigen Metern in der Finsternis, obwohl der Gang Schnur gerade ausführte und sie eigentlich genug Leistung besaß, um einen so kleinen Durchgang taghell zu erleuchten. Für einen kurzen Augenblick hatte ich den vagen Eindruck von zähflüssigen Schatten, die vor dem Licht pflüchteten. Die Finsternis hinter den Säulen schien eine andere Qualität anzunehmen. Ein Schauer lief mir über den Rücken und die Härchen in meinem Nacken richteten sich auf. Ein beinahe unmerklicher Windhauch schlug mir aus dem Gang entgegen. Der Atem einer unbeschreiblichen Entität hatte mich gestreift. Eines Wesens, das unfassbar alt und fremdartig war. Etwas, das hier unten seit Äonen wartete und lauerte, um aus einem unsichtbaren Gefängnis befreit zu werden. Meine wissenschaftliche Neugier kippte und die Aufregung verwandelte sich ins Gegenteil. Ich wurde von jener Panik ergriffen. So absurd das Gefühl auch war, es raubte mir jeden logischen Gedanken. Ich traute mich nicht einmal mehr, dem finsteren Schlund vor mir den Rücken zu kehren und stolperte rückwärts, bis ich den Bereich der Säulen verließ und der Gang meinen Blick entschwand. Ich hatte genug gesehen, um für heute den Rückweg anzutreten. Die Höhlenmalerei allein rechtfertigte es mehr als hinlänglich, die Bauarbeiten einstellen zu lassen und eine Ausgrabung in Auftrag zu geben. Es gab keinen logischen Grund, noch länger an diesem unheimlichen Ort zu verweilen, und so floh ich vor den unsichtbaren Schrecken, die meine Fantasie aus der Finsternis heraufbeschwor. Zurück unter freiem Himmel erledigte ich eilig den bürokratischen Anteil, den mein Job mit sich brachte, damit ich die Baustelle so schnell wie möglich verlassen und nach Hause fahren konnte. Klaassen war alles andere als erfreut über meinen vernichtenden Bericht. Resigniert nahm er mein Urteil zur Kenntnis und zückte sofort das Smartphone, um seine Vorgesetzten zu informieren. Ich entfernte mich einige Schritte, um meine eigenen Anrufe zu tätigen, aber ich konnte den Baustellenleiter im Hintergrund fluchen hören. Ich telefonierte mit meinem eigenen Vorgesetzten und ließ mir die Erlaubnis geben, zwei Experten zurate zu ziehen, um im Vorfeld den Umfang einer offiziellen Ausgrabung einschätzen zu lassen. Für den geologischen Teil wählte ich einen ortsansässigen Fachmann, dessen Name mir arbeitsbedingt geläufig war. Er galt als zuverlässiger Pragmatiker und Experte für Tropfsteinhöhlen. Zusätzlich wollte ich einen ehemaligen Arbeitskollegen einladen, der inzwischen als Dozent tätig war. Ich wusste, dass er sein letztes Hemd für so einen Fund geben würde, sollte er sich als echt herausstellen, und wollte ihm einen kleinen Freundschaftsdienst erweisen. Volker Bose unterrichtete Archäologie an der Ruhr-Uni Bochum und sein Spezialgebiet war zufälligerweise Höhlenmalerei. Ich lud die beiden Experten ein, sich am nächsten Morgen mit mir auf der Baustelle zu treffen. Volker war wie immer zu früh und lehnte mit verschränkten Armen an seinem SUV, als ich meinen Wagen von der geteerten Straße auf die Schotterpiste lenkte und die letzten Meter zur Baustelle rollte. Die Begrüßung fiel etwas reserviert aus, obwohl mein ehemaliger Arbeitskollege seine Neugier kaum verbergen konnte. Warum lässt du denn ausgerechnet mich hier antanzen? Kletterpartien in Höhlenzellen normalerweise nicht zu meiner Aufgabenbeschreibung, beschwerte er sich, morgenmuffelig, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Doch ich konnte sehen, dass er dabei schmunzelte. Ich beschloss die Entdeckung erst einmal für mich zu behalten, bis wir in der Höhle waren. Tatsächlich hatte ich nur den Anfang des Säulengangs gesehen und konnte nicht einschätzen, was die Höhle noch zu bieten hatte. Ich habe etwas gefunden, was genau in deinen Fachbereich fällt, erwiderte ich ausweichend. Da fand ich es angemessen, dich anzurufen. Der Akademiker verzog ungläubig das Gesicht. Mein Fachbereich? Das ist nicht dein Ernst. Angesichts seiner schroffen, direkten Art fiel mir wieder ein, warum ich ihn sowohl sympathisch als auch unerträglich fand. Ich grinste breit. Schaust dir doch einfach an, wenn du mir nicht glaubst. Danken kannst du mir später. Du trägst ja dick auf. Ich hoffe für dich, dass es sich lohnt. Das Wintersemester ist verdammt kurz und ich kann nicht viel in meiner Vorlesungen ausfallen lassen. Ich warf ihm einen Blick zu, der alles Mögliche bedeuten konnte. Vermutlich würde er in ungefähr einer Stunde den Dekan anrufen und alle Vorlesungen absagen, um die Ausgabungen hier leiten zu können. Irgendwie war ich selbst inzwischen von der Echtheit des Fundes überzeugt, obwohl ich noch keinen Beweis dafür hatte. Können wir uns deinen Jahrhundertfund sofort ansehen oder müssen wir noch auf die Mittagsschicht warten, stichelte er weiter. Ein Geologe sollte uns eigentlich noch begleiten, bestätigte ich, aber er verspätet sich aufgrund eines dringenden Termins. Ich zeige dir den Fund trotzdem gern sofort, willigte ich ein, bedeutete ihm mit einer Geste mir zu folgen und führte ihn über die Baustelle. Als wir den eingezäunten Bereich betraten, entfuhr dem Archäologen ein leiser Fluch. Ich war ebenso überrascht, denn die Doline hatte sich über Nacht um einen guten Meter verbreitert. Nach einer kurzen, aber gewissenhaften Prüfung der Bruchkante stiegen wir in die Doline und näherten uns der gähnenden Höhlenöffnung. Kapitel 3 Ingwas Der Same des Zukünftigen Wir erreichten den Höhleneingang. Ich musste kurz frösteln, als ich in die bodenlose Dunkelheit blickte, obwohl ich wusste, was sich dort befand. Vielleicht fröstelte es mich auch gerade deswegen. Um mich selbst zu motivieren, warf ich Volker einen schelmischen Blick zu, setzte meinen Helm auf, der bisher am Gürtel gehangen hatte, und knipste die Lampe an, die darauf befestigt war. Er zog die Stirn in Falten, sparte sich jedoch den Kommentar, während auch er sich vorbereitete. Also wandte ich mich der finsteren Öffnung zu und krabbelte auf Knien über den Eingangsfelsen, bis ich mich am Rand wieder aufrichten konnte. Dort wartete ich auf den Archäologen, der sich Zeit ließ. Mein Blick wanderte über die Felsendecke. Der Strahl meiner Helmlampe glitt über halbdurchsichtigen Röhrensinter, dunklen Stein, und wurde von etwas Silbrigem reflektiert. Ich folgte dem dünnen Faden mit den Augen und entdeckte eine kleine Höhlenspinne, die emsig ihr Netz zwischen den hohlen Kalkröhren knüpfte, die von der Decke hingen. Endlich wurden Schritte hinter mir laut. Ich drehte mich um. Das wird aber auch Zeit. Ich dachte schon, du überlegst es dir anders. Volker grunzte nur zur Antwort. Der Abstieg über den Hang dauerte länger, als ich erwartet hatte, mit dem Archäologen im Schlepptau, der im Gegensatz zu mir kein geübter Kletterer war. Am Ende des Hangs zeigte ich ihm den Spalt im Boden. Wir leuchteten in die Tiefe, konnten jedoch kein Ende entdecken. Dann quetschte ich mich als erster in den schmalen Durchgang, der zur eigentlichen Attraktion der Höhle führte. Als Volker die Säulen erblickte, brach er in ein hohes, ungläubiges Gelächter aus. Seine Stimme wurde gebrochen von den Felswänden zurückgeworfen. Danach verstummte er wieder in andächtiger Ehrfurcht. Ich gab ihm Zeit, auch den Tunnel zwischen den Säulen zu entdecken und äußerte, nach einem weiteren Ausbruch beinahe kindlicher Euphorie, meine Theorie über die Sinterbecken. Der Archäologe war allerdings derart aus dem Häuschen, dass er mir kaum Aufmerksamkeit schenkte. Gleich nachdem er die ersten Felsmalereien entdeckt hatte, war er zwischen den Säulen hindurch und in den niedrigen Tunnel getreten, um die Handabdrücke genauer zu untersuchen. Ich zögerte noch, ihm zu folgen, wartete wieder zwischen den Säulen, als das Licht seiner Helmlampe mich blendete. »Wo bleibst du denn? Komm und sieh dir das an!« Ich atmete tief ein, sammelte allen Mut und trat aus dem Schutz der Pfeiler. Sofort ergriff mich wieder ein nagendes Angstgefühl. Es war lächerlich und ich ärgerte mich darüber, versuchte mir aber nichts anmerken zu lassen, als ich mit eingezogenem Kopf dem Archäologen in die unergründliche Finsternis folgte, die nur schwach durch den Schein meiner Helmlampe erhellt wurde. Erneut hatte ich das Gefühl, dass die Finsternis im Tunnel eine andere Qualität besaß, als in der Höhle zuvor. Einige Schritte voraus zeichnete sich Volkers Silhouette im Schein seiner eigenen Lampe ab. Dann wanderte der Lichtgegel weiter und blendete mich ein zweites Mal. »Das musst du dir ansehen! Das ist unglaublich! Entweder es ist eine geschickte Fälschung oder wir haben tatsächlich einen Jahrhundertfund, quasi Dekaden, in meinem Vorgarten liegen gehabt. Er lachte schrill über den eigenen Witz. Das Licht tanzte über den unebenen, bemalten Felsen und verharrte auf verschiedenen Details. »Wenn das echt ist, dann kannst du dir nicht vorstellen, wie bedeutend dieser Fund ist!« »Deshalb habe ich dich angerufen.« »Soweit ich weiß, gibt es erst einen einzigen deutschen Fund steinzeitlicher Handabdrücke in einer Höhle bei Bamberg.« »Du machst Witze!« »Die Säulen, die Handabdrücke, ganz zu schweigen von der Technik, die sie hier verwendet haben. und meinetwegen auch noch deine Sinterbecken,« zählte er auf. Ich lächelte flüchtig, weil er mir wohl doch zugehört hatte. Er deutete auf einen rot umrandeten Abdruck, der irgendwas überlagerte. Wieder blendete mich das Licht seiner Helmlampe. Ich bemühte mich um einen fragenden Ausdruck, bis der Lichtkegel wieder zurück auf die Wand wanderte und musste die Augen zusammenkneifen, damit ich etwas erkennen konnte, außer weißen Lichtreflexen auf meiner Netzhaut. »Sie haben unterschiedliche Stile verwendet,« erklärte er mit mühsam unterdruckter Aufregung. »Verstehst du, was das bedeutet?« »Nicht wirklich. Das musst du genauer erklären.« »Siehst du die Linien, die den Handabdruck ausfüllen?« »Markierungen innerhalb eines Handabdrucks wurden bisher nur auf Borneo gefunden. Diese hier sind natürlich nicht identisch, sie haben andere Muster verwendet. Aber hier,« er stockte, ließ den Lichtkegel seine Lampe über die Wand gleiten und zeigte auf mehrere Abdrücke, die für mein ungeschultes Auge alle identisch aussahen. »Du meinst, es geht um eine Abweichung von der Norm?« vermutete ich. Aber Volker war schon wieder woanders mit seinen Gedanken. »Wir müssen tiefer rein, wer weiß, was wir noch finden?« Ich murmelte eine Zustimmung und folgte dem Archäologen, der sich überraschend schnell und geschmeidig durch den Tunnel bewegte, so dass ich Mühe hatte, mit dem Schritt zu halten. Immer wieder zeigt er begeistert auf Ausschnitte der Malereien, die ihm auffielen. Das nagende Angstgefühl in mir wuchs mit jedem Schritt. Ich lauschte auf die äonenalte Stille, die hinter unseren Stimmen lauerte und hervorkroch, wenn unser Gespräch verstummte. Mir blieb lediglich der tröstende Gedanke, nicht allein hier unten zu sein, so dass ich mir einzureden versuchte, meine überreizten Nerven spielten mir optische und akustische Streiche. Die Finsternis vor uns schien immer noch eine eigenwillige Viskosität zu besitzen und das dumpfe Echo unserer Stimmen klang abstoßend misstönend. Plötzlich schrie Volker vor mir auf. Ich machte einen erschrockenen Satz, rempelte ihn dabei an und schob ihn dadurch aus dem Tunnel in eine zweite Grotte, die sich je vor uns auftrat. Das glaube ich nicht, meinte Volker mit brüchiger Stimme. Die Lichtkegel unserer Helmlampen fraßen sich durch die zähe Dunkelheit der Grotte, die nach dem ersten Empfinden rund zu sein schien, soweit man es beurteilen konnte. Der Tunnel endete etwa einen Meter über dem Bodenniveau der Höhle, aber die Differenz wurde mit einer Art Rampe aus Schotter und Geröll überbrückt, was an eine Straße erinnerte, die sich einmal um die ganze Höhle wand. Links endete dieser Pfad an der Felswand, rechts wurde er von senkrecht stehenden Felsen begrenzt, die dem Grottenverlauf entsprechend einen Kreis bildeten. Leider reichte das Licht nicht aus, um alles gleichzeitig zu beleuchten. Hinkelsteine, hauchte ich fassungslos. Das müssen wir uns genauer ansehen, kreichte Volker neben mir, packte im selben Moment meinen Arm und zog mich zwischen den Menhieren hindurch in das schattenbevölkerte Zentrum. Unsere Lampen stachen wie zwei Lanzen aus Helligkeit in die viskose Finsternis und erfassten irgendein Gebilde in der Mitte. Es mochte irgendwann einmal ein Sockel mit einer Figur darauf gewesen sein, nun aber glich es mehr einem Stalagmiten, so versintert wie es aussah. Das archaische Götzenbild war nur noch grob unter den dicken Kalzitschichten zu erkennen, aber gewisse Archetypen waren immer noch zu bestimmen. Erst unmittelbar vor dem Sockel wurde Volker langsamer und entließ mich aus seinem eisernen Griff. Ich schrieb mir den schmerzenden Arm, dann wanderte mein Blick hinauf zu dem Götzenbildnis. Der Anblick ließ mich kurz aufschreien, das Echo kehrte mehrfach gebrochen von den Höhlenwänden zurück und ich versank in unaussprechlichem Grauen. Die mannshohe Statur musste ein Produkt aus Wahnsinn und Terror sein. Kapitel 4 Otala Ein dunkles Erbe der Ahnen Mein Blick hing wie festgenagelt an diesem Bildnis steingewordenen Grauens, ohne dass ich in der Lage gewesen wäre, auch nur annähernd zu begreifen, was ich da betrachtete. Es war grob humanoid, aber grässlich verzerrt. Das Gesamtbild entzog sich vollständig meinem Verstand, so dass ich die Statue ausschnittsweise mit Blicken abtasten musste, um das ganze Bild im Gedächtnis zusammen zu setzen. Der Kopf wirkte entfernt menschlich, aber alle Gesichtszüge verschwanden unter den Kalkablagerungen. Einen Hals gab es nicht, oder er war gleichsam unter den Kalzitschichten von Jahrtausenden verschwunden. Es sah aus, als Stecke der Kopf auf fleischigen Wülsten, die an Masse gewannen, um in einen rudimentären Oberkörper zu münden. Schultern gab es nicht, die wieder natürlich dünnen Arme wuchsen einfach aus dem aufgeblähten Leib, der auf der Vorderseite noch zusätzlich rudimentäre Wölbungen aufwies. Ich zählte sieben dieser unregelmäßig angeordneten Erhebungen und weigerte mich einfach, dabei an weibliche Brüste zu denken. Ekel schnürte mir die Kehle zu. Auf der Höhe des Ellenbogens teilten sich die dürren Arme in jeweils zwei Unterarme, die in einer offerierenden Geste die vier Handflächen flach nach oben richteten. Im Laufe unzähliger Jahrhunderte waren Stalaktiten von den Armen heruntergewachsen, was den Anschein erweckte, die ganze Figur sei mit flüssigem Wachs übergossen worden, der von den Armen herunter tropfte. Irgendein Mineral musste sich ausgerechnet an dieser Stelle mit dem Kalk verbunden haben, so dass die Oberfläche anstelle der typisch milchigen Färbung einen rostbraunen Farbton angenommen hatte. Alles das musste eine Ertäuschung sein, hervorgerufen durch die Versinterung, das war doch unmöglich. Oder es handelte sich doch um eine Fälschung, eine Filmrequisite vielleicht? Wenn ich im Stadtarchiv Nachforschungen anstellte, würde ich sicher herausfinden, dass diese Höhle einmal im Privatbesitz gewesen und aktiv genutzt worden war. So musste es sein. Mein Blick wanderte ohne mein Zutun wieder an der Statue hinauf. Die verzerrten Gesichtszüge waren definitiv nicht menschlich. Für den Bruchteil einer Sekunde schien sich etwas unter der Oberfläche des Steins zu bewegen, sacht und zaghaft, wie das plötzliche Zucken eines Schläfers, der sich im Traum befindet. Die Spannung in der Luft setzte mir immer mehr zu. Ich bekam keine Luft mehr. Die Fantasie spielte mir Streiche. Hier war doch nichts, wovor ich mich fürchten müsste. Ich klammerte mich mit Macht an diesen Gedanken, aber es half nichts. Die Grotte machte einen Satz und der Boden sprang mir entgegen. Nicht hier schoss es mir durch den Kopf, bevor ich mit einem leisen Schrei schreckte ich aus der Bewusstlosigkeit. Für einen grauen erregenden Moment irrte mein Blick über rustikale Tische und Bänke. Ein Letzte woran ich mich erinnerte war das Treffen mit meinem ehemaligen Arbeitskollegen Volker. Ich hatte ihm die Höhle gezeigt und die Erinnerung an das Götzenbild blitzte vor meinem inneren Auge wieder auf. Die widernatürlichen Proportionen, die ekelhafte Fleischigkeit, die mir den Magen umdrehte. Wieder ergriff Schwindel Besitz von mir. Ich richtete mich auf der Bank in eine sitzende Position auf und atmete bewusst und konzentriert, um die Übelkeit unter Kontrolle zu halten. Aus einem angrenzenden Zimmer irgendwo links von mir drang eine gedämpfte Stimme und ich erkannte Volker, der offenbar telefonierte. Er schien sich über irgendetwas furchtbar zu ärgern und brüllte seinen Gesprächspartner stellenweise regelrecht an. Von rechts erklang mit einem Mal das Geräusch einer Tür, die geöffnet wurde und Schritte näherten sich. Ich hob den Blick und sah mich einer üppigen, großgewachsenen Blondine gegenüber, die mit einem Lächeln und einem Glas Wasser auf mich zukam. »Ah, sie sind aufgewacht. Ich hätte ja beinahe einen Krankenwagen gerufen, aber ihr Freund da, sie deutete grob in die Richtung, aus der man Volker gedämpft Fluchen hören konnte, der meinte, sie würden ihm das übel nehmen, wenn sie im Krankenhaus aufwachen und womöglich ein paar Tage zur Beobachtung bleiben müssten. Ich stellte das Wasser auf dem Tisch vor mir ab und bedachte mich mit einem erwartungsvollen Blick. »Das ist richtig«, murmelte ich, noch etwas verwirrt vom schnellen Gang der Ereignisse. Ein Gefühl von Dankbarkeit und Freundschaft wallte in mir hoch. Volker hatte mich nicht nur irgendwie aus der Höhle geschleppt, sondern auch meine Beteiligung an der Ausgrabung gerettet. »Wo bin ich hier eigentlich?« wollte ich wissen. Im Wirtshaus zum Sternenfänger, Ortsteil Lössel. Und das da, sie zeigt auch das Glas Wasser, ist für sie, weil ich vermute, dass sie etwas dehydriert sind. Möchten sie vielleicht auf ihr Zimmer? Als sie ankamen, hatten die Gäste vor ihnen noch nicht ausgecheckt, aber jetzt können sie sich richtig hinlegen, wenn sie wollen. Zimmer? Ich griff nach dem Wasser und nahm einen kleinen Schluck. Erst als das kühle Nass meine Lippen befeuchtete, merkte ich, wie durstig ich tatsächlich war und stürzte den Inhalt des Glases in einem Zug meine ausgetrocknete Kehling unter. Ihr Freund hat Zimmer für sie beide gebucht. Das ist gut. Wenn ich mich richtig erinnere, dann liegt Dörsel nur zehn Autominuten von der Baustelle entfernt, überlegte ich laut. Ungefähr ja, wenn sie das Bauprojekt für die Neubausiedlung meinen. Ich nickte. Wissen sie, was mit meinem Auto passiert ist? Sie sind nur mit einem Wagen angekommen, ich vermute aber, dass ihr Freund später noch einmal zurück fahren will. Dann können sie ihr Auto sicher abholen. Sie sind ja gut informiert, lächelte ich. Die blonde Wirtin schien das als Kompliment aufzufassen, denn sie straffte die Schultern und lächelte ebenfalls. Gehört alles zum Service, kommentierte sie meine Bemerkung. Ich muss sie leider wieder allein lassen, die Kneipe öffnet gleich. Ihr Freund hat ihren Zimmerschlüssel, falls sie sich doch hinlegen möchten. Danke, ich bleibe erst mal hier. Und dann müssen mein, ich zögerte kurz, mein Freund und ich uns besprechen, wie das weitere Vorgehen aussieht. Wie sie meinen? Die Wirtin nickte mir zu und steuerte mit elegantem Hüftschwung die Türe an. Sie hatte zwar einiges auf den Rippen, wirkte aber trotz allem nicht unattraktiv. Das volle weizenblonde Haar hatte sie zu einem dicken Zopf geflochten, der ihr fast bis zum Steißbein reichte und bei jedem Schritt leicht hin und her pendelte. An der Tür drehte sie sich noch einmal um. Wenn sie noch etwas brauchen, sie findet mich entweder in der Kneipe am Ende des Flurs oder später an der Rezeption. Dann war sie fort. Die Tür glitt mit einem leisen Klicken ins Schloss. Stille kroch wie Watte in meine Ohren. Verwundert bemerkte ich, dass Volkers Fluchen und Schimpfen aus dem Nebenraum verstummt war. Im selben Moment öffnete sich eine Tür zu meiner Linken, die ich bis jetzt nicht wahrgenommen hatte. Mit einem breiten Grinsen gesellte sich Volker zu mir und nahm mir gegenüber am Tisch Platz. Na, ausgeschlafen, Dornröschen? Ich verzog das Gesicht. Hoffentlich bin ich nicht aufgewacht, weil du mich wach geküsst hast. Keine Sorge, meine Leidenschaft hebe ich mir für die Wirtin auf. Ich wusste nicht, dass du auf Wucht rum entstehst, stichelte ich. Auf die ganz besonders entgegnete er mit einem ekelhaft anzüglichen Grinsen. Du hast dich echt kein Stück verändert, seufzte ich. Er warf mir einen erwartungsvollen Blick zu und schien auf etwas zu warten. Ich blickte auf das leere Glas in meinen Händen und das Grinsen zu verbergen. Danke, dass du mich nicht ins Krankenhaus gebracht hast, sagte ich leise. Und? Und dass du schon Zimmer für uns gebucht hast. Ich sah wieder auf, jetzt war meine Neugier geweckt. Mit wem hast du telefoniert? Der arme Teufel am anderen Ende ist von dir ja richtig zusammengefaltet worden. Außerdem, wie hast du es mit mir aus der Höhle geschafft? Der Abstieg war alles andere als einfach für dich. Er zuckte mit den Schultern und ein Anflug von schlechtem Gewissen huscht über sein Gesicht, als hätte er etwas ausgefressen. Mach dir darüber keine Gedanken. Ich hab's geschafft und vor allem habe ich dich nicht auf den Kopf fallen lassen. Jetzt grinste er wieder als er fort fuhr. Telefoniert habe ich mit dem Dekan. Ich werde die Ausgrabung leiten. Bist du dir sicher? entgegnete ich. Es könnte sich immer noch um eine groß angelegte Täuschung handeln. Das Risiko gehe ich gerne ein, denn falls es sich nicht um eine Fälschung handelt, will ich der Erste sein, der die Kultstätte untersucht. Volkers Enthusiasmus ließ mich ebenfalls grinsen. Ich hatte nichts anderes erwartet. Du solltest etwas essen, bevor wir los waren. Wir sind in zwei Stunden mit einem Geologen an der Höhle verabredet. Ich hob eine Augenbraue. Volker hob abwehrend die Hände. Dein Telefon klingelte. Du hast die schlafende Prinzessin gespielt, also bin ich ein Schnitzel mit Pommes später fand ich mich zum zweiten Mal an diesem Tag vor dem gähnenden Schlund der Höhle wieder. Meine dritte Besichtigung verlief überraschend ereignislos, abgesehen von dem unterschwelligen Angstgefühl, dass es mir nicht ermöglichte, den Sensationsfund angemessen zu würdigen und meine Konzentration so stark beeinträchtigte, dass ich den Gesprächen der beiden Wissenschaftler kaum folgen konnte. Wie die Male zuvor widerstrebte es mir, zwischen den Säulen hindurch in den Tunnel zu treten, aber ich riss mich zusammen. Als würde man eine unsichtbare Barriere passieren oder durch eine Sprungschicht tauchen, die unterschiedlich temperierte Wasserströmungen voneinander trennte. In der Grotte hielte ich mich dicht beim Tunnel, damit sich das Missgeschick vom Vormittag nicht wiederholte. Trotzdem fühlte ich mich immer wieder genötigt, in die Richtung der Götzenfigur zu sehen, obwohl ich sie kaum in der finsteren Grotte ausmachen konnte. Selbst dann nicht, als Volker mit dem Geologen die Figur in Augenschein nahm und die hellen Kegel ihrer Helmlampen sich zitternd auf die Statue erhefteten, als hätte das Licht in der Grotte seine Kraft verloren oder die Finsternis mehr Substanz gewonnen. Schaudernd zählte ich die Minuten, bis meine Begleiter endlich wieder zurückkehrten und ich die gespenstische Höhle verlassen durfte. Ich stellte mir zum ersten Mal die Frage, ob ich wirklich an der bevorstehenden Ausgrabung teilnehmen wollte. Alles an diesem Fund war mir zuwider und flößte mir unbeschreibliche Angst ein. Andererseits war das eine furchtbar lächerliche Begründung, um sich aus diesem Projekt zurückzuziehen, das möglicherweise tatsächlich alle Erkenntnisse über unsere Vorfahren auf den Kopf stellen könnte. Wenn ich nicht an dieser Ausgrabung teilnehmen würde, könnte ich genauso gut gleichen Rente gehen und das käme glatt 20 Jahre zu früh. Ich würde mir alle beruflichen Chancen verbauen. Obwohl ich bereits eine neue Stelle in Aussicht hatte und sogar schon der Termin für meinen Umzug feststand, sollte ich einfach gehen und dem Sauerland ein paar Monate früher als geplant den Rücken kehren oder sollte ich bleiben und Teil einer bedeutenden Ausgrabung werden, die geeignet war, die Welt zu verändern. Ich musste ja nur meine kindische Angst in den Griff bekommen. Als wir den Rückweg antraten, hatte ich mich entschieden. Ich würde bleiben. Kapitel 5 Lagos Himmelsfluten Dieses Bild erzählt von einer Gottheit, die das Land und alle Lebewesen beherrschte. Schau hier, die Position der Figur. Sie steht über den Tierherden und den Menschen. Volker deutete auf eine gemalte Abbildung eines Wesens, welches dem des Götzenbildnisses entsprach. Ich nickte. Darunter war eine typische Jagdszene zu sehen, wie man sie häufig in der Steinzeitkunst finden konnte. Woher weißt du, dass es eine Gottheit sein muss, wollte ich wissen. Das verraten mir die folgenden Bilder, schau. Er trat einen Schritt weiter und gab damit den Blick auf zwei Bilder frei, die nur halb so hoch wie das vorangegangene waren, aber übereinander gezeichnet und damit genauso groß wie das erste Bild waren. Hier sieht man, wie die Gottheit die Pflanzen wachsen lässt. Die Geste der Hände ist dabei sicher entscheidend. Sie hält die Handflächen nach außen. Die Pflanzen sind groß und üppig gezeichnet und es gibt viele Tiere, die sehr lebendig wirken. Dann zeigt er auf das untere Bild. Hier hält sie die Arme ausgestreckt mit den Handflächen nach unten. Es gibt keine Darstellung von Pflanzen und die Tiere stehen verkehrt herum mit den Füßen in die Luft, was man als synonym für den Tod interpretieren kann. Das ist unglaublich, bemerkte ich und trat einen Schritt näher an die Felswand heran. Dadurch fiel mein Schatten auf den Felsen und raubte mir die Sicht. In den letzten Tagen hatte die Höhle eine umfassende Wandlung durchlaufen. Leistungsstarke Scheinwerfer sorgten dank eines großen Diesel Generators im Freien für eine dauerhafte Beleuchtung. Mit zunehmendem Licht verflüchtigten sich die sonderbaren Schrecken, die mir die Höhle vorgegaukelt hatte und ich war froh, mich für die Ausgrabung entschieden zu haben. Jetzt wimmelte es hier von Arschäologen und Geologen, die akribisch jeden Zentimeter der beiden Höhlen unter die Lupe nahmen, damit kein Geheimnis unentdeckt blieb. Das zehnköpfige Team war größtenteils im Wirtshaus untergebracht, nur der ortsansässige Geologe und ein Kollege von ihm fuhren jeden Abend nach Hause. In der Kuppelgrotte, wie wir die zweite Höhle mit dem Götzenbildnis getauft hatten, brachten wir im wahrsten Sinne des Wortes gleich eine überraschende Sensation ans Licht. Die Felswände waren mit Bildern bemalt, die vermutlich eine zusammenhängende Geschichte erzählte. Volker war sofort in seinem Element, ließ die Handabdrücke des Tunnels augenblicklich links liegen und verwendete jede freie Minute auf die Interpretation und Dokumentation der Felszeichnungen. Ich hingegen hatte eine Menge organisatorische Pflichten übernommen, weshalb ich mir nur einmal am Tag einen kurzen Besuch auf der Ausgrabungsstätte erlauben konnte. Meine Hauptaufgaben bestanden allerdings eher darin, Streitigkeiten zu schlichten, was ich nun überhaupt nicht erwartet hatte. Als Vertreter des Denkmalamtes sah man mich als offiziellen Vertreter der Geldgeber an und trug mir alles zu, was nicht funktionierte. Irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt. Zwischen den Geologen und Archäologen herrschte ein mittelschwerer Disput, was die Sinterbecken betraf, während die Mineralfreunde die kunstvollen Gebilde zu schützen suchten, um sie zu erhalten, wollten die Scherbensammler sie am liebsten abreißen, um die inzwischen einhellig vertretene Theorie einer darunter befindlichen Treppe zu prüfen. Erschwert wurde die Angelegenheit durch eine Holzbohlenkonstruktion, die als rudimentärer Abstieg fungierte und leider nur parallel zu den Sinterbecken installiert werden konnte, weil der Hang sich dort am besten für eine Treppe eignete. Die ständige Nähe zu den Sinterbecken verleitete die streitenden Parteien immer wieder dazu, ihrem Disput Ausdruck zu verleihen. Ich musste täglich mit viel Diplomatie und Feingefühl zwischen den verhärteten Fronten vermitteln, doch noch war keine Lösung in Sicht. Genauso musste ich täglich mehrmals mit verschiedenen Unternehmen des Siedlungsprojektes Telefonieren und ihnen immer wieder aufs Neue erklären, warum die Ausgrabung auf unabsehbare Zeit andauerte. Jedes Gespräch endete mit einer Empfehlung meinerseits, einfach die Straße zu verlegen, damit die Bauarbeiten an der Neubausiedlung wieder aufgenommen werden konnten. Und die Bauherren drohten daraufhin, wie auswendig gelernt mit ihren guten Beziehungen zu kommunalen Vertretern in der Politik, worauf ich stets antwortete, dass auch die Politiker sich an die Gesetze halten müssten. Diesen Teil meines Jobs mochte ich überhaupt nicht. Aber die Momente, die ich täglich auf der Ausgrabung verbringen konnte, um hautnah die neuesten Erkenntnisse mitzuerleben, machten den unangenehmen Part mehr als Wett. Habt ihr schon herausgefunden, wie es zu den untypischen Pflanzendarstellungen kommt? wollte ich wissen und betrachtete die Abbildung eines Baumes, der mit seinen knorrigen Ästen an eine alte Eiche erinnerte. Für Stamm und Äste hatten die Urzeitkünstler schwarz gewählt, die Krone war weiß, in der Mangelung grüner Farbpigmente. Nein, leider nicht, es bleibt eine absolute Besonderheit, seufzte Volker. Bei der Farbgebung haben wir aber inzwischen eine eindeutige Statistik erstellen können, grinste er. Lass dich nicht lange bitten, forderte ich. Die schwarze Farbe ist der Gottheit und den Pflanzendarstellungen vorbehalten. Das stützt unter anderem meine Theorie, dass diese Gottheit Macht über die Pflanzen hatte und damit natürlich auch die Tiere beherrscht hat, die ohne Nahrung verhungern mussten. Die rote Farbe wurde ausschließlich für Handabdrücke und Tiere verwendet, wobei es noch eine kleine Besonderheit bei den Handabdrücken gibt. Die Künstler haben ihr eigenes Blut mit in die Farbe gerührt, bei den Tieren wurden nur Mineralien verwendet. Das ist erstaunlich, gab ich zu. Was ist mit der weißen Farbe? Wir sind uns noch nicht ganz sicher, das Labor prüft noch die Zusammensetzung. Natürlich gibt es einen großen Kalkanteil, der die weiße Färbung bedingt, aber es gibt auch einige Pflanzen Anteile, was darauf hindeuten könnte, dass die Blätter der Bäume tatsächlich irgendwann einmal grün aussahen. Das wäre spektakulär, weil wir niemals irgendwo grüne Farbfigmente gefunden haben. Sie oxidieren einfach zu schnell und nehmen eine braune Färbung an. Hat das Labor schon etwas zum Alter der Felszeichnungen gesagt? Ja, sie datieren den Fund auf ca. 50.000 Jahre, das ist ungefähr die Grenze zum Beginn der Sesshaftigkeit. Dann ist die Echtheit jetzt also tatsächlich offiziell bewiesen, lächelte ich. Das freut mich sehr. Es ist alles echt, wie ich vermutet habe. Und es ist echt bizarr. Komm, ich muss dir noch mehr zeigen. Volker wies mit einem Arm auf die verabschauungswürdige Statue, der wir bisher den Rücken zugekehrt hatten. Es war mir immer noch unangenehm, das Götzenbild zu betrachten, doch seit die Höhle über eine angemessene Beleuchtung verfügte, war es bei einem leichten Unwohlsein geblieben. Das Licht schien zwar weniger hell, als es eigentlich sein sollte, doch diesen Eindruck schob ich auf meine Einbildungskraft, die mir zu Beginn meiner Erkundungen hier unten so grausame Streiche gespielt hatte. Ich bemerkte, dass man mit ersten Restaurationsarbeiten begonnen hatte, die Stalaktiten unter den ekelhaft dürren Armen waren entfernt worden. Wir haben die Tropfsteine abgenommen und ebenfalls ins Labor geschickt, erklärte Volker, als hätte er meine Gedanken gelesen. Die sagen, dass die Steine in nur wenigen Jahrzehnten gewachsen sein müssen und dann einfach damit aufgehört haben. Ist das nicht mysteriös? Naja, überlegte ich laut, das kann auf eine natürliche Veränderung der Bodenschichten zurückgehen. Leben könnte sich über den porösen Felsen gelegt haben, sodass einfach kein Wasser mehr in die Höhle eindringen konnte. Das ist möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Wir sollten das nachprüfen. Hast du einen Verdacht? Vielleicht, meinte er ausweichend. Es ist noch zu vage, um spruchreif zu sein. Verstehe. Ich wandte mich von der Statue ab und ließ meinen Blick über die Menhiere gleiten. Ilf senkrechte Felsen zu einem Kreis um das Götzen Bildnis angeordnet. Die Innenseite aller Steine war schwarz verfärbt, ebenso der Bereich um sie herum, sodass sich ein deutlich erkennbarer Ring abzeichnete. Das Labor hatte erst gestern gemeldet, dass es sich um Ruß handelte, aber diese Erkenntnis warf eine ganze Reihe weiterer Fragen auf. Was ist mit den Hinkelsteinen, wollte ich wissen. Habt ihr da etwas Neues herausgefunden? Nichts, was den Ruß betrifft. Man hat sie wohl den Hang runterrutschen lassen. Wir haben festgestellt, dass der Tunnel Schleifspuren aufweist, was auch den scharf konturierten Eingang erklären könnte, wenn die Steine da durchgezogen oder geschoben wurden. Ich drehte mich einmal um meine Achse und begutachtete die Grotte in ihrer Gesamtheit. Die Felsmalereien auf den Wänden im Hintergrund, der Kreis aus Hinkelstein mit dem schwarzen Ring, in dessen Zentrum der Sockel des Götzenbildnisses stand. Nichts in der Grotte zeigte Spuren von Versinterung. Warum die Statue so viele Kalkablagerungen aufwies, war fast schon wieder ein neues Rätsel, obwohl vermutlich ein Zufall dafür verantwortlich war, bedachte man die natürliche Entstehung von Tropfstenhöhlen. Mein Smartphone erwachte vibrierend zum Leben. Ich hatte mir angewöhnt einen Wecker zu stellen, damit ich die Zeit nicht vergaß, denn aus einem unerfindlichen Grund schien sie in der Grotte schneller zu vergehen, als die innere Uhr es mir sagte. Ich muss wieder los, seufzte ich. Auf mich wartet noch Papierkram. Schade, ich hätte dir gerne noch mehr gezeigt. Wir sehen uns doch. Keine Sorge, meine Neugier ist viel zu groß, als dass ich mir deinen Bericht entgehen lassen würde. Na dann bis morgen. Von wegen, bis heute Abend. Ich hoffe, wir sehen uns später in der Kneipe, dann will ich den Rest der Geschichte hören. Ich zeigte scherzhaft auf die Felswand. Pappkorb, sieh zu, dass du Land gewinnst, hältst mich von der Arbeit ab und willst dann auch noch auf Ansprüche stellen, schimpfte der Arschäologe in gespieltem Zorn. Wir lachten, klopften uns gegenseitig auf die Schultern, dann machte ich mich auf den Rückweg. Ich fühlte mich trotz allem erleichtert, als spürte. Das Gefühl hatte sich seit dem ersten Tag nicht verändert. Selbst wenn der Himmel wie jetzt mit bleiernden Wolken verhangen war, die reich dem Horizont entgegen eilten. Schlechtes Wetter kündigte sich an. Ein Schauer jagte mir den Rücken runter. Mit der Gewissheit, dass ich nicht mehr auf der Straße unterwegs sein wollte, wenn der Regen loslegte, beeilte ich mich ins Hotel zu fahren. Tatsächlich schaffte ich es gerade noch, trockenen Fußes das Gebäude zu betreten, als der Himmel wie aufs Stichwort seine Schleusen öffnete und der Regen ganz plötzlich und mit voller Stärke einsetzte. Kein sporadisches Tröpfeln ging dem Schauer voraus, kein Windhauch, der oft unmittelbar vor einem Schauer durch die Bäume strich. Ich stand noch im Eingangsbereich nahe der Rezeption des Wirtshauses, als das gleichmäßige Rauschen die Luft erfüllte und warf einen erleichterten Blick zurück. Der Regen fiel so dicht, dass ich kaum mein Auto auf dem Parkplatz wenige Schritte vor dem Haus erkennen konnte. Ich beglückwünschte mich dafür, rechtzeitig angekommen zu sein und nicht durch diese trübe Suppe fahren zu müssen. Mein Gefühl hatte mich nicht getäuscht. Von der Rezeption führte eine Treppe in den ersten Stock, wo sich insgesamt acht Gästezimmer befanden. Zimmer 1 bis 4 auf einem Flur zur rechten Seite, Zimmer 5 bis 8 links. Ein dicker Teppich Teppich dämpfte alle Schritte, aber das Trommeln des Regens drang durch das Fenster am Ende des linken Flures und erfüllte die Luft mit dem charakteristischen leisen Rauschen. Der rechte Flur hatte kein Fenster, dort befand sich ein Gästezimmer vor Kopf. Aus Gewohnheit betätigte ich den Lichtschalter, weil mir das Zwielicht ein unwohles Gefühl bereitete, obwohl ich Ich hatte die Zimmer Nummer 6 am Ende des Ganges erhalten. Volker war mir gegenüber in der 7 anquartiert worden. Das Zimmer selbst war überraschend komfortabel eingerichtet. Ein dunkelblauer dicker Teppich dämpfte auch hier alle Schritte, die Möblierung war zweckmäßig schlicht, aber das Zimmer verfügte über einen kleinen Wasserkocher mit einer Auswahl der gebräuchlichsten Teesorten. Als Kaffeetrinker hatte ich mir noch am ersten Abend in dem örtlichen Supermarkt löslichen Kaffee und Würfelzucker gekauft, um den Service nach meinem Geschmack zu nutzen. Jetzt freute ich mich auf ein heißes Getränk. Während ich mich in den langweiligen Papierkram vertiefte, ergriff eine überwältigende Müdigkeit besetzt von mir. Der Kaffee schien keinerlei Wirkung zu entfalten, stattdessen übte das gleichmäßige, monotone Rauschen des Regens eine geradezu hypnotische Wirkung auf mich aus, der ich nicht lange widerstehen konnte. Ehe ich es bemerkte, nickte ich am Schreibtisch sitzend ein und glitt in einen bizarren Albtraum. Kapitel 6 Manas Wie Zweifel wachsen Ich schwebte körperlos durch diffuses Zwielicht. Sonderbare Echos erfüllten die Luft, die allmählich zu einem langsamen, rhythmischen Pochen geronnen, wie der gewaltige Herzschlag eines grotesken Wesens. Eines fremden Wesens mit einem kalten und eintönigen Herzschlag im Gegensatz zu dem dynamischen Doppelklang menschlicher Herzen. Es fröstelte mich und ich wollte umkehren, doch eine unsichtbare Macht zog mich weiter auf meinen Pfad durch die viskose Dämmerung. Gerade aus und dann nach oben. Die Dämmerung veränderte sich, bildete dunkle Konturen aus unscharf und vage. Das Pochen nahm eine neue Qualität an, die mich in Schrecken versetzte. Hämmernd, fordernd, kalt. Ich kämpfte gegen die Bewegung, wollte umkehren, zur Seite ausweichen, nur nicht weiter gerade aus, aber ich hatte keinen Körper mit Gliedmaßen, die sich festhalten konnten, und das diffuse halbdunkel offenbarte keine Objekte, die ich hätte greifen können. Die dunklen Konturen verdichteten sich zu wabernden Schatten, die mir die Sicht raubten. Eisige Kälte ging von ihnen aus und wo sie mich berührten, drang tödliches Frösteln in mein Innerstes, lähmte das Denken, machte mich träge und schwer, zu schwer für die Macht, die mich vorwärts zog. Einen schrecklichen Moment schwebte ich einfach auf der Stelle, während die Schatten sich um mich versammelten und einen grotesken Reigen aufführten, wie Raubfische, die im Rudel ein Opfer umkreisten. Dann sank ich. Von Grauen erfüllt löste sich ein Schrei aus meiner Kehle, aber er hatte keinen Klang, ging im übermächtigen Pochen einfach unter. Die Schatten hüllten mich ein, aus dem Frösteln wurde tödliches Frieren, und ich erwachte mit einem grässlichen Schauer, der mir Gänsehaut am ganzen Körper verpasste. Verwirrt sah ich auf. Das Zimmer lag fast im Dunkeln, nur die kleine Schreibtischlampe spendete etwas Licht und warf groteske Schatten in den Raum. Erschrocken sprang ich auf, tappte zur Tür und knipste das Licht an. Die Lampe flammte auf, schien den Raum aber nicht besser zu beleuchten. Zusätzlich schaltete ich auch noch beide Nachttischlampen des Doppelbettes ein, aber der Eindruck dämmeriger Beleuchtung blieb. Als hätten sich die bizarren Traumelemente in dem Zimmer eingenistet und weigerten sich, vor dem Licht zurückzuweichen. Ein vages Gefühl der Beklommenheit machte sich in mir breit. Ich schaltete auch das Badezimmer Licht ein. Der Gedanke an einen dunklen Fleck in meiner Umgebung versetzte mich in Angst. Im nächsten Moment ärgerte ich mich. Wann war ich denn so empfindlich geworden, dass mir ein dummer Albtraum so zusetzte? Aber die Antwort kannte ich nur zu gut. Meine Fantasie spielte verrückt, seit ich das erste Mal in der verdammten Höhle gewesen war. Irgendetwas an diesem Fund berührte mich mehr, als es sollte. Es war lächerlich und ich hätte es nie einem anderen Menschen gegenüber zugeben können, aber mich selbst konnte ich nicht belügen. Trotzdem klammerte ich mich an die Hoffnung, dass irgendwann ein Gewöhnungseffekt eintreten würde, wenn ich nur weiterhin jeden Tag die Ausgrabung besuchte. Jetzt fröstelte ich wieder bei dem Gedanken an das abscheuliche Götzenbildnis in der Kuppelgrotte. Im Grunde hätte ich längst einen anderen Auftrag annehmen können. Der Papierkram konnte auch von Kollegen im Büro erledigt werden, aber ich hatte das Gefühl, dass ich diese Angelegenheit mit mir selbst ausfechten musste, um überhaupt weiterhin meinen Job ausüben zu können. Das war alles so lächerlich. Sicher war ich einfach nur gestresst und überarbeitet. Ja, das musste es sein. Ich entschied mich dafür, die üblichen Stressbewältigungs Maßnahmen zu ergreifen, die mich schon oft vor Dienstreisekoller Überstunden Frust und allgemein schlechter Laune gerettet hatten. Ich gönnte mir eine heiße Dusche und verließ wenig später meine Unterkunft, um etwas zu essen. Das Licht ließ sich jedoch eingeschaltet, als sich die Tür hinter mir schloss. Die Kneipe war genauso rustikal eingerichtet wie der Partyraum, in dem ich einige Tage zuvor aus der Ohnmacht erwacht war. Ich bestellte einen Jägerschnitzel mit Bratkartoffeln und ein Bier bei der Blonden Wirtin. Ein Blick auf die Uhr verriet, dass es noch einige Zeit dauern würde, bis ich mit der Gesellschaft von Volker rechnen durfte. Es war gerade kurz nach 5 Uhr und er verließ die Ausgrabung für gewöhnlich immer erst gegen 8 Uhr. Doch ich hatte kaum aufgegessen, da schlenderten die Teilnehmer der Ausgrabung durch Nest und mit langen Gesichtern in die Kneipe, bestellten heiße Getränke und Abendbrot. Es musste etwas vorgefallen sein. Mein Blick suchte Volker in der Gruppe der Neuankömmlinge und entdeckte ihn schließlich in eine Nische sitzend, so niedergeschlagen, wie ich ihn nur einmal nach der Trennung von einer Jugendfreundin gesehen hatte. Hastig schaufelte ich die letzten Bratkartoffeln in meinen Mund, stellte den Teller auf dem Weg zu Volker auf den Tresen ab und setzte mich zu ihm. Was ist passiert, kam ich sofort zur Sache. Er seufzte nur bekümmert, rieb sich das müde Gesicht und sah mich enttäuscht an. Regen, meinte er trocken. Eine Ahnung keimte in mir auf, aber meine Gefühle stritten darum, ob ich mich freuen sollte. Wie schlimm ist es? Schlimm genug, dass wir abbrechen mussten, sonst hätten wir in der Kuppelgrotte übernachten müssen. Aber es wurde nichts beschädigt, wenn du das meinst. Bei dem Gedanken, eine Nacht in der Schatten erfüllten Höhle verbringen zu müssen, machte sich ein schlaues Gefühl in meiner Magen Gegend breit. Bitte etwas genauer, forderte ich dennoch. Der Regen von der Straße hat sich in der Holine gesammelt und ist in den Schacht eingedrungen. Aber wie sich herausstellte, ist der Spalt am Ende des Hangs der tiefste Punkt der unteren Ebene und das Wasser konnte da wie durch einen großen Gulli abfließen. Das Problem bestand darin, den Hang zu erklimmen, weil die Holzbohlen furchtbar rutschig wurden und wir die Treppe ja noch nicht benutzen können, bis die Kalk Ablagerungen entfernt sind. Er grinste hämlich. Ich nickte und lehnte mich zurück. Meine Gefühle stritten immer noch. Trinkst du noch ein Bier mit mir? riss mich Volk aus meinem Disput und signalisierte der Wirtin mit einer Geste seine Bestellung. Hast du noch Fortschritte gemacht? Ich mache jeden Tag Fortschritte, sagte der Arschäologe und grinste schon wieder flüchtig. Lass hören, neckte ich ihn. Weißt du, begann er zögernd, mich beschäftigt vor allem diese Gottheit, die Naturgewalten, die sie beherrschte, das Wesen, ihre Geschichte. Einen Moment schwieg er. Das Bier wurde gebracht und ich nahm einen kräftigen Schluck. Der Arschäologe fuhr fort, jedes Mal, wenn ich die Höhle betrete, dann habe ich den Eindruck, einen Schritt in die Vergangenheit zu machen, der mich dieser urtümlichen Schönheit näher bringt. Der Ekel, der in mir hochwallte, musste sich deutlich auf meinem Gesicht abzeichnen, denn Volker hob eine Augenbraue. Ich kann diese Statue mit vielen Adjektiven belegen, aber schön gehört definitiv nicht dazu, erklärte ich angewidert. Was hast du nur gegen sie? Es ist hässlich. Wie kommst du denn darauf, dass es eine weibliche Gottheit ist? Sie hat Brüste. Komm schon, das muss dir doch aufgefallen sein. Diese widerwärtigen Knubbeln Knubbeln nennst du Brüste? Ich verlor die Fassung. Das ist nicht dein Ernst. Es können genauso gut Kalkablagerungen sein. Nein, das ist unmöglich, ich hab's geprüft. Das müsste schon ein irrer Zufall sein, der deinen Knubbeln einen nahezu identischen Abstand und ähnlichen Durchmesser beschert. Bis auf wenige Millimeter sind sie identisch und das kann man auf eine abweichende Dicke der Versinterung schieben. Ich wollte mich nicht streiten und zuckte die Achseln. Ich schätze, genau werden wir es erst wissen, wenn wir die Statue restauriert haben. Genau, da wollte ich dich noch fragen, wie es mit dem Experten steht, der damit beauftragt werden soll. Ist der inzwischen genehmigt? Ich dachte an den Antrag, der noch unangetastet in meinem Zimmer lag, weil mir die Vorstellung widerstrebte, die abscheuliche Fratze der Statue irgendwann einmal sehen zu müssen. Nein, antwortete ich, da gibt's noch nichts Neues. Volker seufzte, die sollen sich mal beeilen mit dem Papierkram, ich kann's kaum erwarten, sie endlich von Angesicht zu Angesicht sehen zu können. Sein Gesicht nahm einen verträumten Ausdruck an. Allmählich fragte ich mich, was mit dem Archäologen nicht stimmte, dass er so besessen von dem Götzenbildnis war. Aber diesen Gedanken behielt ich für mich. Wir tranken noch ein zweites Bier zusammen und gingen zeitig ins Bett, um früh wieder zur Ausgrabungsstätte fahren zu können, falls der Regen über Nacht doch Schäden verursachte und schnelles Handeln erforderlich wäre. Kapitel 7 Berkana Das weibliche Prinzip Ich fand nur wenig Schlaf, weil ich das Licht nicht ausschalten konnte, ohne mich vor der Dunkelheit zu fürchten. Der Regen trommelte unermüdlich gegen das Fenster. Vor diesem Auftrag hatte ich das Geräusch als angenehm empfunden, wenn ich gemütlich unter der warmen Decke im Bett liegen konnte, ungeachtet der Elemente, die draußen tobten. Jetzt fühlte ich mich auf eine unterschwellige Art und Weise bedroht, als würden tausend kleine Fäuste wütend gegen das Glas hämmern und nach Einlass verlangen. Wenn ich in einen leichten Schlummer glitt, suchten mich Albträumer heim, die dem ersten glichen, aber nie identisch waren. Am nächsten Morgen erwachte ich gerädert und mit einem Katergefühl, obwohl ich nur drei Pilz getrunken hatte. Sieht doch gar nicht so schlimm aus, meinte Volker zuversichtlich. Ich finde, es sieht scheiße aus, entgegnete ich. Wir standen am Rand der Doline, die sich durch den anhaltenden Niederschlag vergrößert hatte. Der nächtliche Regen war einem feinen Niesel gewichen, der wie Nebel in der Luft hing. Die Feuchtigkeit kroch in kürzester Zeit durch die Kleidung, machte sie klamm, schwer und weichte die Haut auf, sodass meine Finger schon runzelig wurden. Im vorderen Bereich war ein Teil des Bauzauns abgerutscht und nach unten gesackt. Einige Elemente waren auseinander gerissen, lehnten senkrecht an der neuen Abbruchkante, steckten tief im schlammigen, aufgeweichten Boden oder ragten verdreht aus dem Schlamm, von dem man nur vage schätzen konnte, wie tief er sein mochte. Der Eingang zur Höhle hatte sich drastisch verändert. Der Regen hatte einen Findling freigelegt, der genau vor dem finsteren Schlund der Höhle lag. Wir hatten ihn nicht entdecken können, weil der sich ursprünglich auf Bodenniveau befand, aber nun ragte er eine Hand breit über den Schlamm hinaus. Mein erster Gedanke war, dass die Ahnen den Eingang verbarrikadiert hatten, und ich teilte Volker meine Theorie mit. Er wiegte den Kopf, nahm meine Idee zur Kenntnis, aber es war ihm anzusehen, dass er sich jetzt erst mal auf die Instandsetzung konzentrieren wollte. Bis zum Mittag stabilisierten wir die Ränder der Doline und sorgten für einen provisorischen Ablauf, der den gesammelten Niederschlag der abschüssigen Straße von der Doline wegleitete. Der Bauherr half überraschend aus und schickte eine Handvoll Arbeiter, die das Ausgrabungsteam dabei unterstützte, die Doline wieder gefahrlos begehbar zu machen. Ein Bagger schöpfte dünnflüssigen Schlamm vom Grund und ein Grabenverbau wurde installiert, um ein erneutes Abrutschen des oberen Erdreichs zukünftig zu verhindern. Klaassen gehörte nicht zur Unterstützung, aber aus den Gesprächsfetzen der Arbeiter erfuhr ich, dass er sich für uns eingesetzt hatte. Das brachte ihm einige Sympathiepunkte bei mir ein und ich nahm mir vor, mich bei nächster Gelegenheit zu revanchieren. Am frühen Nachmittag konnten wir endlich die Höhle inspizieren. Eine Menge Schlamm war durch den Eingang gespült worden, aber über den Hang abgeflossen. Wie Volker gestern berichtet hatte, war der Großteil einer minimalen Neigung des Hanges zur linken Seite des Schachtes gefolgt, um auf der unteren Ebene des Schachtes in dem Spalt zu versickern, der sich im Boden aufgetan hatte. Zu unserer Überraschung war der Spalt größer geworden. Der Geologe machte sich sofort daran, die Stabilität der Höhle erneut zu prüfen. Ein Boden des Schachtes war noch immer nicht erkennbar, Aber wenn man eine Weile lauschte, vernahm man leise das entfernte Rauschen unterirdischer Wasser. Irgendwo dort unten musste ein Fluss sein. Der Säulenplatz wies nur eine Handvoll kleiner Pfützen auf, wo das Wasser über die Treppe geflossen war. Hier konnte man nun deutlich eine minimale Steigung erkennen, die zu den Säulen und dem Tunnel führte. Hier war alles trocken geblieben. Volker bestand darauf, dass ich ihn in die Kuppelgrotte begleitete, obwohl mir nach der unruhigen Nacht und der schweren Arbeit so gar nicht danach war, die verabscheuungswürdige Statue zu sehen. Doch der Arschäologe ließ nicht locker und ich gab nach. Er führte mich direkt zum Götzenbildnis. Mein Puls beschleunigte, je näher wie er der Statue kam. Volker machte eine ausladende Geste. Sieh dir das an, ist die nicht wunderschön? Sein Gesicht nahm einen verträumten Ausdruck an. Ich starrte zwischen ihm und dem steingewordenen Schrecken hindurch, um nicht die schreckliche Fratze des Götzenbildnisses sehen zu müssen, aber auch nicht unhöflich zu wirken. Ich kann deine Auffassung leider nicht heilen, entgegnete ich trocken. Der Archäologe warf mir einen entrüsteten Blick zu. Sie ist perfekt, sieh sie dir doch an. Um ehrlich zu sein, ich finde sie furchtbar. Du bist ein Banause, ereiferte er sich. Du erkennst ihre Schönheit und Ästhetik nicht, weil du nicht über den Tellerrand deines einfachen kleinen Lebens blicken kannst. Seine Stimme hatte etwas Schwärmerisches, als er fortfuhr. Sie verkörpert alles, was wir uns wünschen. Fruchtbarkeit, Partnerschaft, Nachkommen, Familie, Heimat, einfach ein gutes Leben. Sie ist der Archetyp der Weiblichkeit mit allen Attributen in einer Person. Er warf mir einen begeisterten Blick zu und gestikulierte nun bedeutsam mit den Armen in der Luft. Leben und Sterben, sie ist das Urprinzip des Lebens. Alles, was uns ausmacht, was uns zu Menschen macht, sei es im Guten oder im Schlechten, das ist doch unglaublich anziehend. Eigentlich fand ich das eher erschreckend und verstörend, wenn einem Lebewesen so viel Macht zugesprochen wurde, aber das behielt sie für mich. Stattdessen räusperte ich mich skeptisch. Ich werde sie dir sicher nicht streitig machen. Volkers Miene verdunkelte sich und seine Augen glitzerten in plötzlichem Zorn. Das will ich dir auch nicht geraten haben, knurrte er, mit zu viel Überzeugung in der Stimme, als dass man es als Scherz werden konnte. Das konnte er doch unmöglich ernst meinen. Ich kehrte dem Götzenbild den Rücken zu und fuhr erschrocken zusammen, weil die Schatten in meinem Augenwinkel zu bizarrem Leben erwachten. Es wurde Zeit, dass ich herauskam, bevor meine Fantasie wieder mit mir durchging. Willst du etwas schon gehen? fragte Volker enttäuscht. Der Stimmungswandel passt überhaupt nicht zu seinem vorangegangenen Zorn. Mit Mühe riss er sich vom Antlitz der Statue los und warf mir einen Blick zu, den ich kaum deuten konnte. Ich zuckte mit den Achseln. Eigentlich schon. Durch den Erdrutsch in der Doline habe ich noch mehr Papierkram zu erledigen und ich komme so schon kaum hinterher. Warte, ich muss dir noch etwas zeigen, bat der Archäologe. Na gut, lenkte ich ein, aber bitte schnell. Nachdem du gestern weg warst, haben wir die Menhiere noch einmal genauer untersucht und ein sehr interessantes Ritzmuster auf jeweils der Seite gefunden, die nach außen gerichtet ist. Das klingt wirklich interessant. Meine Neugier war nun tatsächlich gewirkt, was man meiner Stimme auch anhören konnte. Immerhin hatte es nichts mit dem Götzenbild zu tun. Volker führte mich aus dem verbrannten Ring, er zog eine kleine LED-Taschenlampe aus der Hosentasche und leuchtete den Felsen in einem sehr flachen Winkel an, beinahe parallel zum Stein. Die rauhe Oberfläche warf Schatten, die nach einigem Hinsehen ein regelmäßiges Muster offenbarten, das allerdings stark verwittert war. Der Archäologe ließ den Lichtkegel über den Stein gleiten und erweckte ein unsichtbares Wellenmuster zum Leben. Erstaunlich, bestätigte ich mit einem Anflug von Begeisterung. In meinem Augenwinkel schien sich erneut etwas zu bewegen, doch ich widerstand der Versuchung, den Kopf zu drehen und in die Richtung zu schauen. Jeder Mann hier weist eine individuelle Gravur auf. Wir haben noch nicht alle erfasst, aber bis jetzt haben wir Wellenmuster, Kreuzmuster und parallele Linien, die jeweils mit Kreisen, Rauten oder Punkten kombiniert wurden. Aber das Faszinierendste sind die beiden Felsen, die dem Tunnel am nächsten sind. Er zeigte auch die gemeinten Hinkelsteiner und wir umrundeten den Dort angekommen erweckte der Archäologe erneut das unsichtbare Muster in der Oberfläche zum Leben. Eine Spiralform, sagte er triumphierend, wie bei den Säulen im Eingangsbereich. Ein eisiger Schauer jagte mir den Rücken runter. Ich hatte den vagen Eindruck, dass diese Übereinstimmung bedeutsamer war, als es oberflächlich schien. Welchen Schluss zieht er aus der Wiederholung des Musters? fragte ich. Wir vermuten, dass sie den Eingang kennzeichnen sollten, antwortete Volker. Wieder bewegte sich etwas in meinem Augenwinkel und ich bildete mir ein, dabei ein schleimiges Geräusch zu hören. Gänsehaut breitete sich kribbelnd über meinen Körper aus und ich zuckte fröstelnd zusammen. Es wurde höchste Zeit für mich endlich den Rückweg anzutreten. Das ist verdammt interessant. Ich fürchte, ich muss dich nun trotzdem verlassen. Der Papierkram, entschuldigte ich mich mit einem gequälten Lächeln. Der Arschäologe warf mir wieder einen enttäuschten Blick zu. Du willst wirklich schon gehen? Ich habe auch Fortschritte bei den Felszeichnungen gemacht. Ich schüttelte den Kopf. Tut mir leid, die müssen bis morgen warten. Um ehrlich zu sein, hatte ich eine schlechte Nacht und die Reparaturen heute Morgen waren wirklich nicht förderlich für einen langen Abend mit Büroarbeit. Ein Grinsen legte sich über Volkers Lippen. Na, dann hau schon ab, bevor du mir wieder Dörrenröschen spielst. Vielen Dank für dein Verständnis, antwortete ich zerknittert und trat auf den Tunnel zu. Frag doch mal nach, wann der Experte endlich kommt, um die Statue zu restaurieren. Geht klar, antwortete ich, winkte dem Archäologen zu und wandte mich gleichzeitig ab, um so schnell wie möglich aus der Höhle zu kommen. Kapitel 8 Evas Freundschaft auf der Probe Später fand ich mich frierend, müde und zerschlagen am Schreibtisch wieder. Nach einer Dusche stand mir nicht der Sinn, obwohl ich mich anschließend sicher wohler gefühlt hätte. Doch der Gedanke an noch mehr Wasser auf meine aufgeweichten Haut erzeugte eine tiefe Abneigung in mir, sodass ich mich nur aus den klammen Kleidern schälte und mich mit einem heißen Getränk begnügte. Der Kaffee schien die niederdrückende Schläfrigkeit nur weiter zu befeuern, anstatt sie zu vertreiben. Immer wieder kam mir der Antrag in die Finger, auf dessen Bewilligung Volker so sehnsüchtig wartete. Aber jedes Mal, wenn ich mich mit ihm befassen wollte, weil mein schlechtes Gewissen mich dazu zwang, hielt mich eine dunkle Angst davon ab, und ich legte den Wicht zurück auf den Stapel unbearbeiteter Formulare. Nur um ihn wenig später wieder in die Hand zu nehmen und nach einem erneut auf den Stapel zu schieben. Die Augen fielen mir immer häufiger zu. Es kostete mich jedes Mal mehr Kraft, sie wieder zu öffnen. Irgendwann wurde der Schlaf übermächtig. Jemand packte mich grob an der Schulter. Verwirrt kehrte ich aus düsteren Traumbildern zurück. So, das Amt kommt also nicht in die Gänge, was? knurrte Volkers Stimme mit mühsam unterdrückter Wut. Ich rieb mir den Schlaf aus den Augen und sah mich um. Volker ragte drohend über mir auf, das Gesicht verzornt puterrot angelaufen, seine Ohren schienen regelrecht zu glühen, während ich wohl am Schreibtisch in meinem Zimmer eingenickt sein musste. Ich streckte träge den Arm aus und nuschelte, gib den Antrag her. Der Archäologe wich einen Schritt Der Wich in seiner Hand zerknitterte etwas, als er ihn wie ein Beweisstück schüttelte. Das hättest du wohl gern, was? Damit du ihn weiter zurückhalten kannst, blaffte er nun deutlich lauter, als es nötig gewesen wäre. Allmählich begriff ich, in welcher Situation ich mich befand. Wut stieg in mir auf. Was hatte er in meinem Zimmer zu suchen? Ich stand auf und drehte mich zu ihm um. Was fällt dir ein? Wie bist du überhaupt reingekommen? Geht dich den feuchten Dreck an? Warum behinderst du die Ausgrabungen? Das tue ich nicht. Ich habe es einfach vergessen. Von wegen. Der Antrag liegt ganz oben auf deinem Stapel. Du bescheißt mich seit einer beschissenen Woche und lügst mich auch noch frech an. Jetzt reicht's. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Ach ja? Willst du vielleicht mit mir vor die Tür gehen? Ja, das will ich. Das wollen wir doch mal sehen. Ich rauschte an ihm vorbei. Aus dem Augenwinkel registrierte ich, wie Volkers Arme kurz abwehrend zuckten. Aber ich hatte nicht vor, mich in einem Hotelzimmer zu prügeln. Der Archäologe polterte hinter mir die Treppe runter und folgte mir durch den Empfang auf den Parkplatz. Der Nieselregen war stärker geworden und fiel jetzt in langen, dünnen Schlieren. Ich drehte mich zu Volker um und regte provokativ das Kinn in die Höhe. Na, was ist jetzt? Volker hob die Fäuste und kam herauf und auf mich zu. Meinst ich kneife? Das kannst du knicken! Damit holte er aus. Die Bewegung kam so schnell und überraschend, dass ich kaum reagieren konnte. Er traf meine Wange, die schmerzhaft zwischen den Zähnen verklemmte und aufgeschlitzt wurde. Alter Penner! keuchte ich, taumelte zwei Schritte zurück und spuckte etwas Blut auf den Schotter. Dann machte ich ohne Vorwarnung einen Satz nach vorn, schlug ohne hinzusehen zurück und traf sein Kinn. Volkers Zähne knirschten. Er schien sich auf die Zunge gebissen zu haben, dennoch er spuckte etwas Blut. Boah, du Mieser! Der Rest ging in einem wütenden Ausruf unter. Er holte erneut aus, aber dieses Mal wich ich aus. Dafür erwischte er meinen Kragen und zog instinktiv daran. Nähte rissen, dann hatte er mich plötzlich im Schwitzkasten, drückte mir die Luft ab und bohrte in kreisenden Bewegungen die Knöchel seiner Faust in meinen schmerzempfindlichen Hinterkopf. Ich rammte ihm ein-, zweimal den Ellenbogen in die Seite und er ließ los, was mich zur Seite taumeln und hinfallen ließ. Schwer atmend stützte er sich auf die Knie und hielt sich die Seite, während ich auf dem Boden sitzend nach Luft japste. Regen lief mir in die Augen. Außerdem war ich in einer Pfütze gelandet. Unsere Blicke trafen sich. Wir hatten beide genug. Die Prügelei war zu Ende. Bier nuschelte ich durch das Pochen in meiner Wange. Gute Idee, stimmte Volker kurzatmig zu. Auf dem Weg in die Kneipe stützten wir uns gegenseitig. Zwei Pilz, zwei Jägermeister und zwei nasse Lappen, nuschelte ich an der Theke. Die Blondine warf uns einen vielsagenden Blick zu und zauberte aus dem Kühlschrank unter der Theke zwei gelgefüllte Kühlpacks hervor. Der Jägermeister folgte, während das Bier noch gezapft wurde. Wir kippten den Schnaps runter und schwiegen einen Moment. Jeder sortierte seine Gedanken. Ich find die Höhle scheiße gruselig, begann ich. Volker nickte. Ja, ich weiß, was du meinst. Man hat das Gefühl, dass es trotz der ganzen Flutlichtbeleuchtung da unten nicht richtig hell wird. Ich schüttelte vage den Kopf. Das auch. Seit diese ganze Sache angefangen hat, spielt mir meine Fantasie pausenlos Streiche. Und nachts kriege ich kein Auge zu, weil ich Albträume habe, die ich nicht mal diese Statue ist das Unheimlichste, was ich jemals gesehen habe, und ich holte tief Luft. Es fiel mir schwer, damit rauszurücken. Ich fühle mich von ihr beobachtet. Selbst wenn ich die Höhle wieder verlassen habe, fühle ich mich verfolgt, und das Gefühl lässt erst Stunden später langsam nach. Aus dem Augenwinkel schielte ich zu dem Archäologen rüber, in der Erwartung, dass er mich jetzt auslachen würde, aber in seinem Gesicht zeichnete sich Verständnis ab. Ah, brummte er, und du dachtest, wenn du den Experten nicht anfragst, könntest du die Konfrontation noch eine Weile rausschieben, wie? So ungefähr, sehr hüfteste ich. Ich weiß, das war Kacke von mir. Das Bier kam. Wir stießen betreten an und tranken in langsamen Zügen. Ob der Schmerzen. Und dann habe ich die Statue auch noch den Himmel gelobt. Der Archäologe kicherte trocken. Das muss dir sicher wie beginnender Wahnsinn vorgekommen sein. Ich nickte zustimmend, der fuhr fort. Weißt du, ich finde die Statue auch nicht schön, in demselben Sinn, wie ich einen Sonnenuntergang oder eine Frau schön finde. Sie ist mir faszinierend. Auf eine morbide und irgendwie ascharische Weise. Das beruhigte mich ein wenig. Volker drehte sein Glas in den Händen. Ich habe mich inzwischen so lange mit ihr beschäftigt, dass ich glaube, sie besitzt nicht einmal ein menschliches Gesicht. Aber ich bin trotzdem neugierig, was unsere Ahnen da gezaubert haben. Ich kann mir einfach nicht helfen. Ich muss die ganze Zeit andenken. Er nahm einen weiteren Schluck seines Bieres und ich tat es ihm gleich. Dann grinste er unvermittelt. Du hast übrigens den Schlüssel von außen in deiner Zimmertür stecken lassen. Ich wollte ihn dir eigentlich nur bringen, als ich den Antrag ganz oben auf dem Stapel liegen sah. Da ist es mit mir durchgegangen. Tut mir leid. Oh, machte ich und seufzte betreten in mein Bier. Du hast ja auch recht wütend zu sein. Morgen beim Frühstück fülle ich den Wisch aus und bringe ihn auf dem Weg zur Ausgrabung gleich zur Post. Dann ist er endlich weg. Volker nickte zustimmend und winkte der blonden Kellnerin. Klingt nach einem guten Plan. Noch zwei Jägermeister. Die Gläser vor uns wurden neu heiskalten Schnaps. Zum Schimpfen und zum Raufen brauchst du immer was zum Saufen. Prost! Hau weg! Kapitel 9 Tivas Recht und Gerechtigkeit Volker begleitete mich am nächsten Morgen auf Schritt und Tritt, um mit Argus Augen darauf zu achten, dass ich Wort hielt. Ich nahm es ihm nicht übel, denn es widerstrebte mir immer noch, den Antrag abzuschicken. So zwang er mich dazu, meinen Job zu erledigen und mein Wort zu halten. Ein Teil von mir war ihm dankbar dafür, doch der weitaus größere Teil erging sich in bösen Vorahnungen und Furcht, so dass es mich viel Mühe kostete, Haltung zu bewahren. Ich drängte ihn, früher loszufahren, damit ich es schneller hinter mir hätte und so brachen wir knapp zwei Stunden früher auf, während das Ausgrabungsteam noch gemütlich beim Frühstück saß, als wir das Hotel verließen. Nach dem kleinen Umweg über die Postfiliale, der mir ewig lang erschien, fuhren wir zur Höhle. Es regnete noch immer. Der Nieselregen hatte sich in den typischen leichten Niederschlag verwandelt, der sich oft über Tage halten konnte. Die Temperaturen waren etwas angestiegen, doch der Regen war eiskalt geworden. Schon von weitem erkannten wir deutliche Spuren einer nächtlichen Sabotage. Verdammte Scheiße, fluchte Volker neben mir. Er öffnete die Tür noch bevor ich den Wagen am Ende der Schotterpiste zum Stehen brachte. Verschreckt ging ich hart in die Eisen. Mensch, mach keinen Unsinn, herrschte ich meinen ungeduldigen Beifahrer an, doch dieser war bereits ausgestiegen. Fuck, fluchte ich nun selbst. Volker eilte zu den Überresten der Umzäunung, die aus den Sockeln gezerrt, verbogen und mit Gewalt auseinandergerissen worden war. Die Kunststoffplane mit dem Logo der Baufirma, die vorher als Sichtschutz gedient hatte, fehlte an den meisten Elementen oder war zu einer schwarzen Masse verlaufen, was auf den ersten Blick nach Brandstiftung aussah. Volker kletterte über den ramponierten Bauzaun. Ich eilte ihm nach, dorthin, wo der Generator stand, die Stromversorgung für das Licht in der Höhle. Der Arschäologe vor mir wurde langsamer, blieb schließlich stehen und warf die Arme in die Höhe. Die Hände schlugen über dem Kopf zusammen und er drehte sich wütend und frustriert einmal um die eigene Achse. Endlich holte ich ihn ein und er haschte einen Blick auf das Massaker. Vom Generator war so gut wie nichts übrig geblieben. Der Randalierer hatte ihn ebenfalls in Brand gesteckt und das heiße Metall offenbar hinterher noch mit einem Vorschlaghammer bearbeitet, wenn ich die Beulen und Dellen richtig interpretierte. Der Kabelbaum, der vom Generator zur Höhle führte, lag mit einem verkohlten Ende und völlig ausgefranst im nassen Gebüsch oberhalb der Doline. Der Grabenverbau schien oberflächlich betrachtet nicht beschädigt zu sein, aber die Leiter lag unten auf dem Grund. Ich hetzte zum Wagen zurück und holte die Taschenlampen. Volker brütete in dumpfen Zorn vor sich hin, als ich ihm grimmig eine Leuchte zuwarf. Die Rampe aus Holzbohlen, die uns täglich als Zugang zu Doline diente, war überraschenderweise unbeschädigt geblieben. Aus der Nähe entdeckte ich allerdings am Grabenverbau Spuren von Manipulation. Frische Kratzer und Macken auf den metallischen Wänden zeugten davon, dass jemand versucht hatte, sie zu beschädigen. Das kam mir sonderbar vor, doch der Gedanke entglitt mir gleich wieder, denn wir mussten die Ausgrabungsstätte kontrollieren. Volkers Gesicht glühte vor Zorn, als wir nacheinander in die Höhle krabbelten, die jetzt wieder beträchtlich unheimlicher auf mich wirkte. Die Lichtkegel der Lampen enthüllten das volle Ausmaß der Zerstörungswut. Akribisch hatte der Täter jedes einzelne Stromkabel aufgeschlitzt, sodass die blanken Kupferadern im Licht glänzten. Die dünnen Leitungen der Lampen waren allesamt durchtrennt und in der Höhle verstreut worden. Eine völlig neue Licht Installation musste her und ich wusste auch schon, wer den Papiergraben dafür erledigen würde. Ein resignierter Seufzer stieg in mir hoch. Hinter mir lachte Volker plötzlich kurz und boshaft auf und ich wandte mich zu ihm um. Seine Aufmerksamkeit galt den Sinterbecken. Das ist unfassbar, Thomas, das musst du dir ansehen, schnaugte er grimmig. Der Lichtstrahl seiner Lampe glitt über die Sinterbecken, die seit Tagen Anlass für anhaltende Streitigkeiten waren. Der Randalier hatte unwissentlich den Archäologen in die Hände gespielt. Ich seufzte, während mein Blick über die Stufen glitt. Die zarten, nur zentimeter dicken Sinterschichten waren sorgsam zertrümmert worden. Splitter verteilten sich wie Scherben in alle Richtungen über den Hang. Aber Volkers Interesse galt eher dem Felsen, der darunter zum Vorschein kam. Er ließ sich in die Hocke sinken und strich über die weichkonturierte Kante der ersten Stufe. Sie war annähernd rechteckig. Es gibt keine rechten Winkel in der Natur, hauchte ich, bevor er etwas sagen konnte. Volker lachte wieder trocken. Dieser Kackvogel hat uns doch tatsächlich die Arbeit abgenommen. Ich grunzte eine vage Zustimmung und meinte, aber nur wenn er deine Göttin ... Weiter kam ich nicht. Mit einem Ausruf des Entsetzens schnellte der Archäologe in die Höhe und raste wie von Sinnen über die Treppe in die Tiefe. Warte, rief ich ihm hinterher. Beinahe hätte ich noch Lass mich nicht allein berufen, doch ich hätte mich lediglich vor mir selbst blamiert, denn Volker war bereits außer Reichweite. Eilig folgte ich ihm. Der Strahl meiner Lampe tanzt über Steine und Geröll, deren Schatten zu einem bizarren Eigenleben erwachten, so dass ich mein Tempo vorsichtig drosselte, um den Lichtkegel ruhig zu halten. Meine Fantasie hatte sich jedoch längst wieder verselbstständigt und gaukelte mir Bewegungen am Rande des Sichtfeldes vor, die mich mehrmals erschreckten. Ich erreichte den runden Platz. Die Säulen schienen intakt und unbeschädigt zu sein, ebenso die beiden Ausgrabungsstätten, die sich als schwarze Rechtecke im Boden auftaten und mich kurz schaudern ließen. Ich prüfte die Säulen eingehender, um mich von ihrer Unversehrtheit zu überzeugen. Der heller Stein reflektierte das Licht so grell, dass es fast in den Augen schmerzte. Die Oberfläche zeigte keine Spuren von Beschädigungen. Erneut fiel mir die Verzierung auf, das Spiralmuster, das sich um die Säulen wandte. Je länger ich es betrachtete, desto mehr entstand der Eindruck einer optischen Täuschung. Es musste so sein, denn mir kam es so vor, als drehten die Spiralen sich auf beiden Seiten weg vom Durchgang in ihrer Mitte. Wie große aufrecht stehende Walzen, die mich zurückwerfen würden, wollte ich entgegen ihrer Drehbewegung durch die Mitte schreiten. Ein dumpfer Schrei riss mich aus meinen Gedanken. Ich realisierte, dass ich die Säulen seit geraumer Zeit einfach nur anstarrte. »Volker!« rief ich. Mit pochendem Herzen stolperte ich auf den Durchgang zu und war tatsächlich einen kurzen Augenblick verwirrt, dass mich keine unsichtbare Macht davon abhielt. Im Tunnel hielt ich unbewusst aus einer irrationalen Angst die Luft an, um die schatten getränkte Luft nicht einzuatmen. Mit letzter Kraft taumelte ich in die Kuppelgrotte. »Volker, ist alles okay?« japste ich außer Atem. »Sie ist unverletzt!« klang die erleichterte Stimme des Archäologen verklärt aus dem dunklen Zentrum des Steinkreises. Ich stutzte kurz, als mir die sonderbare Wortwahl bewusst wurde. Unverletzt, als handelte es sich um ein Lebewesen. Ein Schauer jagte mir den Rücken hinunter und ich ärgerte mich unfassbar, dass ich den verdammten Antrag abgeschickt hatte. Mehr denn je bereute ich meine Entscheidung, an dieser Ausgrabung überhaupt teilzunehmen. Vielleicht hätte ich auch einen anderen Kompromiss mit dem Archäologen schließen können. Man hätte das Götzenbildnis entfernen und in einer Werkstatt restaurieren können. Hauptsache nicht da, wo ich mich aufhielt. Du hast geschrien, hakte ich nach. Nein, erwitterte Volker gedehnt. Okay, dann ist mir gut, stammelte ich und suchte nach einem Grund, um die Kuppelgrotte sofort wieder verlassen zu können. Ich gehe wieder nach oben und rufe die Polizei. Der Schaden muss gemeldet werden. Hat das nicht Zeit, klang es vage aus der Dunkelheit im Inneren des Steinkreises. Ich muss dir noch so viel zeigen. Ich habe inzwischen einige der Wandmalereien studiert und glaube sie inzwischen interpretieren zu können. Bist du gar nicht neugierig? Ich lachte irritiert. Was denn jetzt ohne Licht nachdem wir einen Einbruch hatten und noch gar nicht das ganze Ausmaß des Schadens feststellen können? Ein Seufzen drang aus der Finsternis vor mir. Du hast recht. Tu deine Pflicht, sagte Volker in einem Tonfall, als kehre er gerade aus einer Art Trance zurück. Meine Beine setzten sich in Bewegung, noch bevor ich wirklich daran dachte zu gehen und trugen mich so schnell sie konnten ans Licht zurück. Ich erledigte meine Pflicht gewissenhafter, als ich es mir zugetraut hätte. Das Ausgrabungsteam informierte ich als erstes über die Sabotage, aber sie waren bereits unterwegs und wollten nicht mehr umkehren. Jeder sorgte sich um seine Funde und Erkenntnisse, was ich ihnen nicht verübeln konnte. Erst nachdem die Polizei begonnen hatte, den Tatort einzugrenzen und ihr hübsches Absperrband auszurollen, begriff ich endlich, dass die Höhle bis zum Ende des Tages und vielleicht sogar noch länger für Zivilisten gesperrt blieb, damit die Spurensicherung alle Indizien sammeln konnte, die sie finden mochte. Ein wenig zu erleichtert und geradezu in Hochstimmung fuhr ich nach meiner Befragung zurück zum Hotel. Mit neuem Enthusiasmus packte ich den großen Stapel unerledigter Dinge und verlegte mein Büro kurzerhand in die Kneipe, wo ich mir große Mühe geben musste, mir die gute Laune nicht anmerken zu lassen. Das Ausgrabungsteam kehrte nach und nach zurück und verzog sich in die hintersten Ecken, um dort missmutig Standland Fluss zu spielen. Volker schmollte, weil er die Kuppel Grotte auf Drängen der Polizei hatte verlassen müssen und der Geologe war völlig aufgelöst, seit er gesehen hatte, was aus dem Sinterbecken geworden war. Ich kümmerte mich kaum darum und widmete mich voll und ganz den Unterlagen, führte eine Reihe Telefonate, um meine Vorgesetzten über den Vorfall in Kenntnis zu setzen, bestellte eine neue Lichtinstallation und gab den Bau einer Stahltür in Auftrag, die zukünftig den Höhleneingang sichern sollte, damit sich der Vorfall nicht wiederholen konnte. Kapitel 10 So wie Lou durch die Macht der Sonne Es schien, als freute sich auch der Himmel über die angenehme Wendung der Ereignisse, denn am nächsten Morgen weckte mich strahlender Sonnenschein. Ich hatte mir inzwischen angewöhnt, die Rollläden nicht mehr zu schließen, da mir die Dunkelheit so viel Unbehagen bereitete. Die Polizei hatte die Ermittlungen vor Ort auf drei Tage festgelegt. Meine Vorgesetzten waren wenig begeistert, da jeder Tag Verzögerung furchtbar teuer war, doch der Ärger richtete sich zur Gänze gegen den unbekannten Saboteur, der einen erheblichen Sachschaden verursacht hatte. Ich verordnete dem Ausgabungsteam Zwangsurlaub, als wir uns zum Frühstück trafen. Sie begeistert, doch ich war mir sicher, dass die Enttäuschung nicht bei allen gleich groß ausfiel. Vielleicht bildete ich es mir nur ein, aber ich hatte den Eindruck, dass ich in vielen Gesichtern eine große Erleichterung las, für ein paar Tage nicht in die Höhle zu müssen. Zurück in meinem Zimmer überlegte ich, was ich selbst mit meinen drei freien Tagen anfangen wollte und spielte einige Szenarien in Gedanken durch, während ich vor dem geöffneten Fenster stand und die Sonne auf der Haut genoss. Eigentlich hätte ich frieren müssen, denn mit dem schönen Wetter war auch ein Temperatursturz einhergegangen. Die Sonne hatte viel ihrer sommerlichen Kraft verloren und die Luft war beinahe eisig. Das gefiel mir sehr, da das Wetter sich damit der Jahreszeit anpasste und der Herbst langsam dem Winter zu weichen schien. Aus dieser Überlegung heraus beschloss ich, den Tag mit Müßig Gang zu vertrödeln, etwas spazieren zu gehen und den freien Himmel über mir zu genießen. Ein leichter Wind trieb raschelnd eine Handvoll Blätter vor sich her. Über den Giebeln der Fachwerkhäuser strebte der Blick ungehindert hinauf in einen hohen bleichen Himmel, der aussah, als hätte man ihn zu oft in die Waschmaschine gesteckt, so blass war das Blau. In der strahlenden, aber schon tief stehenden Sonne warfen die Häuser lange Schatten, doch diese hatten nichts mit den Schreckgebilden gemein, die mich in der Höhle verfolgten. Die grenzenlose Weite über mir erfüllte mich mit einer Freude, die mich tatsächlich überraschte. Die dumpfige Grotte musste mir schwerer auf dem Gemüt lasten, als ich es bisher wahrgenommen hatte, trotz all der Anzeichen, die ich an mir selbst bemerkt hatte. Tief sog ich die eisige Luft in die Lungen und schritt lächelnd auf einen gepflasterten Marktplatz. Ursprünglich hatte ich einen Waldspaziergang unternehmen wollen, doch dann hatte ich über den Newsticker meines Smartphones erfahren, dass in Schwerte einem ruhigen Ort in der Nähe ein Hansemarkt stattfand und die Aussicht auf einen heißen Glühwein überzeugte mich sofort. Der Ort selbst war recht enttäuschend. Zwar war mir der Name geläufig, doch eher aus Staumeldungen, weil das nahegelegene Westhofener Kreuz, wo die A45 auf die A1 traf, aufgrund der geografisch ungünstigen Hanglage ständig verstopfte. Obwohl ich nicht damit gerechnet hatte, am Rande des Ruhrgebietes einen beschaulichen Flecken Kleinstadtkultur vorzufinden, so hatte ich auch nicht mit einem verschlafenen Nest gerechnet, das eindeutig von Rentnern dominiert wurde. Hier und da traf ich auf kleine Gruppen Jugendlicher, die gelangweilt herumlungerten. Die Stadt musste ein furchtbar einseitiges Freizeitangebot haben, wenn die Jugend freiwillig die sonnige Kälte des Spätherbstes bevorzugte. Auf dem Marktplatz herrschte geschäftiger, doch verhältnismäßig ruhiger Betrieb. Nur eine Handvoll uriger Stände boten größtenteils regionale Produkte an. Wo der Markt aufhörte, hatte man die Ränder mit Heuballen dekoriert. Es roch nach Zuckerwatte und Vanille. Der Glühweinstand schenkte seine Getränke bereits in den Weihnachtsmarkttassen mit aktuellen Jahreszahlen aus. Ich wärmte mir die Hände am heißen Punsch und ließ mich auf einer Bank nieder. Die Sonne versank jetzt recht schnell hinter den Häusern und die Kälte wurde beißend. Auf dem Marktplatz gingen die Lichter an. Die Lichterketten der Marktstände tauchten alles in ein warmes goldenes Licht. Weihnachtsstimmung wallte plötzlich in mir hoch. Ich trank meinen Glühwein, schlenderte an den Ständen entlang und betrachtete die Auslagen. Kein Drängeln und Schieben, wie man es von den großen Weihnachtsmärkten kannte, trübte die Laune. Ich erreichte einen Stand, der bemalte Teelichter verkaufte. Die kleinen hellen Flammen zogen 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 fast magisch an und ich blieb wie selbstverständlich vor dem Stand stehen. Betrachtete das kleine Feuer, das geschützt in den Gefäßen brannte. Kann ich Ihnen weiterhelfen oder möchten Sie noch schauen? riss mich die Stimme der Inhaberin aus den Gedanken. Wie bitte? antwortete ich etwas perplex. Die runzlige alte Dame hinter dem Tresen lachte amüsiert. Sie müssen ja tief in Gedanken versunken sein, wenn ich sie derart erschrecke. Ich lächelte pflichtschuldig, obwohl es mir peinlich war. Um das Thema zu wechseln, sagte ich, Ihre Teelichter gefallen mir. Das freut mich sehr. Jedes einzelne stammt aus der örtlichen Glasbläserei, ist handbemalt und ein Unikat. Jetzt war ich tatsächlich interessiert, denn die unterschiedlichen Gläser waren so präzise mit farbigen Mustern, Ornamenten oder Bildern bemalt, dass ich automatisch von einem Druck ausgegangen war. Meine Überraschung musste sich deutlich auf meinem Gesicht spiegeln, denn die runzelige Alte lächelte, als hätte ich ihr ein Kompliment gemacht. Welches Teelicht gefällt Ihnen am besten, wollte sie wissen. Mein Blick litt über die verschiedenen großen und kleinen, schlanken und bauchigen Gläser. In vielen brannte eine Kerze, die die Verzierungen in farbenfrohes Leuchten verwandelte. Mehrere sprachen mich an, aber es war schwer, sich zu entscheiden. Ich bin mir nicht sicher, antwortete ich, mir sagen fast alle zu. Dann mache ich Ihnen einen Freundschaftspreis, entgegnete die alte Dame gewitzt. Suchen Sie sich drei Gläser zum halben Preis aus, die Kerzen schenke ich Ihnen dazu. Etwas überrumpelt stellte ich fest, dass ich das Angebot der freundlichen alten Frau nicht ausschlagen konnte, ohne hinterher ein schlechtes Gewissen zu haben. Das klingt fair, stimmte ich zu und wählte nach Gefühl zwei kleine und ein mittelgroßes Glas aus. Die runzlige alte Dame wickelte die Gläser in Zeitungspapier, verstaute sie behutsam in einer Tüte und kramte anschließend die Kerzen aus einem Fach unter dem Tresen. Ich zahlte und nahm die Tüte entgegen, die schwerer war als erwartet. Als ich die Tüte später in meinem Hotelzimmer auspackte, stellte ich fest, dass die freundliche Alte mir gleich einen doppelten Satz Kerzen geschenkt hatte, nebst einem großen Paket überlanger Streichhölzer. Angetan von der Gutmütigkeit und immer noch erfüllt von der Weihnachtsstimmung, stellte ich die Teelicht auf dem Schreibtisch auf und zündete die Kerzen darin an. Sofort war das Zimmer erfüllt mit einem weichen, freundlichen Licht, das den Schatten ihre unheimliche Tiefe raubte. Ein Gefühl von Sicherheit ging von den kleinen Flammen aus. Zum ersten Mal seit Wochen fiel die Anspannung gänzlich von mir ab. In dieser Nacht schlief sich ohne Albträume, geschützt durch das kleine Feuer, das in seinen bunten Gefäßen tanzte. Kapitel 11 Algis Gegen Furcht und Schrecken Ich erwachte ausgeruht und voller Tatendrang. Beim Frühstück erinnerte ich die Teilnehmer der Ausgrabung an ihre wöchentlichen Berichte, die ich für gewöhnlich zusammenfasste und an meinen vorgesetzten weiterleitete, um die Ergebnisse zu dokumentieren. Über meine angespannten Nerven und die letzten Ereignisse war ich einen Bericht im Rückstand und gedachte dies heute aufzuholen. Wie sich herausstellte, hatte die Ausgrabung auf dem Säulenplatz bisher nur eine einzige Speerspitze gefunden. Es war nichts Besonderes an ihr, ausgenommen der Tatsache, dass sie die Anwesenheit von Menschen bewies, und auch die zeitliche Datierung der Höhlennutzung auf ca. 50.000 Jahre vor unserer Zeit stützte. In der Kuppelgrotte hatte man die Zeichen auf den Menhieren grob mit alten Symboliken für die Elemente in Verbindung bringen können. Doch die Theorie war noch sehr dünn, da man die zeitliche Einordnung noch nicht genau feststellen konnte. Ich bemerkte in meinem Bericht, dass man die Sinterbecken nun untersuchen sollte, da der Einbrecher auf der Ausgrabung sie stark beschädigt hatte, dadurch vielleicht aber wichtige archäologische Erkenntnisse ermöglicht hatten. Dafür sprachen die verhältnismäßig kleinen Handteller und die schmalen Finger. Der nächste Bericht stammte vom Geologen, der für mich eine Langzeit Temperatur Überwachung leitete. Ich hatte für einige Zeit versäumt, seine Berichte zu lesen, da wir uns oft verpassten, weil er nicht im Hotel einquartiert war. Jetzt klappte mir die Kinnlade herunter, als ich mit zitternden Händen die Diagramme durchblätterte. Mein allererster Eindruck der Höhle war ein sonderbares Empfinden gewesen, dass es zu warm für eine Tropfsteinhöhle sei. Jetzt bestätigte sich dieser vage Eindruck auf erschreckende Weise. Verdammt, ich hätte häufiger die Berichte des Ausgrabungsteams lesen müssen. Ich blätterte zum Beginn der Überwachung zurück und vollzog die Messung noch einmal von Anfang an. Die Ausgangstemperatur lag bei etwa 11,5 Grad Celsius. Doch von da an stieg die Temperatur in der Höhle konstant etwa ein Achtel Grad pro Tag an. Der Anstieg war so gering, dass er erst nach Wochen einen signifikanten Unterschied erzeugte. Doch inzwischen lag die Temperatur bei 15 Grad Celsius. Und das waren etwa 5 Grad Celsius über dem Normwert. Was mich jedoch mehr beunruhigte, war eine leichte Differenz zwischen der Kuppelgrotte und dem Schacht, denn die Grotte mit dem Götzenbildnis war konstant wärmer als der Schacht, wenn auch nur im Nachkommabereich. Der Geologe hat auf dem letzten Ausdruck einen kleinen handschriftlichen Vermerk hinterlassen, in dem er sich beschwerte, Volker habe ihn vehement daran gehindert, in der Kuppelgrotte nach einer Ursache für den Temperaturanstieg zu suchen. Ich runzelte die Stirn. Warum sollte Volker das tun? Andererseits hatte ich in den letzten Tagen ständig den Eindruck gehabt, dass der Archäologe sich sonderbar verhielt, wenn er sich in der Grotte befand. Jetzt hatte ich den ersten Beweis dafür, dass dieser Eindruck nicht einfach nur meiner blühenden Fantasie geschuldet war. Ich beschloss ihn einfach direkt mit der Angelegenheit zu konfrontieren. Mit der Notiz verließ ich das Zimmer, trat auf den Gang und klopfte an Volkers Tür. Nichts rührte sich. Mein Puls beschleunigte jäh. Eine ungute Vorahnung stieg in mir auf. Ich eilte den Flur entlang, die Treppe hinunter und in die Kneipe. Volker war nicht dort. Die Wirtin hatte ihn seit dem Morgen nicht mehr gesehen. Beunruhigt trat ich den Rückweg an. Im Eingangsbereich wanderte mein Blick gedankenverloren durch die verglaste Eingangstür, über den Parkplatz, die Fahrzeuge und ... Ich blieb stehen. Volkers Wagen fehlte ebenfalls. Sollte er etwa ... Noch bevor ich den Gedanken zu Ende dachte, stolperte ich bereits gehetzt die Treppe wieder hoch, um meine Jacke zu holen. Das Diagramm pfefferte ich einfach auf den Schreibtisch. Ohne zu wissen, warum ich dies tat, steckte ich ein Teelicht und die Streichhölzer ein, dann war ich schon wieder auf dem Weg nach unten und zu meinem Auto. Eigentlich widerstrebt es mir, die Höhle jetzt aufzusuchen, denn der Nachmittag neigte sich bereits dem Ende entgegen und die Sonne stand tief über den Baumkronen. In der Nacht wollte ich ungern die Höhle besuchen, bei dem Gedanken jagte mir ein Schauer über den Rücken. Trotzdem musste ich wissen, ob Volker sich über die Anordnungen der Polizei hinweggesetzt und eigenmächtig seine Forschung wieder aufgenommen hatte, ohne irgendjemanden darüber zu informieren. Der Archäologe benahm sich zunehmend wie ein Besessener. Ich stöhnte frustriert, als ich seinen Wagen tatsächlich am Ende der Schotterpiste entdeckte. Er hatte sich nicht mal die Mühe gemacht, das Auto ein wenig abseits zu parken, sodass man es vielleicht nicht auf Anni bemerkte. Wut stieg in mir auf und verlieh mir den nötigen Mut, um das Absperrband der Polizei zu missachten, in die Doline zu steigen und durch den finsteren Schlund zu krabbeln, einzig bewaffnet mit einer Taschenlampe. Aber der Zorn auf Volker verdrängte noch die wachsende Angst. Im Eingangsbereich stellte ich verwundert fest, dass der Röhrensinter an der Decke fast gänzlich in einem silbrig schimmernden Gewebe versank. Aus der einen Höhlen Spinne, die ich bei meiner zweiten Besichtigung entdeckt hatte, war inzwischen eine regelrechte Kolonie gewachsen. Wieso hatte ich das vorher nicht bemerkt? Ich litt zwar nicht unter Spinnenphobie, fand den Anblick aber auch alles andere als angenehm, so dass ich mich beeilte, über die Holzbohlen leise in die Tiefe zu klettern. Im Gegensatz dazu zauberte meine Fantasie wieder grausige Phantome in die Schatten, die nach allen Seiten sprangen, wenn ich die Taschenlampe schwenkte. Es war so unnatürlich still hier unten. Jetzt richteten sich auch die Herrchen in meinen Nacken auf. Ich vermutete zwar, Volker sich in der Kuppelgrotte befand, doch hätte ich erwartet, irgendwelche Geräusche aus dem Tunnel zu hören, die seine Anwesenheit verrieten. Eine neue Sorge machte sich in mir breit. Hoffentlich war ihm in der Dunkelheit nichts passiert. Auf dem Säulenplatz hielt ich wieder inne. Ich konnte mich einfach nicht überwinden, durch die Säulen hindurch in den Tunnel zu treten. Beinahe erlitt ich einen Panikeinfall. Meine Hand glitt in die Jackentasche, während ich nach dem letzten Mut in mir suchte, um die lächerliche Angst zu überwinden, die mich ganz in ihren Klauen gefangen hielt, so dass ich wie erstarrt auf einer unsichtbaren Schwelle stand. Dann berührten meine Finger das Teelicht und mir kam ein wahnwitziger Gedanke. Ich zwang mich, aus der Starre in die Hocke zu gehen und die Taschenlampe zur Seite zu legen. Durch die verminderte Sicht hatte ich kurz den überwältigen Eindruck, die Schatten würden wie eine Flutwelle über mir zusammenschlagen. Doch ich beeilte mich einfach, das Teelicht auf dem Schotterboden zu platzieren und ein Streichholz zu entzünden. Beim ersten Auflag an der kleinen Flamme zog sich die Finsternis wie ein verwundetes Raubtier zurück. Mein Herz raste, als hätte ich einen Dauerlauf gemacht. Das entzündete Teelicht nahm ich vorsichtig hoch und balancierte es auf der flachen Hand, um mit der anderen einen Sichtschutz zu simulieren, damit das Feuer mich nicht blendete, sondern den Weg erhellte. Als ich den Blick wieder aufrichtete, entfuhr mir ein überraschter Laut. Im Schein des Feuers glommen die Säulen in einem zarten goldenen Schein, als glühten sie aus einem inneren Feuer heraus. Fasziniert betrachtete ich den optischen Effekt, doch mein Verstand war nicht in der Lage, das Phänomen zu erklären. Der Anblick hatte etwas Magisches an sich. Vielleicht lag es auch daran, dass ich nun im Schein der Kerzenflamme nicht mehr unter dem Eindruck bedrohlicher Finsternis litt. Mit neuem Mut schritt ich zwischen den Säulen hindurch und betrat den dumpfigen Gang. Vor mir schmolz die viskose Dunkelheit dahin und die Schatten flohen mit einem schleimigen Geräusch. Doch das bildete ich mir wohl wieder nur ein. Kapitel 12 Aiwas Die Wiege des Universums Der Tunnel endete wie immer abrupt. Das letzte Stück war ich so langsam gegangen, dass ich fast stehen geblieben war. Noch immer tönte kein Geräusch aus der Kuppel Grotte und das bereitete mir panische Angst. Meine Fantasie schlug Kapriolen, halb erwartete ich, aus dem toten Winkel am Ende des Tunnels angegriffen zu werden, doch nichts geschah. Das Licht der Kerze malte einen goldenen Kreis um mich herum. Im weichen Schein des Feuers bemerkte ich, dass die Ritzungen der Menhiere im gleichen goldenen Schimmern glühten wie die Säulen am Eingang des Tunnels. Als Volker sie mir erstmalig zeigte, hatte er Schwierigkeiten, sie mit der LED-Lampe sichtbar zu machen, erinnerte ich mich. Was auch immer hier vorging, mit Vernunft und Verstand war das nicht mehr zu erklären. Irgendetwas zerbrach in mir bei dieser Erkenntnis und ich nahm die Erfahrung einfach an, als etwas Unerklärliches, über das ich mir später Gedanken machen würde. Von dem Archäologen fehlte immer noch jede Spur. Ich ließ den Blick durch die Kuppelgrotte gleiten. Das Licht der kleinen Kerze reichte weiter als erwartet. Ich konnte viele der Wandmalereien deutlich erkennen, sogar das Rund der Menhiere glühte noch am äußersten Rand, wo die Grotte wieder in diffuses, jetzt harmloses Zwielicht versank. Einzig das Innere des Steinkreises wurde nicht vom Schein des Feuers berührt und mein Gefühl riet mir, das Rund nicht zu betreten. Dieses Mal lauschte ich genau auf meine Intuition und nahm mir fest vor, auch danach zu handeln. Ich trat nahe an die bemalte Felswand, um die Distanz zum schattenbevölkerten Ring so gut wie möglich zu wahren. Ging in die Hocke und platzierte das Teelicht vorsichtig neben mir. Dann nahm ich ein frisches Streichholz aus der Schachtel und schnippte es über die Anzündfläche Richtung Steinkreis. Der erste Versuch schlug fehl, weil der Schwefelkopf sich nicht entzündete. Das zweite Streichholz brach in der Mitte durch. Doch der dritte Versuch glückte. Das Streichholz sprang zwischen den Hinkelsteinen hindurch, fiel zu Boden und flammte im Inneren des Steinkreises auf. Für einen grauenhaften Augenblick hatte ich den Eindruck, die Schatten würden zischend verdampfen. Das Geräusch erinnerte mich an das fauchen wütender Schlang. Etwas anderes erschreckte mich jedoch viel mehr, entlockte mir einen unbedachten Schrei, der gebrochen von den Wänden zurückgerufen wurde. In dem kurzen Aufflackern der kleinen Streichholzflamme glaubte ich Volker zu erkennen, wie er auf dem Sockel stand und die Statue umschlang. Ekel und Abscheu wallten in mir hoch, dicht gefolgt von einer Furcht, die ich in ihrer überwältigenden Heftigkeit weder verstehen noch kontrollieren konnte. Die Flamme verlöschte und die viskose Finsternis kehrte in den Steinkreis zurück. Ein schleifendes, rhythmisches Geräusch ertönte, dann hörte ich Volker seufzen, als kehre er aus einer tiefen Trance zurück. Du hast Licht in die Höhle gebracht, stellte er fest. Es klang tadelnd. Das Gefühl einer drohenden Gefahr wuchs ins Unermessliche. Ich musste hier raus, aber ich wollte Volker nicht hier zurück lassen, nicht an diesem Ort und schon gar nicht in der Nacht. Wie konnte ich ihn nur überzeugen? Ich habe dich gesucht, begann ich. Meine Stimme klang dünn und unsicher. Du hast mich gefunden, entgegnete er frustriert. Ich dachte, wir trinken ein Bier und du erzählst mir von deinen Erkenntnissen, versuchte ich, den Archäologen zu ködern. Volker lachte kurz trocken und gehässig auf. Ich fand es langsam unerträglich, dass ich ihn im Innern des steinernen Rings nicht sehen konnte. Stand er noch bei dem abscheulichen Götzenbildnis oder bewegte oder bewegte sich auf mich zu? Musste ich einen Angriff fürchten? Wie groß war die Gefahr, vor der mich meine Intuition warnen wollte? Ich griff in die Streichschutzschachtel und hob ein neues Hölzchen. Lass doch das Licht aus, klang es genervt aus der wabernden Finsternis. In Gedanken wägte ich meine Chancen ab, ihn zu überzeugen oder alternativ mich selbst in Sicherheit zu bringen. Doch mein Gewissen zwang mich dazu, ihm noch eine Chance zu geben, mit mir ins Hotel zurück zu kehren. Wenn du mitkommst, zünde ich dieses Streichholz nicht an. Der Archäologe gab einen langgezogenen Laut von sich, der ein Gähnen oder ein Stöhnen sein konnte. Also gut, lenkte er nach einem Moment der Stille ein. Ich komme ja schon. Seine Silhouette tauchte zwischen den Menhieren auf und mir schien, als glühten die Ornamente etwas heller, während die rauchigen, substanziellen Schatten zurückgehalten wurden und von ihm abfielen. Dann stand Volker wieder vor mir, wie ich ihn kannte, mit einem schiefen Grinsen im Gesicht. »Was Hox stände auf dem Boden? Planst eine neue Ausgrabung?« witzelte er. Der plötzliche Gemütswechsel verstörte mich mehr, als wenn er stattdessen seine unheimliche Laune beibehalten hätte. »Schon möglich?« entgegnete ich etwas schnippig, um die Ironie meiner Aussage zu unterstreichen. »Na komm, ich bin am Verdursten,« drängelte Volker überraschend, und ich ließ mich nicht zweimal bitten, die grauenhafte Höhle zu verlassen. Kapitel 13 Pertu In Stein gemeißelt Als wir die Höhle verließen, war es stockfinster geworden. Es schauderte mich, weil ich diesen Umstand zu vermeiden versucht hatte. Volker schien sich im Dunkeln nicht unwohl zu fühlen, aber das überraschte mich nach dem Erlebnis in der Grotte überhaupt nicht. Er war überdreht und doch gleichzeitig benommen, wirkte irgendwie rastlos und machte insgesamt den Eindruck eines verliebten Schuljungen auf mich, was ich in letzter Konsequenz wieder verstörend beunruhigend fand. Volker benahm sich wie unter Drogen. Ich überredete ihn geschickt, seinen Wagen stehen zu lassen und bei mir mitzufahren, weil ich sicher gehen wollte, dass er einerseits keinen Unsinn anstellte, aber vor allem nicht heimlich wieder zurück zur Höhle fuhr. Der Arschäologe erhob nicht einmal Einwände. Später in der Kneipe ließ ich ihn reden, hörte aber kaum zu, weil ich zu sehr damit beschäftigt war, mein Erlebnis zu verarbeiten. Nach nur einem Bier schützte ich eine überwältigende Müdigkeit vor, um mich ins Bett davon zu stehlen. Volker bemerkte weder meine Unaufmerksamkeit noch die Ausrede, blickte nur ein wenig enttäuscht, doch mit der Aussicht, bald wieder in die Höhle zu dürfen, beschwichtigte ich ihn erneut. Am nächsten Tag trudelte die Zusage ein, dass Volkers angeforderte Experte bewilligt worden war. Wir verbrachten einen weiteren müßigen Tag mit Recherche und dem einen oder anderen Bier. Der Archäologe freute sich während kleiner Schneekönig, dass die Statue endlich freigelegt werden würde, während ich mir Mühe geben musste, mir die Abscheu nicht anmerken zu lassen. Inzwischen vollzog sich ein unmerklicher Wandel in meiner Beziehung zu dem Archäologen, denn nach dem Erlebnis in der Grotte konnte ich ihn nicht mehr als vertrauten Menschen wahrnehmen. Ich spürte, dass ich ihm nicht mehr vorbehaltlos meine Bedenken in Bezug auf die Ausgabung mitteilen konnte und behielt alle Zweifel für mich. Insgesamt verstrich der Tag allerdings in quälend eintöniger Ereignislosigkeit. Gegen Abend meldete die Polizei, dass der Tatort wieder freigegeben sei und ich rief das Team für den nächsten Tag wieder zusammen, um die neue Lichtinstallation in der Höhle aufzustellen, die über die freien Tage ebenfalls eingetroffen war. Es dauerte fast einen ganzen Tag, um die Gerätschaften in der Höhle aufzubauen und es gelang mir erneut, Volker mit einer List zu überreden, sein Auto noch eine weitere Nacht an der Ausgrabung stehen zu lassen und bei mir mitzufahren. Ich konnte sehen, wie es hinter seiner Stirn arbeitete, doch letztendlich willigte er ein. Der darauf folgende Morgen präsentierte sich mit strahlendem Sonnenschein und eisblauem Himmel. Eine Handvoll Schäfchenwolken segelte vorüber, als das Team vollständig zur Ausgrabungsstätte aufbrach. Vor Ort erwartete uns bereits der Experte. Er reichte jedem Teilnehmer einzeln die Hand und stellte sich mit Gerd Köster vor. Aber ihr könnt einfach Köster zu mir sagen, das macht eigentlich jeder. Bei Gerd fühle ich mich oft gar nicht angesprochen. Also gewöhnt euch gleich an das Ey Köster lächelte er. Der Mann war mir auf Anhieb sympathisch, obwohl ich seine Aufgabe weiterhin grässlich fand. Etwas gedrungen von der Statur, lichter werdendes Haar, aber mit einem kräftigen Händedruck der harte, ehrliche Arbeit spiegelte. Ich führte ihn auf der Ausgrabung herum, während das Team sich an seine jeweiligen Aufgaben machte. Die Säulen faszinierten Köster auf Anhieb, sodass er den Handabdrücken im Tunnel kaum Beachtung schenkte. Als wir die Kuppelgrotte betraten, stieß er einen Laut der Überraschung aus. Bisher hatte jeder neue Besuch auf diese Weise reagiert, stellte ich fest. Im neuen Licht der Flutlichtlampen traute ich mich, das Rund zu betreten und zeigte dem Restaurator antiker Statuen seinen neuen Arbeitsplatz. Das Götzenbildnis nötigte ihm einiges Erstaunen, Ehrfurcht, aber auch eine gehörige Portion Abscheu ab. Ich hatte den steingewordenen Schrecken nicht mehr angesehen, seit ich beim ersten Mal in Ohnmacht gefallen war. Unter diesen Umständen kam ich jedoch kaum drum herum. Köster schien seinerseits ebenfalls Schwierigkeiten zu haben, den Blick auf die Figur zu heften. Es schien immer wieder abzugleiten wie Wasser von einer imprägnierten Oberfläche. Innerlich beruhigte mich das ungemein, weil es für mich bedeutete, dass meine Intuition funktionierte und ich Recht daran hatte, ihr zu folgen. Volker war völlig aus dem Häuschen, hatte bereits Lampen verrückt, um dem Restaurator so viel Arbeitslicht wie möglich Wir besprachen noch grob die Vorgehensweise, bevor der Archäologe sich in Schwärmereien über die Statue erging, immer wieder auf bestimmte Bereiche der grauenerregenden Skulptur deutete und Köster voll für sich in Anspruch nahm. Anfangs versuchte ich, dem Gespräch zu folgen, doch ich scheiterte schnell, weil ich das Götzenbild immer noch nicht so gänze erfassen konnte. Wieder hatte ich Schwierigkeiten, die einzelnen Teile der Figur in einen sinnvollen Kontext zu setzen, anstelle loser, unzusammenhängender Bildschnipsel. Zusätzlich hatte ich das unangenehme Gefühl, von der Statue beobachtet zu werden. Nicht mit Augen, die wirklich etwas sehen konnten, sondern auf einer tiefer greifenden Ebene, auf der sich Gefühle und Gedanken abspielen. Dort schien mir jeden Tag stärker eine Präsenz zu lauern, die mich aus dem Stein heraus verfolgte. Eine sehr alte Präsenz, die schon hier gewesen war, als die Menschheit noch jung, unschuldig und unerfahren gewesen war. Doch ich musste mich arg zusammenreißen, damit meine Fantasie mir keine Streiche spielte, doch es fiel mir schwer, nachdem ich beschlossen hatte, meinem Instinkt zu vertrauen. Sobald ich wieder Bewegungen aus dem Augenwinkel bemerkte, verabschiedete ich mich hastig und verließ die Höhle mit einer Ausrede. Ich schritt durch den dumpfigen Tunnel und kehrte auf den Säulenplatz zurück. Hier stieg mir zum ersten Mal ein sonderbarer Geruch in die Nase. Süßlich, beißend und irgendwie vergammelt. Einen Moment lang überlegte ich spöttig, ob einer der Ausgrabungsteilnehmer vielleicht Schwierigkeiten mit seiner Verdauung hatte, doch verwarf den Gedanken schnell wieder. Litt ich nach all meinen Erlebnissen und Schrecken nun auch noch unter einer olfaktorischen Täuschung? Was immer es war, es musste sich gedulden, denn meine überreizten Nerven brauchten dringend etwas Ruhe, frische Luft und vielleicht einfach nur etwas Sonnenlicht. Außerdem wartete auf meinem Schreibtisch schon wieder geduldig neuer Papierkram auf mich und ich hatte nicht vor, den Stapel wieder in unübersichtliche Höhen wachsen zu lassen. Kapitel 14 Yara Eine gute Ernte Was gibt es denn nun schon wieder, wollte ich wissen. Die Ausgrabungsteilnehmer hatten sich in der Doline versammelt, starrten Löcher in die Luft, rauchten und scharrten mit den Füßen über den raureif bedeckten Boden. Eigentlich hatte ich in einer halben Stunde einen Termin beim Tiefbauamt. Die zuständigen Mitarbeiter für das Straßenbauprojekt bekamen so viel Druck durch den Bauherren, dass ich zu einem Gespräch eingeladen worden war. Aber irgendein Tumult hatte meine Pläne geändert und nun stand ich einigermaßen zornig oben am Rand der Versackung, blickte auf die mies gelaunte Truppe herunter und fühlte mich wie ein unzufriedener Sklaventreiber im alten Ägypten. Sofort redeten alle durcheinander, das hält doch keiner aus da unten. Da fault was. Irgendwer fand's lustig eine Stinkbombe im Schach zu zünden. Es stinkt bestialisch. Ich hob abwehrend die Hände. Moment, nicht alle auf einmal. Ruhe kehrte ein und der Geologe drängte sich in mein Blickfeld. Es riecht nach Verwesung, erklärte er frustriert. Ich hatte mal eine Maus im Keller, die zwischen dem Abflussgitter und dem Rückstauventil im Boden verendet ist. Das roch genauso. Aber bei dem Gestank muss mindestens ein Fuchs oder ein Dachs in der Höhle gestorben sein. Das Problem ist nur, dass wir das Viech nicht finden können. Oh verdammt, seufzte ich und kratzte mich frustriert im Nacken. Habt ihr wirklich alles abgesucht? Naja, so ziemlich. Dein verrückter Archeoesoteriker lässt uns nicht in den Steinkreis, aber in der Kuppelgrotte ist der Gestank kaum wahrnehmbar. Ansonsten haben wir alles abgesucht. Bei dem Spitznamen, den der Geologe so selbstverständlich vor allen Ausgrabungsteilnehmern für Volker gebrauchte, fiel mir ein, dass ich noch ein ernstes Wörtchen mit dem Archäologen zu reden hatte. Die Harmonie in diesem Team war auch so schon nicht berauschend. Ein Querschläger machte alles nur noch schlimmer. Jetzt bemerkte ich auch, dass er sich nicht unter den Anwesenden befand. Köster fehlte ebenfalls. Bis auf den Spalt warf jemand ein. Wie bitte? hakte ich nach. Na, den Spalt, wo der Regen versickert ist. Da konnten wir nicht nachsehen, weil das Licht nicht weit genug reicht. Ich begriff, worauf die Sache hinauslaufen würde und zückte mein Smartphone. Ich kümmere mich drum, brummte ich. Zuerst verlegte ich den Termin beim Tiefbauamt. Danach wollte ich schon meinen Vorgesetzten anrufen, doch bevor ich die Wahltaste drückte, kam mir ein Gedanke, der mich innehalten ließ. Mit einer bösen Vorahnung wählte ich stattdessen die Nummer der Polizei und ließ mich zu den Beamten durchstellen, die unseren Fall betrauten. Ich schilderte meinen Verdacht und sie stimmten mir zu, dass ich richtig gehandelt hatte. Die Angelegenheit sei auf jeden Fall prüfenswert. Zwei Stunden später war die Spurensicherung mit Speziallampen und Hightech Ausrüstung vor Ort, um den Spalt am Boden der Schachtgrotte mit einer Kamera zu durchleuchten. Es dauerte eine halbe Ewigkeit, um die nötigen Vorbereitungen zu treffen und sagenhafte zwölf Minuten, bis der Umriss eines toten Körpers von der Kamera eingefangen wurde. Es war weder ein Fuchs noch ein Dachs. Es war ein Mensch und die Kamera zeigte deutlich, dass er Arbeitskleidung trug, auf der das Logo der Baufirma prangte. Die darauffolgende Unterredung mit der Kriminalpolizei war recht knapp. Ich lehne mich vielleicht etwas aus dem Fenster, aber ich vermute mal, dass wir den Saboteur gefunden haben, kommentierte der Beamte trocken. Mich schrecklich, entgegnete ich. So einen Tod wünscht man wirklich niemandem. Der Beamte grunzte nur zur Antwort. Er war recht beleibt und das graumilierte Haar zeugte von seinen vielen Dienstjahren, die ihn offensichtlich empathielos und kaltschnäuzig gemacht hatten. Das Protokoll, begann er und fixierte mich mit einem harten Blick. Kannten sie ihn? Nicht persönlich. Ich glaube, er gehörte zu dem Team, das hier gearbeitet hat, vor das Bauprojekt für die Ausgrabung ausgesetzt wurde. Sein Gesicht kam mir vage bekannt vor. Ich schauderte. Oder das, was davon übrig ist. Denken sie, er wurde angestiftet? Das wissen wir noch nicht, aber wir werden es prüfen. Der Tote zählte zu unseren Hauptverdächtigen, weil er nach der Sabotage von seiner Freundin als vermisst gemeldet wurde. Der Gedanke lag nahe, dass er sich aus dem Staub gemacht haben könnte, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Was glauben sie, wie er in den Spalt gekommen ist? Vermutlich ist er hineingefallen, spekulierte ich. Die Höhle ist im Dunkeln extrem unübersichtlich, selbst dann, wenn man eine Taschenlampe dabei hat. Falls das Licht ausfiel, während er noch drin war, dann hat er vermutlich das Loch nicht gesehen, ist fälschlicherweise auf einen harmlosen Schatten gehalten und ist Opfer seiner eigenen Zerstörungswut geworden. Der Beamte grinste freudlos. Machen sie die Höhle jetzt wieder dicht? Wollte ich wissen. Der Kripo-Beamte wiegte den Kopf zur Seite und überlegte kurz, bevor er antwortete, wir prüfen gleich die Fingerabdrücke und sagen ihnen dann, ob das nötig ist. Das klingt gut. Ich muss mich noch um einen Kollegen kümmern. Sie finden mich in der Kuppel Grotte. Meine Telefonnummer haben sie ja schon, falls sie noch Fragen haben. Natürlich, aber ich denke, das wird nicht nötig sein, brummte der Polizist selbst sicher. Ich glaube, dass wir das recht schnell klären können. Kapitel hat der Polizei mit einem überraschten Stirnrunzeln zur Kenntnis genommen und war nach draußen gegangen. Ich hatte ihm nicht folgen können, weil ich noch befragt wurde, aber ich vermutete, dass der Archäologe nur einen Ort aufsuchte, an den jeder vorzugsweise allein geht. Er hätte eigentlich mit den anderen Ausgrabungsteilnehmern danach oben bleiben müssen, doch ich sah ihn wenige Minuten später wieder zurückschleichen und im Tunnel verschwinden. Diese Dreistigkeit ließ den Zorn erneut in mir auffallen. Wenn er sich schon so wenig für seine Umwelt interessierte und nicht mal neugierig wurde, weil die Polizei schon wieder die Ausgrabung unterbrach, war sein Arbeitseifer definitiv in Schieflage geraten. Zusätzlich fragte ich Ich erreichte die Säulen und tastete kurz in meiner Jackentasche nach der Streichholz Schachtel. Das Teelicht hatte ich ebenfalls dabei, doch es war inzwischen zur Hälfte niedergebrannt. Nervös prüfte ich aus dem Augenwinkel, ob mich jemand beobachtete. Es wäre mir äußerst peinlich gewesen, wenn mich jemand auf das Folgende ansprechen würde, aber es schien, als sei ich auf dem Säulenplatz völlig ungestört. Also zündete ich schnell die kleine Kerze an. Wieder glühten die Säulen in dem goldenen Schein auf, obwohl die Höhle jetzt wieder eine passable elektrische Beleuchtung besaß. Hinter dem, was ich für einen optischen Effekt gehalten hatte, musste mehr stecken, als ich bis jetzt verstand. Gestärkt schritt ich zwischen den Säulen hindurch und betrat den Tunnel. Watteartige Stille umgab mich, die Geräusche der Spurensicherung hinter mir wurden dumpf und verklangen nach wenigen Schritten. Vor mir wich die viskose Finsternis wie erhofft zurück. Die Stille nahm zu, schien sogar meine Schritte zu verschlucken, was meine Gänsehaut bescherte, denn ich erinnerte mich sehr genau daran, dass meine Schritte hier eigentlich ein dumpfes Geräusch verursachen sollten. Jetzt hörte ich nichts, außer dem Blut, das in meinen Ohren rauschte. Was stimmte bloß mit diesem Ort nicht? Am Ende des Tunnels wich die sonderbare Stille wieder dem normalen Geräuschepotpourri, das ich erwartete. Wie benommen blieb ich stehen und platzierte meine Kerze neben dem Durchgang, nahe der Felswand. Die Kuppelgrotte war beleuchtet, doch die meisten Lampen befanden sich im Inneren des Steinkreises, um das verhasste Götzenbild anzustrahlen und Köster ideale Arbeitsbedingungen zu bieten. Der helle Fleck hinter den Menhieren erzeugte ein Wechselspiel aus langen Schlagschatten, die mit Streifen aus Licht wechselten. Trotz dieser Flutlichtbeleuchtung konnte ich den Bereich im Innern des steinernen Runds immer noch nicht erfassen. Es blieb stets bei vagen Eindrücken, die teils widersprüchlich, teils absurd und zu einem großen Teil angsteinflößend waren. Ich konnte Volker und Köster eine angeregte Unterhaltung führen hören, doch ihre Worte verstand ich nicht. Ihre Stimmen kamen verzerrt und voller Echos bei mir an. Bevor ich mich zu ihnen gesellte, wollte ich ein kleines Experiment wagen. Die vielen sonderbaren Eindrücke, die ich immer wieder erlebte und bisher auf meine Fantasie geschoben hatte, mussten doch irgendwie messbar sein, wenn sie schon nicht erklärbar waren. Ich schritt also dicht an den Menhieren vorüber. Soweit der Schein meiner Kerze reichte, glühten die Ritzungen im Felsen im selben goldenen Schimmer, der auch die Säulen erfüllte. Ich ging sehr langsam, scharte manchmal mit den Schuhen auf dem Schutt, lauschte auf alle Geräusche und verglich ihre Ausprägung. Schritte Klangen gedämpft, aber wenn ich die Stimme erhob, erzeugten die Wände ein mehrfaches Echo. Ich versuchte es mit Klatschen, aber dieses Geräusch wurde nicht zurückgeworfen, obwohl der Ton laut genug dafür war. Meine Stimme jedoch hallte selbst bei verminderter Lautstärke nach. Dann prüfte ich den optischen Effekt, der mir schon mehrfach aufgefallen war. Wenn ich zwischen zwei Hinkelsteinen hin durchsehen wollte, blendete mich das Flutlicht, aber auch nahe Bereiche auf der anderen Seite schienen eigenartig zu flimmern und verschwommen zu sein. Ich konnte Bewegungen wahrnehmen, aber keinen der beiden Männer klar erkennen. Selbst ihre Umrisse franzten immer wieder aus, als wären sie gar nicht wirklich existent. Schließlich betrat ich das steinerne Rund. Augenblicklich geronnen die wirren Sprachfragmente zu einer Unterhaltung und die Sicht klarte auf, sodass sich die weichen, verschwommenen Flecken plötzlich in scharf konturierte Steine im Licht einer Baustellenbeleuchtung verwandelten. Ich entdeckte die schwarze Stromleitung, welche sich über den Boden schlängelte, die ich zuvor im Tunnel nicht wahrgenommen hatte. Die Statue im Zentrum des Kreises warf einen bedrohlichen Mehrfachschatten, weil gleich fünf Flutlichtscheinwerfer sie von mehreren Seiten beleuchteten. Der rostbraune Farbton der Versinterung wirkte im grellen Licht noch abstoßender. Ich schluckte, um den aufwallenden Ekel im Zaun zu halten. Volker und Köster befanden sich auf der anderen Seite der Statue und diskutierten angeregt. Na, wie kommt ihr zurecht, rief ich, um mich anzukündigen, denn die beiden waren so in ihre Auseinandersetzung vertieft, dass sie mich vermutlich erst bemerken würden, wenn ich neben ihnen stand. Ich hatte nicht vor, sie zu erschrecken. Brinkmüller, gut, dass du kommst, warf mir Köster entgegen und setzte gleich zu einer Beschwerde an. Sagen sie dem feinen Herrn, dass er sich nicht in meine Arbeit einmischen soll, sonst dauert es bis zum Sankt Nimmerleins Tag. Oder sie können sich einen anderen für dieses Monster suchen. In Gedanken verbuchte ich einen Punkt auf Kösters Sympathieliste, weil er die Statue offensichtlich nicht leiden konnte. Verglichen mit Volkers Sympathieliste, die sich mittlerweile weit im Minusbereich befand, bekam ich große Lust, das Feierabendbier heute mit dem Restaurator zu trinken, statt mit dem Arschäologen. Was ist denn los, wollte ich wissen und umrundete die Statue, sodass ich die beiden Streithähne auch endlich sehen konnte. Volker warf abwehrend die Hände in die Luft. Ich habe ja nur angemerkt, dass es vielleicht interessanter wäre, wenn er oben anfängt und nicht unten. Angemerkt, äffte Köster ihn nach, angeschrien und mit Drohungen eingefordert, trifft es wohl er. So eine Frechheit muss ich mir nicht bieten lassen. Erst recht nicht von einem Laien, der null Ahnung von den heiklen Prozessen hat, die ich hier unter schwierigsten Bedingungen bewältigen muss. Sie wollen sicher nicht, dass der Statue hinter einen Finger fehlt, weil ich nicht sorgfältig arbeiten konnte. Ich seufzte. Volker schnaubte. Aber den Sockel will doch kein Mensch sehen, du sollst die Statue freilegen, warum nicht oben beginnen? Köster verdrehte die Augen und antwortete genervt, zum tausendsten Mal, weil ich mich so an die Beschaffenheit des Materials besser herantasten kann. Man kann nie ausschließen, dass ein Fehler passiert, aber es ist besser, der Fehler passiert am Sockel und nicht im Gesicht. Eine Unachtsamkeit und die Nase ist ab. Soll ich der Ollen vielleicht einen Sphinx Look verpassen? Wer ist hier Oll? ereiferte sich Volker. Hey, mischte ich mich wieder ein. Ich hatte genug gehört, um das Problem ergründen zu können. Volker, du beruhigst dich jetzt erstmal und gehst woanders hin. Mit dir habe ich ohnehin noch ein Wörtchen zu reden. Volker starrte mich an, als hätte ich ihn persönlich für den Untergang Roms verantwortlich gemacht. Ich blickte wütend zurück und wartete, bis er sich zurück zog. Dann wandte ich mich an Köster. Das tut mir unglaublich leid. Ich kann mir nicht erklären, was in ihn gefahren ist. Eigentlich ist er gar nicht so. Kennen Sie ihn schon länger? Wir waren mal Arbeitskollegen, bis Volker zur Uni gewechselt ist. Köster nickte und schüttelte gleich darauf den Kopf. Ich fürchte, der dreht hier unten durch. Sind Sie sicher, dass er psychisch stabil ist? Wie kommen Sie denn darauf? fragte ich, bemüht nicht zusammenzuzucken, weil ich unangenehm an die nächtliche Begegnung in der Grotte erinnert wurde. Ich sag's ganz ehrlich und direkt. Heute ist mein zweiter Tag und ich habe bereits mehrere Stimmungswechsel bei dem Arschäologen miterlebt. In seinen Launen gibt es nur Extreme. Bisher konnte ich Euphorie, Zorn und Melancholie beobachten. Auf mich wirkt er wie ein Besessener. Er fängt Dinge an, um sie kurz darauf liegen zu lassen und etwas Neues zu beginnen. Ich will ihm nichts Böses und ich habe auch nichts gegen ihn persönlich, trotz unseres Streits, aber vielleicht setzt ihm die Höhle einfach zu. Köster machte ein betretenes Gesicht. Ich konnte ihm ansehen, dass er sich wohl unwohl dabei fühlte, am zweiten Tag schon einen Kollegen zu diskreditieren, mit dem er in Streit geraten war. Aber seine Beobachtungen deckten sich mit meinen eigenen Erfahrungen der letzten Tage und ich sah mich gezwungen, sehr bald eine Entscheidung treffen zu müssen, die Volker nicht gefallen würde. Ich seufzte schwer. Andere Teammitglieder haben sich auch schon beschwert. Das geht in Ordnung. Eigentlich wollte ich dich bitten, mir mitzuteilen, wenn er über die Stränge schlägt, aber da war er wohl schneller. Köster verzog das Gesicht, als hätte er in eine Zitrone gebissen. Ich lege keinen Wert darauf, Babysitter für erwachsene Menschen zu spielen. Ich mache hier meinen Job und versuche mit allen gut auszukommen, aber ich bin keine Anlaufstelle für Psychos und Kollegen auszuspionieren liegt mir auch nicht. Ich nickte. Diese Einstellung konnte ich ihm nicht mal verdenken. Kann ich verstehen, dann melde dich einfach, wenn er dich nervt. Na, da kannst aber Gift drauf nehmen. Und wie ich das werde. Wenn er mich noch mal so anpammt, bin ich nämlich weg. Ich habe genug Kunden, die mich freundlich behandeln und die mir gestatten, die Restauration in meiner Werkstatt durchzuführen. Ich muss hier nicht im Dreck bei schäbiger Beleuchtung schuften. Ich erinnerte mich daran, dass Volker nach unserer Prügelei eine ähnliche Bemerkung in Bezug auf das Licht in der Grotte gemacht hatte und schauderte kurz. Hast du denn schon Erkenntnisse gewonnen? Beendete ich das unangenehme Thema. Köster quittierte den Wechsel mit einem Grinsen und zeigte mir einen Bereich am unteren Rand des Sockels, wo er den ursprünglichen Stein bereits freigelegt hatte. Die Stelle war vielleicht Handteller groß und sah aus, als sei die Sinterschicht einfach abgeplatzt. Es erinnerte mich an gesprungenes Eis oder Zucker Glasur. Der Stein darunter hatte Ähnlichkeit mit dem Material, aus dem auch die Säulen gefertigt worden waren. Ich komme voran, kommentierte der Restaurator zurückhaltend, aber ich bin mir noch nicht sicher, womit ich es zu tun habe. Wir hatten Proben ins Labor geschickt, aber die Ergebnisse waren verwirrend. Das kenne ich. Bis die eine klare Analyse vorlegen, habe ich das Monster möglicherweise längst in all seiner Hässlichkeit freigelegt, schimpfte Köster. Ich schmunzelte. Dann halte ich dich mal nicht weiter auf. Ich muss noch ordentlich mit jemandem schimpfen. Viel Spaß, rummte der Restaurator, winkte knapp und widmete sich wieder seiner Arbeit, während ich Volker suchte. Der Archäologe war nicht mehr im Steinkreis, also verließ ich das rund. Derselbe Effekt, der die Sicht und das Gehör trügte, funktionierte auch umgekehrt. Von innen konnte man nicht sagen, was außerhalb des Steinkreises vor sich ging. Volker hatte meine Kerze entdeckt, hockte daneben auf dem Boden und starrte wie gebannt die glühenden Ritzungen der Menhierer an. Das kam mir gelegen, denn so hatte er uns hoffentlich nicht belauscht. Als ich näher kam, sagte er, ohne den Blick abzuwenden, das ist hochinteressant. Ich denke, ich weiß jetzt, was es mit den Hinkelsteinen auf sich hat. Das muss warten, mein Lieber, unterbrach ich ihn wütend. Wir beide gehen jetzt nach oben und unterhalten uns darüber, was mit aus einer Art trance. Was ist los? Ich wiederholte mein Anliegen mit Nachdruck und er folgte mir ohne Widerrede. Die Spurensicherung war immer noch in der Höhle, aber sie packten bereits zusammen. Kurz überlegte ich, den Kripo-Beamten zu fragen, ob er die Höhle für ein paar Tage sperren könnte. Es war so viel geschehen, dass ich kaum noch wusste, wo mir der Kopf stand. Mit dem Archäologen im Schlepptau erklomm ich die Holzbohlen und wir krabbelten schließlich über den Eingangsfelsen ins Freie. Ein plötzlicher Temperatursturz ließ mich erschrocken zusammenfahren. Mein Atem zeichnete sich als kleine Dampfwolke in der Luft ab. Schnell schloss ich meine Jacke, um nicht frieren zu müssen. Volker hatte überhaupt keine Jacke dabei, trug nur einen dicken Rollkragenpullover Die Kälte schien ihm trotzdem weniger zuzusetzen als mir. Die Dämmerung brach schon wieder an. Meine innere Uhr behauptete, dass es höchstens Mittag sei, aber ich hatte dieses Mal völlig vergessen, mir einen Wecker zu stellen, als ich die Kuppelgrotte betrat. Wie lange war ich dort gewesen? Scheiße, fluchte ich halblaut. Was meinst du, wollte Volker wissen, ich war wieder viel zu lange in der Höhle und du auch, das muss ab heute anders laufen. Ich verstehe nicht, was du meinst, behauptete der Archäologe. Ich denke, du verstehst mich sehr gut. Deine Stimmungsschwankungen, deine Besessenheit von der Statue, ständig beschweren sich Teammitglieder darüber, dass du sie in der Grotte nicht arbeiten lässt und deine Berichte werden immer kryptischer und enthalten kaum noch Informationen. Was soll das? Das passt gar nicht zu dir. Volker schwieg einen Moment. Es arbeitete in seinem Gesicht. Dann antwortete er einfach, okay, ich werde mich bessern, tut mir leid. Perplex starte ich ihn an. Ich hatte mit einer langen, ermüdenden Diskussion gerechnet. Volkers Einsicht brachte mich aus dem Konzept. Dann darf ich davon ausgehen, dass du dich ab jetzt nicht mehr in die Bereiche einmichst, für die ein anderer Teilnehmer verantwortlich ist? Klar. Ich warne dich. Du bist Köster ziemlich hart auf die Füße getreten. Er hat angekündigt, dass er beim nächsten Vorfall seine Sachen packt. Also reiß dich zusammen. Er nickte nur stumm. Plötzlich war die Luft erfüllt von dicken, flauschigen Schneeflocken, die träge durch die Luft segelten. Es schneit, freute sich Volker. Jetzt ist es offiziell Winter geworden. Irgendwie hatte ich den Verdacht, dass mein Tadel überhaupt keinen Eindruck bei ihm hinterlassen hatte. Kapitel 16 Naudis Zwingende Notwendigkeit Etwas später bestellte ich mir ein Bier bei der blonden Wirtin und verzog mich mit dem Hopfentee in eine Ecke der Kneipe, wo ich mein Papierkram ausgebreitet hatte. Mein Sorgenkind war aktuell die Tür, die ich nach der Sabotage in Auftrag gegeben hatte. Die Lieferung verzögerte sich aus unerfindlichen Gründen. Das passte mir überhaupt nicht, weil Schloss und Riegel vor der unheimlichen Höhle mir ein Gefühl von Sicherheit verschafft hätten, ganz abgesehen von der Gewissheit, dass Volker sich nicht heimlich über Nacht in die Grotte schleichen konnte. Aber eigentlich war ich nicht in die Kneipe umgezogen, um Organisatorisches zu erledigen. Mir war eine wahnwitzige Idee gekommen und die wollte ich nicht allein in meinem Zimmer prüfen, sondern in einer Umgebung, in der ich Wenn ich meine sonderbaren Erlebnisse mit in die Ausgrabung einbezog, was für ein Bild würde die Höhle dann liefern? Ich hatte immer weniger den Eindruck, dass es sich um eine Kultstätte handelte, denn bisher hatten wir nicht den leisesten Hinweis auf Opfergaben entdecken können, keine Tonscherben, keine Tierknochen, nichts, was man irgendwie mit Opfergaben in Verbindung bringen konnte. Beide Höhlen zeigten eindeutige Spuren von Bearbeitung, doch entgegen der sonst üblichen Funde des alltäglichen Lebens schienen die Erbaue der Stätte hinter sich sorgfältig aufgeräumt zu haben, um selbst keine Spuren zu hinterlassen. Das war so außergewöhnlich, dass immer noch einige Mitglieder des Ausgrabungsteams nicht von der Echtheit des Fundes überzeugt waren. Ich nahm mir die Funde einzeln vor und begann mit der Treppe. Die Stufen waren so gut erhalten, dass man noch Werkzeugspuren unter den Sinterschichten gefunden hatte. Aber alles wirkte neu, wie eben erst fertiggestellt, als hätte man die Treppe unverhältnismäßig kurz genutzt, im Gegensatz zu den Mühen, die der Bau der Stufen verursachte. Das nächste Rätsel bestand aus der Frage, wie die Erbauer der Treppe diese angefertigt hatten, denn laut der Datierung kannten die frühen Menschen zu dem Zeitpunkt ausschließlich behauene Steine, mit denen sie Tierknochen bearbeiteten, um Gegenstände des alltäglichen Lebens herzustellen. Die Furchen im Gestein der Stufen deuteten jedoch auf höher entwickelte Werkzeuge hin. Mit Feuerstein konnte man keinen Granitfelsen bearbeiten. Nichts passte zusammen. Ich legte den Bericht zur Seite und widmete mich den Säulen. Das Gestein blieb weiterhin unbestimmt. Die chemische Analyse des Labors enthielt für mich nur böhmische Dörfer. Aber ich konnte immer noch meine eigenen Beobachtungen beisteuern. Das Material musste auch in den Menhieren zu finden sein, vielleicht eine Art Legierung, denn die Ritzungen verhielten sich wie die Säulen, wenn man sie mit Kerzenlicht anleuchtete, aber die Hinkelsteine bestanden nachweisbar aus Granit. Blieb noch der optische Effekt. Der Unterschied zwischen der elektrischen Beleuchtung und Feuer war unter anderem in ihrem Lichtspektrum zu finden. Ich hatte mir ein Handbuch der Flutlichtstrahler besorgt und nachgelesen, dass das Spektrum einen hohen Blauanteil besaß, während der Rest sich ungefähr gleichmäßig verteilte. Kerzenlicht hingegen besaß so gut wie gar keinen Blauanteil, dafür stieg die Intensität des Spektrums über Gelb und Orange zu einem dominierenden Rotanteil an. Wie würden sich wohl die unerklärlichen Phänomene verhalten, wenn ich eine Infrarotlampe nutzte? Na, bringt Müller, sagte jemand und riss mich aus meinen Überlegungen. Ich sah auf und erblickte den Geologen. Er hob sein Bier zum Gruß und fragte, darf ich mich zu ihnen setzen oder sind sie beschäftigt? Ich lächelte und schob die Unterlagen zu einem unordentlichen Stapel zusammen. Wo drückt denn der Schuh? kam ich gleich auf den Punkt. Peinlich berührt musste ich mir eingestehen, dass ich seinen Namen vergessen hatte. Aber diese Blöße wollte ich mir nach Wochen gemeinsamer Arbeit nicht geben. Außerdem hatte er sicher ein ernstes Anliegen. Der Geologe hatte sich bisher selten im Hotel blicken lassen. Na das nenne ich mal direkt entgegnete er überrumpelt. Wo soll ich anfangen? Beim schlimmsten natürlich meinte ich einladend um es ihm so leicht wie möglich zu machen. Ich sah ihm an dass er sich unwohl in seiner Haut fühlte. Ja gut also es geht um Bose den Archäologen seufzte er und sammelte sich kurz bevor er fortfuhr also es geht mich ja eigentlich nichts an aber ich habe das Gefühl dass sein Arbeitspensum zu hoch ist der dreht da unten völlig am Rad heute zum Beispiel da war ich der letzte vom Team der gegangen ist und habe deshalb noch einen Kontrollgang durch die Höhle gemacht jedenfalls und ich konnte den auch nicht überreden endlich Feierabend zu machen hat die ganze Zeit nur geantwortet ich muss das fertig machen und ich bin schon im Verzug oder ich kann mir keine Pause leisten sonst werde ich nicht rechtzeitig fertig richtig sauer geworden ist der als hätte ich seine alte angefasst aber sie sind ja ganz blass geworden ist alles in Ordnung heißt das Volker ist jetzt immer noch in der Höhle mitten in der Nacht ja Nacht würde ich das vielleicht nicht nennen er sah auf seine Armband Uhr ist ja erst kurz nach 8 Uhr aber jetzt um die Jahreszeit ist es natürlich schon dunkel draußen wutscht die gimme auf es ist noch keine drei Stunden her da habe ich ihm ausdrücklich verboten Alleingänge zu unternehmen und jetzt bringt er so eine Aktion ich versichere ihnen eines wenn ich Volker morgen früh sehe kann er seine Koffer packen keine Sorge das haben sie nicht verschuldet es ist wirklich genug vorgefallen dass ich mich eigentlich schon viel früher darum hätte kümmern müssen es ist sozusagen überfällig ich sog scharf die Luft ein um mich wieder etwas zu beruhigen ich muss gestehen dass ich neben der Sabotage und den ganzen anderen organisatorischen Aufgaben den Mitarbeitern einfach mehr Freiheiten gewährt habe aber dass jemand sich Sachen erlaubt wie der Volker das habe ich noch nicht erlebt tja dann begann der Geologe betreten und machte Anstalten aufzustehen er schien sich noch unwohler zu fühlen als vorher sie wollen doch nicht schon wieder gehen fragte ich enttäuscht ich würde die Gelegenheit gerne nutzen um noch kurz über die Messergebnisse zu sprechen dieser Temperatureanstieg sie wissen schon wie ungewöhnlich ist das was glauben sie kann die Ursache dafür sein eigentlich wollte ich schon vor Tagen mit ihnen darüber gesprochen haben sollte sowas nicht eigentlich unmöglich sein sein Gesicht hältte sich etwas auf und verdüsterte sich gleich wieder ich stellte sein Bier ab und rutschte mit dem Stuhl in eine bequemere Position am Tisch auf einmal wirkte er sehr ernst und ich fühlte dass dies ein bedeutsames Gespräch werden würde Kapitel 17 Haglas Initiation des Novizen ich nahm einen Schluck Bier und wartete darauf dass der Geologe das Wort ergriff das Temperaturphänomen ist tatsächlich ein Ding der Unmöglichkeit begann er ich konnte nur ein einziges Mal mit einer Wärmebildkamera einen kleinen Blick in der Grotte erhaschen bevor der Spinner mich weggejagt hat er räusperte sich Entschuldigung ich machte eine wegwerfende Handbewegung naja die Wärmebildkamera zeigte dass die Hinkelsteine für den Temperatureinstieg verantwortlich sein könnten sie waren viel wärmer als die anderen Felsen ich dachte das Gerät spinnt als ich das sah das ist einfach unmöglich ich kann das nicht erklären aber so sah es aus leider konnte ich kein Bild davon machen deshalb kann ich die Sache nicht beweisen und aus diesem Grund taucht auch nichts davon in meinem Bericht auf ich nickte unerklärliches scheint sich in dieser Höhle ja richtig zu sammeln scherzte ich flach der Geologe legte die Stirn in Falten und ich fügte hinzu ich hatte einige sonderbare Erlebnisse die ich nicht erklären kann was denn zum Beispiel wollte er wissen angespannte Neugier ergriff nun Besitz von ihm um etwas Zeit zu gewinnen nahm ich noch einen Schluck Bier und leerte damit mein Glas hauptsächlich optische Effekte die sich auf die Schattenbildung beziehen in der Kuppelgrotte fühle ich mich meistens beobachtet dieses Götzenbildnis ist das unheimlichste was ich jemals gesehen habe der Anblick ist so verstörend dass ich die Statue bis jetzt nicht ein einziges mal richtig ansehen konnte der Blick leitet immer irgendwie an ihr vorbei ich verstehe nicht wie Volker so fanat in das hässliche Ding sein kann wissen sie ich war eigentlich froh wenn ich nichts mit der Statue zu tun haben musste jetzt darf ich mich morgen um einen Ersatz für den Archäologen kümmern und davor graust es mir gewaltig denn ich kann mir nicht vorstellen dass irgendjemand sich gerne mit dieser Abscheulichkeit befassen will der Geologe nickte ich verstehe sehr gut was sie meinen sowohl mit der Statue als auch mit dem Archäologen stimmt was nicht er ist immer noch nicht zurück nicht wahr was meinen sie kommt er heute noch oder macht er die Nacht durch allein bei Nacht in der Höhle da würden mich keine zehn Pferde zu bringen um nichts in der Welt wollte ich da nach Einbruch der Nacht bleiben aber sie glauben doch nicht dass sie die ganze Zeit dort arbeitet oder warf der Geologe skeptisch ein ich zuckte zusammen vor meinem inneren Auge blitzte dieses Bild auf Volker der in der viskosen Finsternis auf den Sockel geklettert war und die Statue umschlungen hielt wissen sie etwa was er dort macht wurde mein gegenüber nach ihm war nicht entgangen dass in mir etwas vorging ich habe ihn einmal aus der Höhle geholt weil er wieder kein Ende finden konnte es war es war verstörend antwortete ich ausweichend der Geologe nickte und respektierte dass ich nicht weiter darauf eingehen wollte ich fügte hinzu das war das erste und einzige Mal heute kann er bleiben wo der Pfeffer wächst und morgen kann er gehen ich sprach noch eine Weile über die sonderbaren Vorkommnisse in der Höhle der Geologe bestätigte mir dass auch er ab und an unter optischen Erscheinungen litt aber im Gegensatz zu mir hatte er sich eine Erklärung zurecht gelegt er macht eine leise unhörbare 10 Hertz Frequenz dafür verantwortlich es war allgemein bekannt dass Frequenzen in diesem Bereich weniger mit dem Ohr als vielmehr mit dem ganzen Körper wahrgenommen wurden und aus wissenschaftlichen Studien wusste man ebenso dass sie in der Lage waren die Flüssigkeiten im Augapfel in Schwingung zu versetzen was Bewegungen am Rande des Sichtfeldes verursachte ich staunte über seine kreative Erklärung aber sie war leider nicht vollständig er hatte keine Idee wo das Geräusch her kommen sollte und gemessen hatte er es auch nicht als ich später die Treppe zum ersten Stock erklommen fühlte ich mich hundsmiserabel es tat mir im Herzen weh Volker von der Ausgrabung ausschließen zu müssen zu es war richtig und für alle das beste was immer auch in dem archäologen vor sich ging es konnte nicht gesund sein und es war meine Pflicht für die Sicherheit der Ausgrabungsteilnehmer zu sorgen auf der Türschwelle blieb ich kurz stehen starrte in die wabernde Finsternis und hatte den Eindruck dass der Geologe mit seiner zähen Herzerklärung meilenweit neben der Spur lag ich beeilte mich die Kerzen anzuzünden damit das warme Licht die Schatten verjagte in dieser Nacht schlief ich schlecht wälzte mich im Bett hin und her und kämpfte gegen den Drang einem fordernden Ruf zu folgen ohne zu wissen wer mich rief oder wohin Kapitel 18 Wunju Glück des Narren Ich träumte es war wieder einer dieser Albträume aber viel intensiver als jemals zuvor eine raue Stimme rief meinen Namen rau wie malender Stein und dunkel wie der Klang der Höhle eine überwältigende Macht ging von ihr aus und ich brauchte alle meine Willenskraft um ihr zu widerstehen doch meine Konzentration bröckelte langsam und stetig bis ich mich barfuß auf einer mit Raureif bedeckten Wiese wiederfand kälte kälte bis in jedes Fleckchen Haut brachte mich zur Besinnung bis die Stimme erneut nach mir rief und mich unter ihre Kontrolle zwang wieder kämpfte ich dagegen an für einen Moment verschwamm meine Sicht und das nächste was ich erblickte war Volker der im Schein einer bläulichen Licht Quelle irgendeine Art von Beschwörung abhielt ich wollte ihn ansprechen doch meine Stimme war wie gelähmt unfähig zu einer willentlichen Entscheidung war ich gezwungen zuzusehen große Mutter wiederholte er immer wieder dumpf erwache aus deinem Schlaf und die malende körperlose Stimme antwortete ich konnte die Worte nicht verstehen doch ich verstand den Sinn grauen erfasste mich befreite mich aus dem bann vor einen kurzen Moment hatte ich den Eindruck zu fallen dann schlug die Welt mit plötzlicher Härte über mir zusammen und ich erwachte aus dem Traum finsternis feuchte kälte auf der Haut taube Füße die über harten unebenen Boden schürften nein flehte ich als die Angst zur Gewissheit wurde meine Stimme kehrte gebrochen aus der Dunkelheit zu mir zurück wie zur Hölle war ich in die Höhle gekommen panisch kauerte ich mich an Ort und Stelle zusammen jeder Schritt hätte mich ins Verderben stürzen können ich könnte direkt vor dem Spalt stehen und es erst bemerken wenn der nächste Schritt ins Leere trat der arme Saboteur kam mir in den Sinn würde ich sein Schicksal teilen als hätte die Stimme meine Gedanken gelesen beantwortete sie die Frage doch was sie mir verriet stürzte mich nur in größere Verzweiflung und im nächsten Moment weigerte sich mein Verstand einfach zu funktionieren denn die Dunkelheit nahm vage Konturen an in der absoluten Finsternis bewegten sich die Schatten ich musste wohl ohnmächtig geworden sein als ich erwachte dröhnte mein Schädel wie nach einem schweren Sturz oder einer durchzechten Nacht ich öffnete die Augen und erstarrte vor mir erhob sich das abscheuliche Götzenbildnis angestrahlt von einem blauen flackernden Licht ich keuchte wollte aufstehen aber ich musste feststellen dass ich gefesselt worden war es ist nett von dir dass du mir bei meiner Arbeit Gesellschaft leistest Thomas das Glück ist immer mit den Narren hörte ich Volker sagen seine Stimme klang kratzig und tonlos ich begriff dass auch er sich im Bann der körperlosen Macht befand wie lange ging das wohl schon so mach mich los forderte ich meine Stimme überschlug sich vor Panik das kann ich leider nicht ich brauche dich noch die Frage wofür er mich brauchen würde wollte ich lieber nicht stellen denn ich war mir sicher dass ich die Antwort nicht hören wollte es gelang mir mit einiger Mühe in eine sitzende Position zu rutschen hältst du das für eine kluge Idee fragte ich stattdessen ich musste Zeit gewinnen inzwischen war ich wieder so weit klar im Kopf dass ich wieder fühlen konnte was ich trug Pullover und Hose hatte ich noch an aber keine Socken und natürlich auch keine Jacke aber ich erinnerte mich daran gestern nach dem Gespräch mit dem Geologen ein Streichholzbriefchen aus der Kneipe mitgenommen zu haben in welche Tasche hatte ich es gesteckt meine Hände waren hinter dem Rücken gefesselt also prüfte ich zuerst die Gesäßtaschen Fehlanzeige mich verließ der Mut so hast du das hier fragte Volker eine Taschenlampe rollte in meine Richtung ohne dass ich ihn zu Gesicht bekam Strohhalm hin oder her ich warf mich auf das Ding rollte mich herum bis ich es zu fassen bekam und suchte Panisch nach dem Einschalt Knopf für einen kurzen Moment flackerte ein trüber gelber Licht Kegel auf Schatten stoben zichend in alle Richtungen davon dann flackerte das Licht und er losch wieder Wut und Furcht entluden sich in einem verzweifelten Schrei warum wollte ich wissen um dir zu zeigen dass es sinnlos ist sich gegen sie aufzulehnen glaub mir antwortete Volker seine Stimme zitterte dabei Mitleid und Bedauern schwang in seinen Worten mit es tut mir leid fuhr er fort aber ich muss tun was sie verlangt dann traf mich ein Schlag am Hinterkopf und eine andere Dunkelheit umfing mich mit gierigen Armen Kapitel 19 Gebu Die große Opferung Zuerst erwachte der Schmerz Hemmernde Schläge eines Presslufthammers versuchten mir den Schädel zu spalten Ich gab einen gequälten Laut von mir Dann drang die Kälte auf mich ein Unter dem ersten Schüttelfrost erschauerte ich und bemerkte dass ich nicht mehr gefesselt war Mein Unterarm brannte heiß und pochend doch das war nichts im Vergleich zu dem Hämmer in meinen Schläfen Ich tastete mit der anderen Hand den Arm ab und fühlte klebrige Wärme und einen langen Schnitt Verdammt was hatte das zu bedeuten Jetzt erst versuchte ich die Augen zu öffnen Ich konnte sehen wenn auch nicht viel denn der bläuliche Schein hatte sich in ein diffuses Zwielicht verwandelt gerade ausreichend um die Umrisse der Menhiere zu erkennen Ich Ich befand mich außerhalb des Steinkreises Erleichterung übermannte mich Volker wisperte ich in die bogenen Schatten hinter der steinernen Barriere malender 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 stein antwortete mir die stimme erzeugte ein echo in der höhle und ich begriff dass etwas furchtbares geschehen sein musste während ich bewusstlos gewesen war Panik schäumte aus der Tiefe hoch doch ich kämpfte sie nieder wo war Volker warum hatte er mich aus dem Steinkreis gebracht mein Herz jagte was sollte ich tun hier ging etwas schreckliches vor etwas unerklärliches jede Faser meines Körpers schrie lauf aber ich konnte nicht kauerte wie paralysiert an den Felsen gelehnt und starrte in die viskose Finsternis die sich im Innern des Steinkreises zusammenballte dann fiel mir wieder das Streichholz Briefchen ein hastig kontrollierte ich meine Taschen bei der hektischen Bewegung schwoll der hämmernde Kopfschmerz an ich unterdrückte einen Stöhnen die erste Tasche enthielt nur ein 50 Cent Stück aber in der zweiten Tasche stießen meine Finger auf dünnen Karton endlich warum fand man die wichtigen Dinge immer erst in der letzten Hosentasche vor lauter Anspannung bekam ich es beim ersten Versuch nicht richtig zu fassen es verkantete sich in einer Falte des Hosenfutters aber dann hielt ich die Rettung in meinen zitternden Händen es kostete mich viel Konzentration den Deckel des Briefchens aufzuschlagen und ein Streichholz aus dem verbund heraus zu brechen so dass es nicht in der Mitte abknickte mit der zwungener Ruhe wichte ich das Schwefelköpfchen über die Anreißfläche ein leises Zichen ertönte und eine kleine helle Flamme flackerte empor mein erleichterter Ausruf hätte das Feuer fast wieder ausgepustet geschützt durch den goldenen Schein riskierte ich einen Blick auf den Steinkreis Schatten wogten hinter der unsichtbaren Barriere als wäre der Raum dort erfüllt von schwarzem Rauch der sich wie bei einem Hurrikan im Kreis drehte und dabei eine Kuppel formte die dem Verlauf der Höhle exakt folgte manchmal entstanden Wirbel und bizarre Formen in der viskosen Finsternis bildeten Fratzen und klauen bewährte Gliedmaßen aus die über die Felsen kratzten Die Ritzen in den Hinkelsteinen glühten jetzt in einem rötlichen Ton der mich an Lava erinnerte Ich warf einen Kontrollblick auf das Streichholz und entzündete das nächste einfach an der Flamme Die brannten zu schnell herunter Ich versuchte aufzustehen aber Schwindel und Kopfschmerzen ließen mich taumeln Verdammt Das Licht würde nicht reichen um die Höhle zu verlassen Was sollte ich tun Volker rief ich lauter Nichts Aus dem Innern des Steinkreises klang ein Laut der der herabfallende Fels blöcke erinnerte Das Echo dröhnte in meinen Ohren und befeuerte den Kopfschmerz Ich konnte nicht ewig hier herumlungern und warten Das Streichholz war schon wieder herunter gebrannt und ich entzündete das nächste Dann vernahm ich wieder die kratzige Stimme Meine Beine begannen zu zittern Ich wollte zum Tunneleingang doch mein Körper gehorchte mir nicht Stattdessen setzte ich den ersten Schritt auf den Steinkreis zu Nicht dahin Raus Ich wollte hier raus Panik übermannte mich Fick dich du kriegst mich nicht schrie ich dem gestaltlosen Schrecken entgegen Das Streichholz näherte sich erneut dem Ende Ich brauchte einen besseren Plan oder das Licht ging mir aus Was sich auch immer hinter den Schatten verbarg brauchte nur zu warten und ich wäre verloren Die Stimme setzte erneut zu einer Rede an aber ich schrie ihr einfach ins Wort Fluchte beschimpfte sie während ich mich auf das konzentrierte was ich wirklich wollte aus Angst den Faden zu verlieren und der unheimlichen Macht zu erliegen die mich überhaupt erst hierher gebracht hatte mein Blick irrte ein letztes Mal durch die Höhle es gab hier unten nichts brennbares bevor das Streichholz mir die Finger verbrannte legte ich es auf das Briefchen mit den verbliebenen Hölzern hölzern und platzierte es auf dem Boden die Stichflamme die aus den Schwefelköpfen emporschoss als alle Streichholzer gleichzeitig Feuer fingen verschaffte mir genug Zeit um den Pullover auszuziehen und länglich zusammen zu rollen er bestand größtenteils aus Baumwolle und ich hoffte dass er brennen würde damit ich die Höhle verlassen konnte aus dem Innern des Steinkreises erklang ein wütender Laut der Hölzen erinnerte wieder übertönte ich die Entität mit einem Schrei um sie nicht hören zu müssen hielt die Kleidungsrolle an die kleiner werdende Flamme und sei erleichtert dass der Pullover tatsächlich brannte wenn auch nur unter großer Rauchentwicklung als die Flammen sich tiefer in den Stoff fraßen stolperte ich vorwärts die raue Stimme verlangte meine Rückkehr meine Kapitulation aber der Zwang war nicht stark genug um die Panik zu durchdringen der ich mich völlig hingegeben hatte ich erreichte in den Tunnel taumelte hindurch und auf der anderen Seite wieder heraus die Säulen säulen erglühten in einem tiefen scharlach rot danach stolperte ich schon über die steinernen Stufen dem Ausgang entgegen der sich als trüber Fleck irgendwo über mir abzeichnete draußen dämmerte bereits der Tag meine schlecht improvisierte Fackel ruste immer stärker sodass ich husten musste und die Flammen züngelten gefährlich in alle Richtungen während der Stoff immer mehr zerfiel auf halbem Weg musste ich den Pullover fallen lassen weil er mir den Arm versenkte ein schleimiges Geräusch verfolgte mich verlieh mir die Kraft die ich brauchte um durch die Dunkelheit zu stolpern mit dem trüben Ausgang als einzigen Orientierungspunkt wie oft ich hinfiel wusste ich hinterher nicht mehr zu sagen vielleicht lief ich gar nicht wirklich sondern kroch viel mehr ins Freie aber es gelang mir und das war alles was zählte Kapitel 20 Kaunah der Preis für großes Wissen mit letzter Kraft zog ich mich durch das kreisrunde Loch und kehrte in die Welt zurück augenblicklich drang die Kälte auf mich ein stach mir mit eisigen nadeln in die haut ließ mich zittern und mit den zähnen klappern wind war aufgekommen beißender frost raubte mit den atem erschöpft lehnte ich mich an die felswand neben dem höhlen zugang unfähig auch nur einen schritt weiter zu gehen ich war noch nicht in sicherheit und ich würde hier erfrieren wenn ich nicht schnell eine rettende idee hätte mein handy lag wohl in meinem zimmer auf dem nachttisch ein anderes telefon gab es hier nicht zu fuß konnte ich unmöglich den weg zum hotel bewältigen denn für die zehn minuten autofahrt bräuchte ich zu fuß bei guter konstitution schon sicher eine stunde in meiner jetzigen verfassung würde ich auf den ersten 100 metern zusammenbrechen ich erinnerte mich daran dass volkers wagen hier irgendwo stand ich musste nachsehen ob mir das weiter half ächzend rappelte ich mich auf und stolperte mit steifer werdenden gliedern über die rampe nach oben der wind fegte mir wütend ins gesicht ich schlang die nackten arme schützend um den oberkörper und taumelte weiter die beißende kälte lähmte mich beinahe der wagen stand noch genau da wo ich ihn beim ersten mal gesehen hatte als ich den archäologen in der nacht aus der höhle holen musste schuldgefühle schnürten mir die kehle zu ich hätte ihn schon damals von der ausgrabung ausschließen müssen diese schreckliche wesenheit hatte ihn entweder getötet oder noch schlimmeres mit ihm angestellt dessen war ich mir sicher ich war verantwortlich ich hätte müssen ich war nicht oft genug für das fremdartige und unerklärliche gewesen hatte es zu lange geleugnet aus scham vielleicht den verstand zu verlieren verdammt ich hatte volker im stich gelassen unter anderen umständen hätte ich in diesem moment vielleicht geweint aber erschöpfung und kälte ließen nicht zu dass ich mich gehen ließ mein überlebenswille brannte noch immer wenn auch inzwischen auf sparflamme ich schob den schmerz beiseite und konzentrierte mich darauf vorwärts zu stolpern der wagen kam in reichweite ich stützte mich am rahmen ab und bemerkte dass die fahrertür nur angelehnt war war das nun gut oder schlecht das fahrzeug stand doch mindestens zwei wenn nicht sogar schon drei tage hier ich wusste es nicht mehr so genau mit zitternden fingern zog ich am türgriff nichts rührte sich sie musste festgefroren sein mit der einen hand zog ich am türgriff mit der anderen versuchte ich in den spalt zwischen tür und rahmen zu gelangen um mehr kraft auszuüben die tauben finger versagten mir zusehends den dienst die tür knirschte ich zog ruckartig mit aller kraft die ich noch besaß und wurde nach hinten geworfen als die vereisten stellen nachgaben schnell krabbelte ich vorwärts bevor der eisige wind die tür wieder zu warf mit händen und knien zog ich mich auf den sitz und sperrte die kälte draußen aus im bereich um die tür herum hatte sich raureif gebildet ein zeichen dass die tür tatsächlich schon länger offen gestanden hatte es tut mir leid murmelte ich in die stille wütend schlug ich mit beiden fäusten auf wieso musste mir so eine scheiße passieren was war das da unten volker hatte bei seiner beschwörung von der großen mutter gesprochen ich kannte die kleinen idole der fettleibigen urmutter kopflos mit riesigen brüsten und gewaltigem hintern man vermutete dass sie als fruchtbar katsymbole verehrt wurden aber vielleicht irrte sich die archäologie die felszeichnungen hatten das götzenbildnis als gottheit dargestellt die macht über die tiere und pflanzen besaß sie nach gut dünken gedeihen oder verenden lassen konnte wenn es eine verbindung zwischen der rauen malenden stimme und dem götzenbildnis gab dann war dieses wesen den menschen feindlich gesonnen das passte zu meinem empfinden wenn ich den steinkreis betrat und immer wieder an ein unsichtbares gefängnis erinnert wurde mein bauchgefühl hatte mich jedes mal gewarnt wenn ich mich dem gürzenbild näherte warum hatte ich nicht auf meine intuition gehört wieder hämmerte ich mit den fäusten auf das lenkrad ganz einfach weil ein bauchgefühl kein messbarer beweis in der realität war weil ich mich lächerlich gemacht hätte wenn ich dem gefühl nachgegeben und entsprechende maßnahmen ergriffen hätte das war doch wahnsinn das konnte doch nicht echt sein ein teil von mir zweifelte immer noch an allem was ich bis jetzt erlebt hatte diese ganze ausgrabung war bizarrer irrsinn vom ersten tag an hatte etwas wieder natürliches an meinem verstand gezerrt und versucht mich zu brechen aber was war mit volker er musste ungleich heftiger unter dem schleichenden einfluss gelitten haben wenn er der fremdartigen wesenheit so sehr verfallen war dass er sich schließlich opferte ich schüttelte den Kopf eigentlich wusste ich gar nicht ob volker wirklich tot war ich nahm es an weil er mir nicht mehr geantwortet hatte irgendwie hatte ich den verdacht dass er sich im letzten moment dem gedanken manipulierenden Einfluss der wesenheit entziehen konnte um mich aus dem steinkreis zu schaffen aber was war danach mit ihm passiert meine finger glitten am lenkrad entlang berührten etwas klapperndes an der und ich bemerkte dass der schlüssel noch steckte der wagen sprang nicht an wahrscheinlich war die batterie leer das wäre auch zu viel des guten gewesen seufzte dich frustriert was jetzt ich musste mich dringend aufwärmen aber die heizung funktionierte nicht also kletterte ich über alle sitze durchsuchte das handschuhfach und den kofferraum ich fand eine kratzige wolldecke die volker vermutlich für den transport sensibler geräte nutzte damit empfindliche oberflächen nicht verkratzten eingewickelt in die wolldecke fühlte ich mich ein wenig besser aber die kälte hatte mir viel wärme entzogen die die nicht so schnell wieder regenerieren konnte dann fiel mir der verbandskasten in die hände und ich widmete mich erst mal dem langen schnitt auf meinem unterarm eine weile überdachte ich noch meine lage kam aber immer wieder zu dem schluss dass das auto meine beste chance war es wäre selbst mord durch die kälte zu marschieren und die erschöpfung forderte langsam ihren tribut so rollte ich mich im kofferraum zusammen warf noch die feuerwehr deck als zusätzliche isolation über mich und hoffte dass man mich bald finden würde kapitel 21 raido kosmische ordnung anhaltendes klopfen weckte mich jemand rief meinen Namen ich versuchte das geräusch zu ignorieren rollte mich enger zusammen und hielt mir die ohren zu bringt müller wachen sie auf öffnen sie die tür hier ist klassen heiner klassen erinnern sie sich an mich langsam sickerte die erkenntnis zu mir durch dass es nicht die schreckliche wesenheit war die mit mir sprach vorsichtig riskierte ich leiter vor der heck scheibe stehen in das mit raureif überzogene glas hatte er ein sichtfenster gekratzt und hämmerte jetzt unermüdlich gegen das auto lasst mich einfach hier liegen murmelte ich begriff aber nicht dass er mich nicht verstehen konnte eine zweite person trat zu glasen und die beiden beratschlagten dann erschien das gesicht des geologen in dem kleinen sichtfenster er winkte mit einem edel stahl zylinder ich starrte ihn verständnislos an hey bringt müller rief er wir haben für sie einen heißen kaffee mitgebracht und unser wagen hat sitz heizung wie wärs sie frieren sich doch da drinnen den arsch ab ich überlegte ob sich die anstrengung lohnte das Auto zu verlassen und wieder zu frieren aber dafür einen heißen kaffee zu bekommen diese heizung klang eigentlich auch recht verlockend ich nickte wickelte mich so eng wie möglich in die kratzige decke achtete darauf dass die dünne folie der feuerwehr decke nicht herunter rutschte und kletterte mühsam auf die heck bank um die tür zu öffnen die beiden männer nahmen mich in führten mich die wenigen schritte zum fahrzeug des geologen sie schoben mich auf die rückbank und stiegen dann vorne ein drinnen war es angenehm warm aber noch nicht warm genug der kurze marsch hatte mich wieder zittern lassen kaffee nuschelte ich zähne klappernd und bekam einen dampfenden thermobecher in die hand gedrückt das gebräu war stark aber zu süß und irgendwie komisch so süß beschwerte ich mich die beiden männer sahen sich feixend an mein blick wanderte von einem zum anderen wie sie über die lehnen der sitze gebeugt zu mir nach hinten starrten misstrauen kroch in mir empor der geologe ergriff das wort dat soll nicht schmecken dat soll sie wieder auf die beine bringen der viele zuckert kurbelt ihre innere Heizung wieder an und der komische beigeschmack kommt von einer Krise Salz um ihren elektrolythaushalt auszugleichen altes familienrezept eigentlich gegen kater gedacht aber mit kleinen anpassungen hilft es auch bei verkühlung die überraschung stand mir ins gesicht geschrieben wie haben sie mich gefunden wollte ich wissen der geologe grinste jetzt breit ja nach unserem gespräch gestern wollte ich sie heute morgen um einen gefallen bitten als sie nicht da waren ihr auto aber noch auf dem parkplatz stand bin ich mit der wirtin zusammen auf ihr zimmer da habe ich ihre notizen gefunden und dachte mir dass ich sie wahrscheinlich hier finden würde mein Blick wanderte zu Klaassen und der Geologe fuhr fort Heiner ist ein Kumpel von mir wir kennen uns schon seit einer halben Ewigkeit oh machte ich überrascht die Welt schien erstaunlich klein zu sein mir fiel ein dass Klaassen uns mit Gerätschaften und Arbeitskräften unterstützte als die Höhle unter dem anhaltenden Regen gelitten hatte jetzt ergab das Sinn um es kurz zu machen begann Klaassen wir haben ihre Notizen mit den Forschungsergebnissen und meinen Baustellen Messungen zusammengelegt und brauchten dann nur noch eins und eins zusammen zu zählen ich nehmte an dem Thermobecher das heiße Gebräu belebte mich tatsächlich allmählich die starke Mischung aus Zucker und Koffein brachte meinen Kreislauf langsam auf Touren zu welchem Schluss seid ihr gekommen fragte ich vorsichtig ja begann der Geologe und warf seinem Sitz Nachbarn einen unsicheren Blick zu Zwei ist jetzt nicht unbedingt als Ergebnis herausgekommen wir wissen nicht genau was das alles zu bedeuten hat aber es muss ja was zu bedeuten haben richtig ich seufzte gedehnt und blickte in den Thermobecher glaubt ihr dass es Dinge gibt die man weder erklären noch verstehen kann eine kurze Stille trat ein dann ergriff Klaassen das Wort ich bin kein religiöser mensch ich verlasse mich auf erfahrung und wissen aber bei dieser baustelle ist einiges passiert was ich als unmöglich bezeichnen würde außerdem weiß ich dass Dieter ein guter mensch war der hätte niemals so eine schweinerei hier angerichtet wenn er alle sinne beieinander gehabt hätte da kann die polizei sagen was sie will der Dieter war eine ehrliche haut sowas hätte der nicht gemacht nicht für geld und nicht unter zwang sie meinen den armen teufel der im spalt gefunden wurde begriff ich der unten zu sterben ist schlimm genug aber ich fürchte dass Volker noch etwas schlimmeres zugestoßen ist Klaassen warf dem geologen einen fragenden blick zu der archäologe erklärte dieser der hat sich eigentlich von anfang an etwas sonderbar benommen aber wer rechnet denn damit dass die höhle einen gleich in den wahnsinn treibt fügte er düster hinzu was habt ihr heraus gefunden bohrte ich nach meine stimme klang etwas fordernder als beabsichtigt und die beiden Männer grinst sich wieder feixend an immer langsam sie haben sich gefährlich unterkühlt wollen sie sich nicht auskurieren ich schüttelte den kopf ich weiß nicht wie viel zeit wir noch haben da unten ist etwas das sehr gefährlich ist es ist in der lage irgendwie kontrolle über menschen auszuüben ich 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 weder erklären noch verstehen ich seufzte in den thermobecher es klingt selbst in meinen ohren lächerlich wenn ich es ausspreche ich weiß nicht mal wie ich hierher gekommen bin ich muss geschlaff wandelt sein alles was ich weiß ist dass ich um mein Hahn nicht mehr aus der Höhle raus gekommen wäre und ich fürchte dass Volker tot ist stammelte ich es fiel mir schwer darüber zu reden weil ich immer noch Angst hatte den Verstand zu verlieren und mir alles nur eingebildet zu haben keine Sorge meinte der Geologe jetzt sind sie ja nicht mehr allein wir haben tatsächlich wenig Zeit aber aus einem anderen Grund erwarf Klaassen einen kurzen Blick zu dieser nickte und der Geologe fuhr fort ich gebe ultraknappe Kurzfassung damit sie verstehen was wir vorhaben und sich uns hoffentlich anschließen werden ich nickte und bekam einen kurzen aber sehr interessanten Bericht der die Sichtweise auf viele Phänomene der Höhle in ein neues Licht rückte durch Klaassen erfuhr ich dass die Höhle noch vor einem Jahr gar nicht existierte man hatte im Vorfeld des Straßenbauprojektes penibel darauf geachtet dass keine Hohleräume unter der Straße lagen die üblichen Vorortmessungen belegten dass der Untergrund an dieser Stelle solide sein sollte als sich die Baustelle allmählich dem Ort näherte der jetzt die Doline bildete begann die Arbeiter sich häufig sonderbar zu benehmen Manchmal wirkten sie abwesend dann waren sie leicht reizbar es kam vermehrt zu Krankmeldungen und Bitten einem anderen Projekt zugeteilt zu werden das Projekt geriet in Verzug weil das Tagespensum nicht mehr zu schaffen war Klaassen selbst gestand dass auch er mehrfach dem Eindruck erlegen war ein Pochen oder Klopfen aus dem Boden zu bemerken nicht als Geräusch sondern mehr als Empfindung die man mit dem ganzen Körper wahrnahm Anfangs versuchte der Baustellenleiter das Team stärker durchzumischen so dass die Arbeiter den zusätzlichen Stress auf anderen Baustellen ausgleichen konnten aber nach wenigen Wochen wurde das von seinen Vorgesetzten unterbunden Die Entdeckung der Doline war ein Schock weil er die Messergebnisse der Bodenprüfung kannte und ab hier kam ihm der vage Verdacht dass etwas bei der ganzen Angelegenheit nicht mit rechten Dingen zuging Zu seinem Glück konnte der Geologe ihn weiterhin auf dem Laufenden halten da er zufällig ins Ausgrabungsteam beordert wurde Die Ergebnisse der Ausgrabung kann ich Ihnen jetzt nicht erst vorkauern schloss der Geologe Also komme ich gleich zu dem Vorschlag Eigentlich ist es eher ein Er machte eine Pause und atmete tief ein Ich konnte sehen dass er sich sammeln musste für das was er jetzt zu sagen hatte Um ehrlich zu sein wir werden uns alle drei furchtbar strafbar machen Aber ich hoffe dass wir alle davon überzeugt sind das Richtige zu tun Er brach wieder ab Die Ernsthaftigkeit in seiner Stimme weckte meine volle Aufmerksamkeit Ich hatte endlich das Gefühl einen wenn nicht gleich zwei Verbündete gefunden zu haben Ich nickte grimmig zur Antwort und der Geologe erklärte den Plan In etwa einer Stunde kommt ein Lkw mit einer Ladung Beton Der Fahrer ist glas noch einen gefallen schuldig und außerdem vertrauenswürdig Wir gießen die Höhle einfach voll Aber die Höhle ist zu groß um sie mit einer einzigen Lkw Ladung aufzufüllen Wir müssen vorher noch mal darunter und etwas Dynamit verteilen Damit müssen wir echt vorsichtig umgehen weil das Zeug wahnsinnig alt ist Das stammt aus Restbeständen die mein Vater auf dem Pütt hat mitgehen lassen Mein fragender Gesichtsausdruck nötigte ihn zu einer Rechtfertigung Ja Er wollte halt immer Hobby Pyrotechniker werden und aus dem Dynamit Feuerwerks Raketen basteln Hatte aber nie Zeit dafür weil seine Taubenzucht ihn ständig auf Trab gehalten hat Den Sprengstoff hatte er jahrzehntelang aufbewahrt und mir dann auf dem Sterbebett geschenkt Ich hätte nicht gedacht dass ich da mal eine Verwendung für hätte Ich nahm das einfach so hin und nickte Jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt um die Rechtschaffenheit meiner Mitmenschen zu diskutieren Wenn wir da runter gehen können wir keine Taschenlampen als Lichtquelle nutzen Es gibt einen unheimlichen Effekt wenn das Licht zu viel Blauanteil besitzt gab ich zu bedenken Das haben wir in ihren Notizen gelesen Im Kofferraum liegen acht Infrarot Lampen Damit sollten wir hoffentlich den ganzen Weg ausleuchten können bemerkte Klaassen Ja dann stammelte ich überrumpelt Packen wir es an Ich warf die Decke von meinen Schultern Was Wollen sie wirklich so in die Höhle kriechen entgegnete der Geologe belustigt und ich blickte ihn verständnislos an Wenn sie sich noch fünf Minuten gedulden können dann leih ihnen meine Ersatzschuhe und eine warme Jacke lachte er Kapitel 22 Ansus Seelenfrieden Wir standen vor dem finsteren Schlund der uns kreisrund aus dem Felsen angähnte Der frostige Morgen versprach einen schönen Tag Immer wieder war die Wolkendecke aufgerissen und hatte blauen Himmel und manchmal einen Sonnenstrahl durchgelassen während wir unsere Vorbereitung trafen Mein Herz schlug schnell Ich packte meine Infrarot Lampe und den schweren Ring Verlängerungskabel über meiner Schulter fester Die Lampe hatte ich bereits eingeschaltet Sie verströmte leichte Wärme obwohl der eisige Wind das meiste davon verschluckte Dieses Mal gingen mir nicht das Risiko ein die Lampen erst in der Höhle einzuschalten Wird schon schief gehen brummte Klaassen neben mir und nickte aufmunternd Ohne die Akkus mussten wir die Lampen mittels Verlängerungskabel über den Generator betreiben Wir hatten die Hauptversorgung eingeschaltet und planten im Innern der Höhle weitere Infrarot Lampen über die Kabeltrommeln unter den Flutlicht Strahlern anzuschließen Leider waren die Lampen Kabel so kurz dass wir noch zusätzliche Verlängerungskabel mitnehmen mussten Jeder trug eine Infrarot Lampe als Lebensversicherung die direkt am Generator hing so dass wir uns die langen Leitungen umgeschlungen hatten Ich fühlte mich wie mit einer Nabelschnur mit dem Generator verbunden von dem unser Erfolg abhängig war Die anderen Lampen hatten wir aufgeteilt Zusätzlich hütete nun jeder von uns eine Sprengladung Dynamit Zündschnur die bis zum Eingang reichte und ein Feuerzeug falls das Licht ausfiel Alles in allem hatten wir viel Gewicht zu schleppen Der eigentliche Plan bestand daraus die Kuppelgrotte zu sprengen und den verbliebenen Hohlraum mit Beton aufzufüllen Dafür stand uns nur ein knappes Zeitfenster von eineinhalb Stunden zur Verfügung Dann traf der LKW ein Ich räusperte mich verlegen Bevor wir da reingehen begann ich zu dem Biologen gewand muss ich ihn noch etwas gestehen Er hob den Blick und sah mich stirnrunzelnd an Ich habe ihren Namen vergessen Es ist mir furchtbar peinlich und ich möchte mich entschuldigen Das Ende meines Geständnisses ging in einem schallenden Lachen unter das gar nicht mehr enden wollte Schließlich wischte der Geologe sich eine Träne aus dem Augenwinkel und klopfte mir herzlich auf die Schulter Sagen Sie einfach Hannes zu mir gluckste er belustigt Heiner kicherte ebenfalls und schüttelte den Kopf Verdammt war das peinlich Hannes krabbelte immer noch lachend als erster durch den Eingang Ich folgte ihm um der unangenehmen Situation so schnell wie möglich zu entkommen Meta Menardi klang es dumpf vor mir Ich Ich hielt erschrocken inne noch konnte ich mich nicht wieder aufrichten Was haben sie gesagt rief ich nach vorn dem Geologen zu Passen sie auf wenn sie aus dem Eingangsbereich rauskommen hier ist alles voller Höhlen spinnen tönte es ungläubig zurück Ich klang es hinter mir Ich war froh dass Claßen meine Abneigung teilte sparte mir den Kommentar und kämpfte mich schnell weiter vor Der Eingang hatte sich völlig verändert Von der Decke bis zum Boden hatte eine unüberschaubare Zahl ekelhaft großer Spinnen ihre Netze gespannt Hannes hatte sich bereits einen Weg durch die seidenen Insekten Fallen gekämpft und winkte mir ihm zu folgen Ich versuchte nicht so genau hinzusehen wie nah ich den Viechern kam aber ich sah aus dem Augenwinkel genug Bewegung um mich zu beeilen Ein paar Mal streifte ich die Netze und schauderte Sobald ich die erste Stufe der Sintertreppe erreichte endete der Spuk wie abgeschnitten Ich atmete auf konnte aber einen kritischen Kontrollblick auf meinen Körper nicht unterdrücken weil es mich überall vor Ekel kribbelte und machte Platz Hinter mir kletterte Heiner fluchend vom Eingangsfelsen auf die Treppe und schüttelte sich angewidert Ich hasse Spinnen Keiner hat was von Spinnen gesagt beschwert er sich düster Als ich vor ein paar Stunden die Höhle verließ habe ich nichts von einer Spinnen Plage mitbekommen gab ich zu bedenken Können sie wirklich so schnell ihre Netze bauen oder ist das auch so ein unerklärliches Phänomen Theoretisch sind sie schnelle Netzbauer bestätigte Hannes aber die Kolonie war während der ganzen Zeit recht überschaubar ich habe sie im Auge behalten weil diese spinnentypische Höhlenbewohner sind es waren nie mehr als acht oder zehn Tiere jetzt müssen es hunderte sein und das ist ungewöhnlich das gefällt mir nicht bemerkte Klaassen mir auch nicht stimmte ich zu wir sind ja auch nicht zum Kaffeekränzchen hier drängte Hannes uns zum weitergehen die Augen gewöhnten sich schnell an das dämmerige rote Licht das von den Infrarot Lampen ausging die Höhle wirkte wie verwandelt ruhig friedlich harmlos tote Felsen harmlose Schatten einen Moment lang zweifelte ich an meinen Erlebnissen es schien mir unwirklich wie ein Traum der nur noch vage im Gedächtnis präsent ist bevor er in Vergessenheit gerät unsere Schritte erzeugten nur wenig Echo auf den Stufen in regelmäßigen Abständen rollten wir unser Verlängungskabel ab die unser Licht sicherten man könnte meinen wir seien verrückt geworden sprach Heiner meinen Gedanken aus ja ich traue der Sache nicht das ist die Ruhe vor dem Sturm antwortete Hannes die erste Kabeltrommel kam in Sicht wir arbeiteten schnell und schweigsam Heiner hängte eine der Lampen an das Stativ der Flutlicht Strahler und richtete den Kegel zurück auf den Eingang während ich ein zusätzliches Verlängerungskabel ausrollte die Lampe in die Dose steckte und Hannes den Stecker gab der bereits die Kabeltrommel in den Lichtkreis geholt hatte um das Verlängerungskabel einzustecken als das Licht auf flammte schien der Rückweg gesichert zu sein kurz tauschten wir Blicke aus jeder hoffte dass es funktionieren würde so arbeiteten wir uns vor schneller und reibungsloser als erwartet und wir sprachen nicht mehr miteinander aus dem unbestimmten Gefühl heraus belauscht und beobachtet zu werden schließlich erreichten wir den Säulenplatz Im Schein der Infrarotlampen erglühte das unbekannte Material in einem tiefen Karmesin Rot Je näher wir kamen desto überwältigender wurde der Anblick Das Spiralmuster leuchtete Scharlachfarben auf und schien sich zu bewegen Eine langsame Rotation die sich von innen nach außen bewegte und unserem Betreten des Tunnels hindern wollte Wow kommentierte Heiner das Phänomen voller Ehrfurcht Wir installierten eine Lampe für den Rückweg und achteten darauf dass die Säulen noch im Streulicht Kegel lagen denn wir teilten das intuitiv Empfinden dass dieses Phänomen uns nicht feindlich gesonnen war Im Gegenteil es sprach viel dafür dass diese Säulen mit einem Gefängnistor vergleichbar waren und unwissenden Besuchern eine Warnung zuflüsterte eine Warnung in einer verloren gegangenen Sprache die wir nicht mehr verstanden und deshalb wochenlang missachtet hatten ich hoffte inständig dass wir das richtige taten indem wir die Höhle sprengten mit angehaltenem Atem traten wir schließlich zwischen den Säulen hindurch in den Tunnel hier flohen die Schatten erstmalig vor uns ein schleimiges Geräusch erfüllte den niedrigen Gang unsere Schritte wurden langsamer wir achteten darauf die Verlängerungsleitung der Infrarotlampen ordentlich abzurollen damit kein Missgeschick zu einem Verlust des kostbaren Lichtes führte in der Kuppelgrotte bot sich uns ein schrecklicher Anblick Die Ritzungen der Menhiere erglühten im Karmesinrot der Säulen Wellen und Kreuzmuster erwachten zum Leben verließen ihr steinernes Bett und flossen träge über den Stein Das Innere des Steinkreises war von absoluter Schwärze erfüllt als würde sich eine lichtfressende Säule bis zur Höhlendecke erstrecken Die Rampe die um den Steinkreis herum führte flimmerte und verschwamm in dem allgegenwärtigen Karmesinroten Leuchten sodass die Sicht auf wenige Schritte begrenzt war Der Anblick war wunderschön und grauenhaft zugleich weil er gegen alles verstieß was ich bisher zu wissen geglaubt hatte Ach du Scheiße entfuhr es Hannes Ich blickte in die Gesichter meiner Begleiter und war erleichtert in ihren Gesichtern das gleiche Maß an Unverständnis und Grauen zu lesen das mich selbst erfüllte Was ist das? fragte Heiner Seine Stimme zitterte Willst du bleiben um es zu untersuchen? entgegnete ich und löste mich mit einiger Anstrengung von den hypnotischen Mustern Ich packte meinen beiden Begleiter am Arm Sie fuhren erschrocken zusammen Hastig arbeiteten wir uns vor aber wir kamen nicht so recht voran Immer wieder wurde einer von uns durch die flirrenden Muster und Ornamente in seinen Bann gezogen Nachdem Heiner mich aus einer dieser Starren befreit hatte stieg Panik in mir auf Wie viel Zeit blieb uns noch Mit wachsender Eile rollte ich meinen Verlängerungskabel ab und stellte fest dass ich am Ende der Leitung angelangt war Ich kann nicht weiter keuchte ich Wir hatten schätzungsweise das erste Drittel der Kuppelgrotte durchquert Ich hab auch nicht mehr viel Spielraum bemerkte Heiner Nicht schlimm macht es da wo ihr steht knurrte Hannes Er war ungeduldig geworden und schritt zügig voran Über seine Schulter lagen noch einige Schlaufen Verlängerungskabel die er nach und nach fallen ließ Ich konzentrierte mich auf meine Aufgabe und zückte das Dynamit Hannes hatte mir erklärt was ich damit machen musste aber bevor ich so weit war halte die Grotte von Heiners erschrockenem Schrei wieder Er stand nur wenige Schritte von mir entfernt war aber nur noch undeutlich zu erkennen Hannes bleib auf dem Weg brüllte der Baustellenleiter seinem Freund zu den ich nicht mehr sehen konnte Was ist mit ihm rieb ich zurück Er ist in den Steinkreis gegangen Ich muss ihm helfen Nein bleib Das ist viel zu gefährlich Ich kann ihn nicht im Stich lassen Ohne ihn funktioniert es sowieso nicht Er ist der einzige der Bescheid weiß Dann lass uns wenigstens gemeinsam gehen forderte ich Heiner aber ich bekam keine Antwort mehr Eine Handvoll Herzschläge verstrich Ich wartete unfähig mich zu rühren Heiner brüllte ich in das flirrende rote Licht Ich wollte nicht in den Steinkreis Ich wollte nicht dass die beiden zu Schaden kamen Ich mochte sie nicht nur weil sie mich gerettet hatten sondern weil sie mir von Grund auf sympathisch waren Meine Gedanken rasten Ich wollte auf keinen Fall den Steinkreis betreten aber ich konnte dieses Unternehmen auch nicht alleine beenden weil ich keine Ahnung hatte wie man das Dynamit zündete Plötzlich rutschte Heiners Kabel an mir vorbei und beschleunigte als würde er um sein Leben laufen Verdammt ich bis zu meinem Lebensende ein Viking schimpfen oder stellte mich der Angst und dem Unbekannten bewahrt meine Selbstachtung und rettete vielleicht sogar den beiden das Leben Heiners Lampenkabel spannte sich dann hob es vom Boden ab und stieg steil in die Höhe Kapitel 23 Turi saß Die Flammen des Riesengeschlechts Einen panischen Atemzuglang beobachtete ich das Kabel das an mir vorbeirauschte und durch die Luft fegte kurz zitterte und dann straff gespannt erstarrte aber bevor ich eine Entscheidung treffen konnte wurde mein Geist von der gefürchteten rauen Stimme überwältigt deren Klang auf so schreckliche Weise an malende Felsen erinnerte sie gab mir einen düsteren Befehl und ich musste ihr folgen mein Widerstand reichte nicht aus mich aus ihrem grausamen Zwang zu befreien ein wütender Schrei löste sich aus meiner Kehle als meine Beine gegen meinen Willen auf den Steinkreis zusteuerten aber ich umklammerte weiter eisern meine Infrarotlampe die flirrenden Ornamente und Muster bewegten sich auf das Licht zu pulsierten und leuchteten heller als ich mich den Minieren Für die Dauer eines Herzschlages hoffte ich inständig die unsichtbare Barriere würde mich zurückhalten aber ich tauchte ohne Schwierigkeiten durch die Sprungschicht zwischen den Hinkelsteinen in die wogende Schwärze Jenseits der mystischen Grenze herrschte Chaos Die Luft war erfüllt von Brausen und Wirbeln schleimige Geräusche die die Schatten verursachten geronnen zu einer Art Chor der in seiner überwältigenden Masse beinahe an Regen erinnerte Unmittelbar vor mir stoben die Schatten mit wütendem Zischen davon wenn der rote Schein meiner Lampe sie berührte doch die viskose Finsternis hatte eine neue Qualität angenommen die den Lichtkegel trübte und mir kaum noch Sicht verschaffte Meine Beine zwangen mich vorwärts Panik überrollte mich mein Verlängerungskabel reichte nur noch für wenige Schritte Danach wäre ich verloren in der Finsternis Der Adrenalinschub schwächte den fremden Zwang Es gelang mir immerhin stehen zu bleiben Schweiß sammelte sich auf meiner Stirn Das Herz schien mir aus der Brust springen zu wollen als ich meine ganze Konzentration aufwandte um den rechten Fuß zu heben und einen Schritt rückwärts zu gehen Als meine Aufmerksamkeit eine Winzigkeit nachließ wuchs der fremde Einfluss sofort wieder und ich geriet ins Taumeln fand mich im nächsten Moment auf Händen und Knien wieder Die Lampe lag neben mir brannte aber noch Verzweiflung wallte in mir hoch Ich ballte die Hände zu Fäusten und kämpfte gegen den Zwang tiefer in die Dunkelheit zu kriechen Auf einmal wurde die Lampe heller Nein die Schatten zogen sich zurück Vor mir öffnete sich ein Tunnel der sich in eine Oval verwandelte und schließlich eine kreisrunde Form annahm Der Zwang ließ nach sodass ich mich keuchend auf die Beine stemmen konnte Ich griff nach der Lampe und schickte einen rötlichen Lichtkegel in den Bereich vor mir aber ich ahnte bereits was ich sehen würde Das Götzenbildnis thronte einige Schritte vor mir in all seiner Abscheulichkeit Ich schrie ohne zu begreifen was der Grund dafür war denn mein Verstand arbeitete zu langsam sodass der Körper sich auf seine Instinkte und Reflexe verlassen musste Ich hatte den vagen Eindruck neben mir zu stehen und das ganze Geschehen aus sicherer Entfernung zu betrachten Mein Blick klebte an der Statue die sich schattenhaft vor mir am äußersten Rand des Treulichtkegels meiner Lampe erhob Und dann erkannte ich endlich was mich so in Schrecken versetzte Die steinerne Figur war nicht länger nur Fels und Stein Sie lebte Beim Himmel sie bewegte sich langsam und stetig Die widerlich dürren Arme mit den nach oben gerichteten Handflächen schwebten nacheinander vor und zurück nach rechts und links wie der Archetyp einer indischen Gottheit Das war zu viel für mich Meine Konzentration bekam Risse und im nächsten Moment kauerte ich am Fuße des Sockels mit einem blutigen Messer in der einen Hand während ich mit der anderen versuchte die Jacke auszuziehen Im letzten Moment ließ sich die Waffe fallen verzweifelt rang ich um die Kontrolle meines Körpers schrie fluchte und schimpfte ein Beben ging durch die Kuppel Grotte und die Schatten zogen ihren Ring enger das Licht der Infrarot Lampe trübte sich etwas und neue Panik kroch in mir hoch dann ergriff die Stimme das Wort und zum ersten Mal verstand ich klar und deutlich was sie sagte Lichtbringer donnerte sie so laut dass es in den Ohren schmerzte worauf wartest du wirke deinen Zauber oder ergib dich was keucht ich verwirrt der gedanken zersetzende Zwang war plötzlich verschwunden wieder rollte ein Beben durch die Grotte es klang wie eine Lawine die ins Tal donnert und ich begriff dass das Wesen lachte er weiß die Worte nicht höhnte die Stimme dröhnend er kann den Zauber nicht wirken was mehr brachte ich nicht hervor Verzweiflung schnürte mir die Kehle zu ich könnte es dir sagen falls du lange genug durch hältst ich könnte dir erzählen wie deine Ahnen mich zu töten versuchten und dabei scheiterten Lichtbringer wieder rollte das donnernde Lachen durch die Grotte ich musste mir die Ohren zu halten und krümmte mich vor Schmerzen zu Füßen des steinernen Sockels eine Frage blitzte in meinen Gedanken auf das lebende Götzenbildnis antwortete weil du das Feuer entzündet hast um meine Diener zu vertreiben der einzige der das Feuer entzündet ist der Lichtbringer dann dann wurde die Stimme kalt und spöttig aber wenn du nicht einmal das weißt bist du es wohl doch nicht wer ist es warum kannst du das Feuer entzünden forderte sie ich versuchte nicht zu antworten kalter Zwang schließt sich in meine Gedanken grub mit eisigen Klauen in meiner Erinnerung bis ein klares Bild von Streichhölzern und Kerzen an die Oberfläche trat erstaunlich kommentierte die Wesenheit herablassend wühlte weiter in meinen Erinnerungen förderte alltägliche Bilder zutage ein Telefonat mit meinem Vorgesetzten Stau auf dem Westhofener Kreuz Musik in der Kneipe Feierabend Bier eine abendliche Dusche vor dem Zu-Bett-Gehen die Prügelei mit Volker auf dem Parkplatz vor dem Hotel Nein brüllte ich und drängte die Klauen aus meinen Gedanken Was hast du mit ihm gemacht Die Grotte erbebte unter einem tiefen Rumpeln Ich hatte die Wesenheit verärgert Er hat sich geopfert so wie sich auch deine beiden Freunde geopfert haben Und wie auch du dich opfern wirst wenn du lange genug für diesen Frevel gelitten hast dröhnte die zornige Antwort durch meinen Geist Du sollst es wissen damit du dich daran erinnern kannst wenn du ein Teil von mir geworden bist seh mich an die menschen fürchten und verehren mich denn ich erfülle ihre dummen kleinen wünsche gute jagd starker nachwuchs fruchtbare heimat sie zwang mich den blick zu heben erst jetzt aus der nähe erkannte ich die veränderung die die statue erfahren hatte das was ich nach gefühl für den oberkörper hielt bestand nun aus einer fahlen durchsichtigen haut wie bei einer made wenn sich die wesenheit bewegte verschoben sich ganze bereiche überlappten einander und ich verstand dass sie von einer art insekten panzer geschützt wurde der unterleib mit den ekligen wölbungen die volke einst als brüste bezeichnet hatte lag teilweise frei und die auswüchse waren nun als gedrungene dornen zu erkennen aus denen ein gelbes giftig wirkendes sekret sickerte aber der meiste teil des fleischigen madenschwanzes steckte noch in der rostbraunen sinterschicht die im trüben schein der infrarotlampe fast schwarz aussah sie zwang mich den blick höher zu heben ich wehrte mich erfolglos so musste ich auch das abscheuliche nichtmenschliche antlitz betrachten in dem runden insektenartigen kopf ohne knochenpartie der dem scheldel charakter verliehen hätte klaffte ein asymmetrisches loch wie das maul einer schnecke oder eines plattwurms keine nase zu weit auseinanderstehende augen die tief in den höhlen lagen mit einer dreifach geschlitzten pupille so dass der eindruck entstand in reflektierende sterne zu schauen von grauen geschüttelt schrie ich wieder auf denn die abscheulichkeit streckte ihre dürren gespaltenen ärmchen vor und offenbarte mir deren inhalt drei handflächen waren verschmolzen mit dem fleisch von herzen aber das schlimmste war nicht die wieder natürliche verschmelzung sondern die tatsache dass alle drei herzen noch schlugen und unter der fahlen haut deutlich sichtbar eine dunkle flüssigkeit aus den ehemals menschlichen organen gepumpt wurde die vierte hand war leer bei ihrem anblick wusste ich mit gewissheit welches schicksal mir blühte kapitel vierundzwanzig urus die mächte die vor der schöpfung herrschten als der planet noch jung und wild war machte irrwitzige Arten entstanden, einfach nur zu meinem Vergnügen. Ich streifte durch die sumpfigen Farnwälder, die Wüsten des Superkontinents. Ich war da, als riesige Meteoriten vom Himmel fielen und das Leben am Rande des Abgrunds stand. Meine Augen sahen Vulkane ausbrechen, deren flüssiges Gestein den ganzen Horizont bedeckte und die heute bis auf die Grundfesten abgetragen sind. Ich erinnere mich an die ersten Gräser und die erste Blüte der Bäume, die ein Pakt mit kleinen, fliegenden Insekten schlossen. Ich labte mich an allem, was dieser Planet im Boden ablagerte und zehrte von der Essenz, die die Toten in der Erde zurückließen. Irgendwann tauchte ein Affe auf, der meine Aufmerksamkeit erregte. Er war nicht ganz so dumm wie seine Verwandten und ich erkannte das Unterhaltungspotenzial durch seine größere Intelligenz. Ich züchtete diesen Aspekt und selektierte andere Eigenschaften. Ich machte sie zu Individuen, die so uneins waren, dass ihr Herdentrieb sich ständig zu Auseinandersetzungen zwang. Oh, ich sah ihnen so gerne dabei zu, wie sie sich gegenseitig bekämpften, mit ihren kleinen Speeren und Steinschleudern. Die vielen Toten, die die Erde mit ihrer Essenz drängten, sättigten mich oft für Jahrzehnte. Das waren noch Zeiten, in denen ich Fett und Träge meiner Schöpfung beim Spielen zusah. Ich eliminierte die Gene, die das Band mit der Umwelt knüpften, sodass sie oft ihre Heimat verlassen und weiterziehen mussten, weil alle Ressourcen erschöpft waren. Wann immer sie ein neues Gebiet besiedelten, ging das wunderbare Spiel von vorne los. Ich wurde nie müde, den kleinen, dummen Affen dabei zuzuschauen. Ich ließ ihnen genug Intelligenz, damit sie sich gegen andere Kreaturen behaupten konnten, achtete aber darauf, dass sie niemals weise wurden. Trotzdem entwickelte sich bald von selbst eine Abart, die ich nicht geplant hatte. Sie wollten nicht mehr jagen und umherziehen. Sie wollten sesshaft werden und mein schönes, wildes Land zähmen, es bebauen, sogar Tiere darauf halten. Die Stimme machte ein verachtendes Geräusch, das klang, als fiel ein großer Stein in einen Brunnen. Anfangs gelang es mir, sie mit Plagen und Dürren zurückzudrängen, aber sie ließen sich einfach nicht ausrotten. Wie ungeziefer vermehrten sie sich und wie ungeziefer hatten sie eine besondere Hingabe für das Feuer. Auf dem sie nun ihre Mahlzeiten zubereiteten, als wären sie etwas Besseres, als ein fehlerhaftes Experiment. Und dann lehnten sie sich eines Tages auf. Sie lockten mich in dieses Gefängnis und die Lichtbringer versiegelten das Feuer im Stein, der mich über Äonen genährt hatte. Hinter meinem Rücken hatten sie gelernt, die Zauber zu wirken, die auch ich auf die Natur und ihren Werdegang legte, damit sie sich in die gewünschte Richtung weiterentwickelte. Wie konntet ihr es wagen, mich, euren Schöpfer, Mutter und Vater und Amme in einer Gestalt zu verraten? In den Jahrtausenden, die ich hier unten verbrachte, Hunger leidend in der öden Leere, oh, die Langeweile war mit Abstand das Schlimmste. Da hatte ich viel Zeit, mir eine gerechte Strafe auszudenken. Und endlich, endlich ist die Zeit gekommen. Du bist kein Lichtbringer. Du kennst die Worte nicht, die mich damals hier fesselten und immer noch fesseln könnten. Du bist nur ein schwacher Nachkomme deiner mächtigen, listigen Ahnen. Ihre Klugheit ist dünn geworden über die ungezählten Jahrtausende. Ich kann in deinen Gedanken nichts von ihrer Weisheit finden. Das alte Wissen, das ihr unrechtmäßig erworben habt, ist verloren gegangen. Was für eine Schande! Man sollte meinen, dass ihr so einen Schatz besser zu hüten wüsstet. Aber ihr seid eben doch nur die Nachfahren eines fehlerhaften Experimentes meiner Kurzweil. An dieser Stelle erzitterte die Grotte unter donnerndem Gelächter. Wie schlau und überlegen ihr euch mit eurer sogenannten Wissenschaft fühlt. Und trotzdem legt ihr immer noch wie damals eure Toten in die Erde, die mich seit Anbeginn des Lebens auf diesem Planeten genährt haben. Ich kann es spüren, wie reich der Boden durch Krieg, Seuchen und Altersschwäche geworden ist. Die Essenz allein eurer Art drängt jeden Kontinent bis in seine Grundfesten. Das Festmahl wartet nur auf mich. Ich werde wieder von euch zehren, bis ich fett und träge bin. Ich werde euch ausdünnen wie Unkraut. Denn wie Unkraut habt ihr euch vermehrt. Du kannst dich glücklich schätzen, jetzt schon ein Teil von mir zu werden. Der Rest deiner Art wird zusehen, wie eure geliebten Städte im Meer versinken und zu Wüstenstaub zerfallen. Ich will euch lehren, was es heißt, mich zu verraten, mich, die ihr einst Mutter und Schöpfer und Geisthüter nanntet. Mit Sturm und Beben werde ich euch Demut lehren. und wenn ihr euch am Ende gefügig zeigt, lasse ich vielleicht Gnade walten und ihr dürft zu meiner Unterhaltung weiter existieren. Ja, vielleicht nehme ich euch nur den falschen Stolz und lasse eure Art zu meinem Vergnügen weiter bestehen. So wie sie es sollte. So wie es damals war. Die Wesenheit beendete ihre lange Rede. In der eintretenden Stille klingelten meine Ohren von dem gewaltigen Donnern ihrer Stimme. Es ist Zeit. Bring mir dein Herz und werde eins mit mir, auf das meine Macht wieder hergestellt wird. Erneuere den Bund, den deine Ahnen brachen, forderte die Abscheulichkeit. Augenblicklich stand ich wieder unter dem fremden Einfluss und musste mit schwächer werdenden Kräften gegen den Drang kämpfen, mir selbst das Messer in die Brust zu rammen. So tapfer, so kämpferisch, spottete die Wesenheit, wie das arme Männlein, das sich freiwillig in den Tod stürzte, um mir nicht dienen zu müssen. Sag, was wirst du tun? Du kannst keine Erlösung im Tod finden, denn dein Blut war es, das mich aus dem Stein der Gezeiten befreite. Du ziehst es nur in die Länge. Der Zwang wurde stärker und ich erlitt einen Panikanfall. Das zusätzliche Adrenalin verlieh mir Kraft, es gelang mir, das Messer fallen zu lassen. Während der ganzen Rede hatte ich mühsam versucht, meine Gedanken zu fokussieren, nicht an das Feuerzeug zu denken, aber jetzt war der richtige Zeitpunkt gekommen. Die Infrarotlampe brannte zwar noch, aber nur schwach und die grauenhafte Statue befand sich knapp außerhalb der Reichweite. Ich brauchte mehr Licht. Ich klammerte mich an diesen Gedanken, drängte den fremden Zwang der Wesenheit zurück und gewann die Kontrolle über meine Arme wieder. Hektisch fummelte ich das Ding aus der Hosentasche und betätigte den Elektrozünder. Sofort leuchtete die Flamme auf. In dem auflackernden goldenen Schein sah ich für den Bruchteil einer Sekunde, wie die fahle Haut der Abscheulichkeit Blasen zu werfen begann. Die Monstrosität warf die gespaltenen Arme nach oben und schützte ihr Gesicht mit den liedlosen, geschlitzten Pupillen. Der Unterleib und der madenartige Schwanz, der sich noch in seiner Hülle aus rostbraunem Sinter befand, brach im nächsten Moment durch die steinerne Schicht, die wie dünne Eierschalen bröckelte. Das Ungeheuer war frei. Es fiel regelrecht von seinem Sockel herunter und kroch mit rasender Geschwindigkeit in die wogenden Schatten, die sich wie ein Schleier teilten und es verschlangen, ihm Schutz gewährten. Ein Beben ging durch die Höhle, begleitet von einem grauenhaften Laut, der nach berstenden Felsen klang. Plötzlich war ich frei, der fremde Einfluss verschwunden. Ich sprang auf die Füße. Hastig, ohne die kleine Feuerzeugflamme zu gefährden, zog ich mich in den Lichtkegel der Infrarotlampe zurück und griff danach. »Du willst spielen?« höhnte die Wesenheit aus der wogenen Finsternis. »Dann lauf, kleine Affe! Lauf, bis deine Füße dich nicht mehr tragen. Wenn du dich zur Ruhe legst, hole ich dich ein. Kein Ort auf der Erde ist mehr sicher für dich, denn ich bin die Erde, auf die du deinen Fuß setzt. Dein Blut ruft nach mir. Ich werde immer wissen, wo du bist,« fuhr die Stimme fort. Ich ignorierte sie. Mein Blick streifte zwei Körper, die rechts von mir ineinander verknotet auf dem Boden lagen. Heiner und Hannes. Sie schienen sich gegenseitig umgebracht zu haben, wenn ich die verschlungenen Leiber richtig deutete. Ein schmerzhafter Stich bohrte sich in mein Herz. »Du kriegst mich nicht,« antwortete ich traurig. »Wir hatten viel Zeit, uns zu entwickeln. Ich werde einen Weg finden, um das hier zu beenden.« »Du kannst mir nicht entkommen,« donnerte es, aber es tat nicht mehr in den Ohren weh. Mit dem brennenden Feuerzeug in der einen Hand und der Infrarotlampe in der anderen bewegte ich mich langsam rückwärts. Schließlich erreichte ich die Menhiere und wandte dem leeren Sockel den Rücken zu. »Ich werde dir folgen! Durch die Erde und in deinen Gedanken!« versprach die Wesenheit mit grausamer Bestimmtheit. Die Sprungschicht befand sich direkt vor mir. Ich hielt den Atem an und schritt hindurch. Staub rieselte mir ins Gesicht. Ein Rumpeln ging durch den Felsen. Steine polterten neben mir zu Boden. Ohne einen klaren Gedanken zu fassen, rannte ich einfach los, halb blind, denn die Infrarotlampe reichte nicht weit genug und die Ritzungen der Menhiere waren erloschen. Um mich herum schien die ganze Höhle einzustürzen. Es ging durch den Tunnel, der ohrenbetäubend vom Bersten der Felsen wiederhallte und am anderen Ende schlüpfte ich gerade eben noch zwischen den Säulen hindurch, bevor sie ineinander stürzten und den Tunnel zwischen sich verschütteten. Immer zwei Stufen auf einmal nehmend raste ich die Treppe rauf. Der Eingang kam in Sicht. Ich wurde langsamer. Die Spinnen hatten den ganzen Eingangsfelsen zugesponnen. Ein silbriger Schleier überzog den Stein und verbarg das kreisrunde Loch zum Ausgang. Kurz hielt mich der Ekel zurück, aber als ein größerer Felsen sich knirchend nur wenige Zentimeter hinter mir in den Boden fräste, warf ich mich einfach vorwärts. Ich konnte fühlen, wie unzählige spitze Beinchen sich in meine Haut bohrten. Ich schloss die Augen und strampelte vorwärts. Ein frischer Luftzug streifte mich. Mit letzter Kraft zog ich mich ins Freie, kroch auf Händen und Knien weiter, wälzte mich auf den Rücken und riss mir die Jacke vom Leib, die vor Spinnen wimmelte. In meinen Haaren klebte das feine Gespinst. Es dauerte eine ganze Weile, bis es mich nicht mehr überall zwickte und juckte, sodass ich allmählich zur Ruhe kam. Der Boden unter mir zitterte und vibrierte noch immer. Mein Blick schweifte zum Rand der Doline. Wie lange war ich in der Höhle gewesen? Was war mit dem LKW? Eisiger Wind biss mir wieder in die Haut und ließ mich frieren. Ich schleppte mich die Rampe hoch und starrte auf ein Bild der Verwüstung. Soweit der Blick reichte, war die Erde in Bewegung geraten. An vielen Stellen brach der Boden ein und erzeugte weitere Dolinen. Bäume neigten sich zur Seite, fielen krachend in die Hohlräume. Die Straße riss auf, spaltete sich in mehrere Schollen, die auseinandertrieben. Ein paar hundert Meter voraus konnte ich noch ein Stück eines LKWs erhaschen, bevor die Erde ihn verschlang. Ich stolperte verstört durch die apokalyptische Szenerie. In meinem Bewusstsein war nur noch Platz für den Wunsch, diesen Ort zu verlassen und ich lief einfach weiter. Ich hörte auch nicht aufzulaufen, als die Erde sich wieder beruhigte. Eine vage Furcht hatte sich in mir festgesetzt. Ich fühlte mich verfolgt und beobachtet. Der Verlust von Volker, Heiner und Hannes schmerzte, aber die Angst vor meinem eigenen Schicksal überdeckte die Trauer noch. Ich wusste, sie würde mich irgendwann mit voller Härte erwischen, aber noch stand mein eigenes Überleben auf der Kippe. Ich musste hier weg. Es gab keine andere Möglichkeit für mich, als immer weiter zu laufen. Und so lief ich. Immer weiter. Und so lief ich. Untertitelung. BR 2018